Jetzt gibt was auf die Ohren! Katzenbabys für alle! Oh, die Oma danzt voll ab mit dem Relator, Alter! Ugly! You make me own a Ponderloco! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trinke Ola! Alter, wie krass! Gott! Junge, diese... Diese... Alter! Holy fuck! Warte, ich zeig euch das mal! Gott! Moment! Einfach gerade gebastelt! Hallo übrigens, meine wunderschönen Kinder! Einfach gerade gebastelt! Junge, das ist ja... Junge, das sieht ja mega krass aus, Alter! Warte, ich such mal gerade nach Fehlern! Der eine hat da so ein Fell, okay! Boah! Hallo, meine wunderschönen Kinder! Wunderschönen guten Abend! Wie geht's? Wie steht's? Was hanen? Was hanen? Hallo, Mila! Real Magnum! Danke für den Primes am 32. Und iMike! Danke für den Primes am 40. Vor 40 Minuten! Und Andi! Dankeschön für 420 Euro Schutzgeld für die Katzenbabys! Wir sind nämlich gerade eben, gerade... Jetzt gerade sind die nämlich gerade auf dem Weg! Da unten, unter mir wird geboren, Alter! Unter mir wird geboren! Eins ist schon da! Ein Katzenbibi ist schon da! Da kommen aber bestimmt noch, nochmal zwei! Boah, ich muss mal eben kurz... Was hanen? Was hanen? Moin! Moin! Echt, jetzt nehm ich davon! Nimm mal, ich mach mal eben kurz ein Wallpaper für dich! Glückwunsch! Jejeje! Baby Katzen Gang! Hm, welches nehmen wir denn? Wer nimmt das hier? Ah ne, kann ich ja nicht machen! Das wird schwer wegen dem Hintergrund! Egal, mach ich später mal irgendwann! Ähm, so, hallo! Hallo, 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 hallo! Lauf erst mal ein Glas Milch! Ja, der Hintergrund ist ein bisschen schwierig zu machen! Mach ich später mal! Katzenburg! Wat, Katzenburg? Katzen-wat? Wollt per was in der Discord hau ich rein! Katzenburg, ja! Ja, das Problem bei der einen Bibi Katze, die grad gekommen ist, oder beziehungsweise der Mama Katze, ähm, wir glauben, dass die kein Milch abgibt, weil die Zitzen auch nicht so angeschwollen sind oder so! Aber Schwester Kusch hat da schon wat besorgt! Aber der Bibi Katze will die Flasche nicht nehmen, die ganz kleine Mini-Flasche! Aber die machen dat schon, dat wird schon überleben! Geht alles gut! Fiech, ihr Fiech! Dat wird schon, dat wird schon! Hallo, Holy! Scheiße! Hätt ich mal gewartet, bis fast alle eingetrudelt sind! Egal! Ich hoffe euch gehts gut! Ich hoffe ihr seid gesund! Ich hoffe es gab leckeres Essen! Und ich hoffe, dass ihr Bock habt! Was schreibt der Herrn Juri mir, Alter? In der WhatsApp? Deine Musik, haha! Kommt mir vor wie bei Ali G! Herr Juri, sie haben keine Ahnung von Musik! Wie viele Stück Katzen? Wir denken so drei! Eins ist schon da! Aber Bauch ist halt noch dick! Und hart! Ich denke mal nur so zwei! Zwei Stück werden noch kommen! Ich dachte heute Dodge! Ja, das ist... Ähm... Gestern Nacht ist die Mama von meinem Schwager gestorben! Die hatte Krebs! Heute ist ein bisschen Chaos, aber ich habe mich dazu entschieden trotzdem zu kommen! Weißt du, wer viele Schicksalsschläge erlebt im Leben so, der ist irgendwann abgehärtet einfach! Es ist halt alles nicht so einfach, aber... Trinke Ola! Was willst du machen, ne? LC Babi, dankeschön für den Primes ab dem Fünften! Ich küss dich! Und äh... Noah, hallo! Noah, Noah, warte mal! Der Name sagt mir was! Wir hatten doch Red Dead Redemption gespielt, glaube ich! Da kommt er nicht vorhin, der Schlafer muss doch passen! Hallo? Mein Schlafer muss voll gut! Ja, man! Du spielst doch auf Lucky, ne? Du machst doch da Gangpommes! Ich glaube, das habe ich mal gesehen! Und hallo, Yoko! Tanju, hallo! Oma, hallo! Joshua, Remagnum, Kadoush, Mila natürlich, Lipsa, Flussl, Chorty, Alpino, Torbsen, hallo! Dankeschön, Torbsen! Wenigstens ist Oma Sandra heute pünktlich, das stimmt! Äh, hallo Max! Wer ist noch alle schon da? Grüßt euch, meine Freunde! Corporal, hallo! Pete, hallo! Noah, hallo! Castello, Mr. Antoine, hallo! Brownie, hallo! Ich werde das auch pünktlich, natürlich, Mann! Ey! Ich werde irgendwie immer stabiler, merke ich so! Das fühlt sich gut an! Habt ihr gehört? Mila natürlich! Ja, Mila natürlich auch grüßen! Klar! Shapes, hallo! Sandyline, hallo! So Babykatze, die sind unten! Hallo, das eine ist erstmal ein paar Stunden halt! Außerdem hab ich nicht mal eine Webcam für Katzencam oder so'n Shit! Vielleicht machen wir das, vielleicht doch nicht! Äh, taggen! Übrigens, hallo! Art of War, hallo! Bambuccio, hallo! Flyingster, hallo! Aber Bilder kann ich mal machen! Aber erstmal muss die Mama Katze Ruhe haben! Crisscross, hallo! Wie, keine Katzencam für Füße hab ich ja eigentlich! Ähm... Weiß, weiß ich nicht! Es ist ein Bursche, Emil! Ich glaub, es ist ein Bursche, der Erste! Aber voll süß! Papa Bagheera liegt da mit! Und schaut die ganze Zeit zu! Schweinerei haben die gemacht! Du bist gut dabei! Man merkt, dass du einen guten Rhythmus findest! Mach weiter so! Ja, ich hoff, dass das so bleibt! Aber das wird schon! Der P macht momentan auch verbock! Wieder! Ich hoff, dass das auch erstmal so bleibt! Richtige Ferkel, Alter! Du subs hier für Kekuschkat, stimmt! Howdy, er nimmt uns wieder hops mit der privaten Nachricht! Ja, das ist ein guter Einfall! Ich hab nix zu reden! Katzenbibys sind unterwegs! Schicksalsschlag wieder! Bisschen Chaos! Hab nix gekauft! Nix gemacht! Kann ich eigentlich Stuffkerzen, dann können wir eigentlich schon eine Pommes! Und OOC weiß ich, dass Dr. Chuck aufgeflogen ist, Alter! Aber EC leider nicht! Das hab ich leider gerade beim Hoppy mitbekommen! So eine Scheiße, Alter! Da war wohl das Kartell beim Dr. Chuck! Und die haben, äh... Die haben das Kartell observiert, die Cops! Und haben gesehen, dass der Dr. Chuck da was mit zu tun hat, Alter! Nicht gut! Nicht gut, Alter! Nicht gut! Aber EC weiß ich davon leider nix! Noch nicht! Kein Fortnite-Skin gekauft? Ne, die sind doch kacke! Ich warte auf Travis Scott oder... diesen einen Drill-Skin, den es da gibt mit der Maske! Oder auf den einen Typ mit diesen... Engelsflügel! Das sind die drei, die ich mir ausgesucht hab, die ich am coolsten finde! Ja, wie, Pommes, Forty-Night, ja, wie! Loa, Hinrichten, gar keinen Bock! Mir geht's gut! Natürlich hab ich gegessen! Aber nur Brötchen heute! Ich wollte jetzt da unten auch kein Dings machen! Hab ich nicht so viel Hunger! Vielleicht kickt er dann später rein, aber ist nicht schlimm! Bisschen Fasten ist ja auch immer gut! Ich mit Reis! Bei Zauberpommes ist ja auch nicht mehr lange, ne? Nach Venom-Skin! Ah, kacke, Mann! Ich find die nicht so gut! So, ich mach Duftkerzen, dann gehen wir schon rein! Hallo, Juiceless! Und Loco, hallo! Space Paris natürlich! Bimmel, hallo! Wie geht's? Mit der Gittergutter! Und der? Weezy, hallo! Weezy, hallo! Weezy übrigens auch absoluter Fremdgeer, ne? Nur damit der Chat mal Bescheid weiß! Weezy immer woanders unterwegs, am Rumspammen! Tut auch ein bisschen weh! Auch ein guter! Das erfreut er mich! Du hast ne der Wurz! Ukelu! Wollte noch ein wenig Kekuschkat! Wiesel eh los! Ich wolltet nur sagen, Alter! Hallo Wolverine! Hä? Nicht immer mit dem Finger auf dem Eseade zeigen, sondern Weezy auch! Jack ist ja deine Herze! Ich muss sagen, dass ich das auch von Weezy erwartet habe! Keiner treu hier, doch du Lazarus! Oma auch treu! Joshua auch treu! Alle voll viele treue Leute hier! Macht mich so glücklich in meine Hose! Hallo Kio! Weezy nur nicht! Und ihr müsst euch überlegen, dass ich einmal eine Zeit lang so ungefähr vier Monate mit Weezy jeden Tag so 16 Stunden im Teamspeak saß, als wir WoW gerankt haben! Dass ich so viel Zeit mit diesen Menschen verbracht habe und er sticht mir einfach ein Dolchen im Rücken! Er sticht mir einfach ein Dolchen im Rücken! Der spammt hier nicht Hukulu oder so, der geht lieber den Rancho Dance irgendwo spammen! Boah, ich habe mir so ans Herz gefasst, Alter! Aua, Aua! Wo gibt es Katzenbibys bei uns? Durch mein Schnei! Ach komm! Näh, Weezy! Näh, Weezy! Du kaufst dich jetzt nicht ein, Alter! Du kannst dich von deiner Schuld nicht befreien mit Zaps! Das geht nicht! Das kannst du vergessen, Junge! Pace, vielen lieben Dank für die Weezer vom 18. Hey Daddy! In Zaps wäre ich jetzt legal! Lass das hier mal so im Raum stehen! In Zaps wäre ich jetzt legal? Das verstehe ich nicht! In Zaps wäre ich jetzt legal! Was ist denn illegal? Und das am Katzen-Baby-Tag! Belastend, Weezy! Stimmt! Hallo, War Daddy! Zumindest nicht nur mit 5! Nee! Egal mit wie vielen! Du kannst dich von deiner Schuld nicht freikaufen, Weezy! Wir haben so viel Zeit miteinander verbraucht! Blut, Schweiß und Tränen, Alter! Ich habe nicht verstanden! Hey Daddy, in Zaps wäre ich jetzt legal! Ach so! Ja, ja! Wegen den 18 Monaten! Ja! Ja! Komm! Da wird's ja einmal witzig sein! Ich schäme mich! Du! Ich sollte mich schämen, weil ich das nicht verstanden habe! Dein Witz war gut! Nee, da hast du Lust! Du brauchst den Weezy gar keine Rückendeckung geben! Du bist einer der absolut Tollsten hier! Vielen lieben Dank für 10 Gifte Zaps! Zips! 10 Gifte Zips! Der Weezy hat eine Schuld! Und die kann der nur mit einem klärenden Gespräch im Teamspeak, kann er das wieder gut machen! So! Sonst mit geh nix! So hat Knister Smot auch gerechnet und wurde gebannt! Der redet hier von Rückendeckung! Das war das erste, was ich gedacht habe, Latzos! Vielen lieben Dank! Morgen! Okay, morgen! Morgen ist Sonntag, ne? Morgen ist wahrscheinlich Deutsch und Montag! Das passt mir eigentlich ganz gut immer Sonntag und Montag! Das ist immer ganz fresh! Das kommt auf den Tich! Gifted Pips! Gott, Alter! Machen wir, Weezy! Machen wir! Oder wir machen Dienstag-Live-On-Stage-Aussprache! Was ist morgen? Morgen ist Sonntag? Nein! Doch, nein! Scheiße! Morgen ist Samstag! Okay, dann machen wir das morgen! Fuck! Hab vergessen, Alter! Ich dachte, heute ist Samstag! Mann, lass mich in Ruhe, Chat! Ich hab heute genug Stress gehabt! Ist halt morgen Samstag, ey! Vergessen zu antworten! Ach, Pinsel, du, dich kann man doch auch in ne Tonne treten! Ehrlich! Ehrlich, Alter! Boah! Boah, Mila, der Hase ist auch cool! Oh Gott, der erste ist richtig nice! Warte, ich zeig im Stream, Mila! Warte! Buenos Momentos! Oh, das sieht auch echt fresh aus! Wo ist denn der? Weißt du, was wir eigentlich mal machen könnten? Wir könnten eigentlich jeden Tag mal so Picture oder oder künstlich intelligent Picture of the day machen, Alter! Also aus dem Discord oder so! Freaky, vielen lieben Dank für den Prime 7.5! Ich finde den, ich finde den ersten am besten! Mit dem Hoodie! Obwohl, der zweite ist auch nice! Beim dritten Fäden, oh! Und Lilas Kacke! Hab kein Freetrail mehr, aber... Naja, man kann ja dann ein Abo machen, das ist ja nicht so teuer! Ich glaub, der kostet 15! Und du darfst die Bilder dann sogar für kommerzielle Zwecke benutzen! Außer du verdienst irgendwie über eine Million im Jahr! Hab ich mal durchgelesen! Da musst du eine andere Lizenz kaufen! Hallo, Leiflosek! Du spielst auch oft Sektor, ne? Hab ich gesehen! Niehase! Hallo, Borek! Wer? Du! Du, Leiflosek! Du! Boah, jetzt werden hier schon verschiedene Segmente in den Stream eingebaut! Bald echt Profi-Streamer! 100 Leute wollen heute Whitelists machen, hat der Joe vorhin geschrieben! Beim Joshman im Stream! 100 Leute wollen heute reinkommen! Ja, Sektor ist nicht tot, Alter! Sektor lebt, Junge! Sektor lebt, Junge! Mein Reaction gucken irgendwann mal! 100 AOD-Member! Hallo, ich melde mich für 5 Minuten ab, kurz kippe! Nicht, dass ich wieder geblamed werde! Weezy ist in Ordnung! Mach das demnächst einfach im Discord bei Oma, dann passt das! Wenn ich entbannen werde, wird alles besser! Versuche doch nochmal, Davis! Why not, Alter! Ein bisschen mehr Action könnte demnächst ja mal guttun, so was Gang-Promos angeht! Oko-Loku jetzt! Wann ist denn Schluss? Gibt keine Grenze, wo oder die? Hab Hab Schwuss bekommen? Was hast du bekommen, Junge? Ne, der kommt nicht mehr drauf! Boah, Junge! Nerv nicht, Junge! Nerv nicht! Boah, schlimm! Was ist denn Schwuss, Alter? Hast du, hast du wieder eine Hip-Hop-Zigarette geraucht? Oh, boah! Hallo, Wee-Di! Hallo, Wee-Di, Wee-Di, Wee-Di! Hehe! Wieso hat das Hase ohne rechts so ein Ohr, weil das nicht selbst gemalt wurde? Das ist so eine KI, die das malt. Und die ist noch nicht perfekt. Aber das könnte man, das könnte man reparieren. Das ging nur darum, das einmal der Bild zu zeigen. Oh, boah! Oh, boah! Ja, ja! David, vielen lieben Dank für der Wee-Star vom Elften. Einen Monat noch, denn ein Jahr, Bruder. Und was ist Schwuss? Du hast immer noch nicht geantwortet. Hallo, Zugucker! Junge, was ist Schwuss, Alter? Was ist Schwuss, Junge? Was ist das? Was soll das sein? Schwuss! What the fuck, Alter? Schweiß, oder was? Aber das ergibt keinen Sinn. Dann hat er geschrieben, ich habe Schweiß bekommen. Ach, Schwanz, Junge! Oh Gott, Alter! Er schreibt Schwanz mit Schwuss. Let's like, ja, das kann man essen, würde ich aber nicht empfehlen. Du nicht, Rakim, du nicht. Junge, Alter! Kannst du das nochmal erklären mit den Bildern und der KI? Pyro, bist du bei mir im Discord? Ja, hau, nee! Hat mir noch mehr gegeben. Was für Schwuss. Guck mal, Pyro, du gehst, geh mal in diesen... Mit Journey Channel, ja? Und da ist ein Bot in diesem Kanal. Dann gibst du dann das ein. Und dann kommt schon so eine Vorlage. Ach, ich habe das falsch geschrieben, warte. Äh, Moment. Das musst du schreiben. Dann kommt so eine Vorlage, ja? Und auf die Vorlage klickst du dann mit der Maus. Und dann gibst du dann dieses Kästchen. Gibst du einfach halt ein. Du kannst alles Mögliche da eingeben. Auf Englisch aber dann. So Comic-Monkey, we are the black hoodie in smoke the cigarette oder so ein Shit. Und dann ist das eine künstliche Intelligenz. Das wird berechnet und alles. Malt dir dann daraus ein Bild. Was hast du gesagt? Action? Na, Action ist schon da. Aber ein bisschen mehr wäre cool, glaube ich. Ein bisschen mehr Knallen, Alter. Hallo Double X. Hallo Cyrenia. Boah, Cyrenia lebt auch noch. Und da ist zum Beispiel das Bild hier entstanden, was ich gerade zeige. Oder... Ah, wo ist das Angeredzin? Oder der hier. Den hat Unicorn Hunter gemacht, also erstellen lassen. Bisschen groß, ich weiß. Oder... Das hier. Das hat ja einen Computer gemalt. Und kein echter Mensch. Ist doch alles Gambo, was ist das... Was ist das Cooles? Oh, ist alles Gambo, wohl auf Sektor? Nein. Voll viel RP, Junge. Und Loco, danke schön für den giftigen Zappern Cyrenia. Oder den Hintergrund, den ich hab. Der kleine Affe mit der Knarre. Hast du da einen Link für? Bruder, geh in meinen Discord, Junge. Da ist ein Channel dafür, Schott. Die hab ich doch gerade erklärt. Ist der eine Fang, Junge? Boah, Schott hier, Alter. Boah. Der Dings hat gerade eingemacht. Der Joshua. Comic-Raccoon-Raving a hoodie with a twitchy-mode and apocalyptic arts that destroys City-Background. 8K. 8K. Und dann kommt hier sowas daraus. Das hat der eingegeben. Und wenn du richtig viel Glück hast, musst du das sogar nicht mal verändern. Und das ist rausgekommen. Das hier. Du hast 40 Versuche im Monat frei. Danach kostet das, glaube ich, 15 Dollar oder so. Pro Monat. Dann hast du aber unendliche frei. Schau mal, wie gut das aussieht, Alter. Unten rechts. Nimm doch erst mal kostenlos, Bruder Davis. Dann kannst du dich damit austesten. Das ist nur wieder am Quatschen. Ich denke mal, die Zahnweh sind weg. Nee, nee, nee. Zahnweh hab ich immer noch. Aber ich hab Schmerztablette vorm Stream genommen. Aber ich hatte nur Zahnweh nach dem Essen. Dem ich Brötchen gegessen hab. Ja, oder 25 sind frei. Irgendwie so. Nur bei Finger und C hat die KI manchmal Probleme. Aber das kann man ja, kann man ja selber reparieren, wenn man ein bisschen Photoshop-Kenntnis hat. Obwohl, du hast recht, wenn ich meine letzten Nachrichten angucke. Oder schreiben kann ich, was soll ich da testen. Ja, Junge, Alter, du hast da auf jeden Fall ein Ötti gesoffen. Kannst du mir erzählen, was du willst? Versuche sind abhängig von der Qualität, die du erstellen lässt. Ja, oder Photopea anstatt Photoshop. Ja, du hast da auf jeden Fall ein Sitzen, Alter. Schon wieder Karneval in deinem Dorf, oder? Wir gehen jetzt in eine Pommes, Junge. Junge, was für Saufen. Ja, oder Hip-Hop-Zigarette. Garnes, schreibt er. Garnes, Alter. Garnesdorf auch. Du bist doch richtig am Sammern, Junge. Garnesdorf auch. Garnes. Ey, du hast mein Auto geklaut. Garnes. Junge, geil, Alter. Warte mal, ist Mila noch da? Mila, hallo? Hallo, Schmacko-Matz. Arbeit, Arbeit. Ja, ja, ja. Viel Spaß auf der Arbeit, Mann. Mach dir keinen Stress. Hör mal direkt zur Rockertruppe. Pegel erfüllt sämtliche Anforderungen, Alter. Garnes, Mann. Garnes. Jetzt will ich euch aber tanzen sehen wie der Chat. Und sogar gute Nachrichten, das Katzenbaby trinkt. Und sogar gute Nachrichten, das Katzenbaby trinkt. Schmacko-Matz. Dann gehe ich mit demактерzig Eben, er ist vom uns Male glassescher Heroin im trenches. Ich nehme mit und leagues in einem Mantra. Beide ich ins Kerechtkuchen die Sascha. Das ist 울ettkühlig, unser Traber muss Launch Google ist klar. ändere mum serp most. Schmacko-Material hat auch andere when기regen Naval Ele teve Schmacko-Material wurde mit von Karalins Monster. Blöcke! perfekt mensch muskos wasser gucken ich habe nämlich ein video geschickt bekommen wieder katzen baby trinkt ja so weiß gott sei dank ich war sein tag hat ein baby trinkt aber ab in der pommes junge schickt mich auch warte ich schicke weiter hallo ando habe ich mila katzen babys wo bei uns unten die bengal katze hat babys willkommen oder krieg gerade babys eins ist schon da oma haben wir schon gewechselt ja dankeschön oma bis die beste naja das gucke ich nicht habe ich angst hat er dich wollte ich gerade anrufen ja was geht ab man was geht ab bruder was geht ab heute ist der große tag das guck hat gestern anrufen der hat das dem kartell oder irgendwas bescheid gesagt und die wollen sich heute melden bild ist fixiert im krankenhaus dessen koma ja das wird bestimmt noch ein paar tage und wir können uns da reinschmuggeln und umbringen das kein problem oder wir warten bis der wach ist wir sollten erstmal abchecken ob die den bild überhaupt suchen und diesen macaroni lass uns treffen telefon scheiße nicht dass sie uns ab bist du ich bin gerade weg zur garage beim anwesend okay ich komme dahin ja komm aber auf aus aus anwesenden ja ja bis gleich ja 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 ok ja aufwesend holo polo loko gute laune warte mal was ich empfiehle nur Hose an hey what the dog doing wo ist miha nur ein auto wird hier den reata von daher und er bleibt mich für sportsigarette aber licks dankeschön für die 400 bits so wirst du musik ich glaube heute will der bitte ja viege 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 ja viege viege wie gefe wie 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 Naja, Oma, das ist schon wieder eine neue Playlist. Naja, Oma, das ist schon wieder eine neue Playlist. Naja, das ist aber nicht so gut. Da fickt der Bass nur rein, Alter. Ey, yo, Davis, guck mal, was wir hier mit der Villa gemacht haben. Junge. Oh, bin gleich da. Jo, jo. Ja, was geht ab, Kim Mellor? Ähm, nicht viel, ähm, Curtis. Oh, warte. Ich hab meinen Auftritt verkackt, warte. Ja, okay. Oh! Ich wollte nur antäuschen, Kim. Ja, ich taue auch. Oh, Gott. Entschuldigung. Alles gut. Ich hab das Beste dabei. Oh, Gott, was ist das? Gott, sterb ich. Das ist die, da spielt's durch meine Frau. Willst du dran riechen? Nein. Aber das hilft bei Prallungen. Warum fragst du? Na, ich frag, weil, wie hat man dran gerochen halt? Nee. Ja, fand das gut. Okay. Kai. Geht's besser? Ja, ja. Oh, Gott. Kai. Danke dir. Kein Problem. Ja. Was geht ab? Boah, nicht viel. Nicht viel. Moral, der kommt gleich. Der wollte... Ich wollte mir kurz sagen, Kapi. Natürlich. Ich kann einfach nicht mehr ohne diese Mütze, Alter. Ich hasse meinen Charakter. Und Schamidi, danke schön für den Prime Star. 55, 25, 20 Monat. Moin, moin. Jo, jo. Jo, jo. Nehmen wir an, die rufen uns an, okay? Ja. Und sagen, jo, kommt hier und hier an. Ja. Dann gehen wir hin und sagen, wir haben mitbekommen, da war ja richtig Trouble, hier ein Dings. Los, Los Santos. Dass gewisse Personen gesucht werden noch. Dass wir die quasi haben, oder? Oder was sagen wir? Naja. Okay. Mach mal einen auf Kartell, äh, Kim. Los, Kim. Vergiss nicht, dass wir da sind. Ja, klar. So, wir kommen jetzt an, Mann. Du bietest uns den Platz an. Was wollen wir hier? Äh. Am Liga, ne? Oh, sind sie hier der Chef? Naja, klar. Was haben sie denn für mich, ja? Und wie folgt, das ist wie folgt, ja. Ja, genau, ich denke auch schon, dass die prangen, so, was wollt ihr, was habt ihr? Was habt ihr für mich, ja? Also, Mann. Und wer perfekt seid ihr eigentlich? Ja, wir sind so niemand Wichtiges, wahrscheinlich, in euren Augen, jo. Aber. Okay, und warum hau ich jetzt, ähm, warum willst du was von mir? Naja, wir bekommen viel mit, Mann, und zwar ist das so. Äh, sind ein paar Leute gestorben, jo, die kannte ich, und ich weiß warum. Na, die, äh, die hatten ziemlich Ärger, wahrscheinlich mit euch. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Äh, ist das eine Drohung, oder wie? Nein, Mann, das ist ein Angebot, jo. Als Zeichen des Friedens, hm, haben wir da vielleicht so zwei, drei Leute, hm, die auch noch trinken, die werden gesucht. Jetzt wollten wir nachfragen, und, äh, wir würden gerne eine Opfergabe abgeben. Du hattest gestern noch angerufen. Ähm, wenn ihr, da wurde ja gestern jemand eingeliefert. Der liegt oben, zwei Tage irgendwo. Der ist im Koma. Wir haben auch keine Änderung dazu. Was? Wäre Billy, oder? Ja, genau. Okay, ja. Der wurde von Dinkelberg in den Koma gesetzt, weil der super schwer verletzt war. Okay, ja. Der wurde in den Staudamona geworfen. Ja. Kann sein, dass der in Gefahr ist, wenn sich da jemand der Kuning will. Ja, wir geben dir nichts raus. Dürfen wir eh nichts rausgeben, aber... Ja, stimmt, du bist leitende Person, leitende Dings, ne? Fuck. Ja, richtig. Das heißt, wenn die Cops kommen, musst du denen das sagen, ne? Äh, nee. Die Staatsanwaltschaft muss es absegnen. Ja, genau. Wenn die mit so einem Beschluss kommen, musst du denen das sagen. Ja, richtig. Was ich sagen wollte, ist, das muss ein bisschen heimbleiben. Weil der ist in Gefahr. Weiß die DA davon Bescheid? Boah, das ist eine gute Frage. Die haben gestern meinen Pinsel angefragt, aber Pinsel meinte, er weiß von nichts. Okay. Da wurden einige vom Staudamm geworfen gestern. Ich glaube, zwei, drei Leute. Manchmal haben wir ja über Gerät, dort werden wir alle gerettet, soweit. Ähm, äh, okay, ja, vielleicht mal mit Glück in Verbindung setzen oder so. Mit Glück. Ja, das kannst du gerne machen. Okay, alles klar. Dann mache ich damit nichts Bescheid. Perfekt. Okay, wollte nur Bescheid sagen. Jo, ciao, ciao. Ja, wir werden das schon machen wohl. Ja, ja, ich sag, dass wir mit den Vorgängern gearbeitet haben, bla, was weiß ich. Ja, wir haben ja für Regen gearbeitet. Ja, Grüße. Was machen meine Busse? Hallo, Roach. Oh. Oh, ruf mich an. Ruf mich. Ruf mich. So, die Ärzte wissen Bescheid, die sagen, wir geben nichts raus. Er ist immer noch im Koma. Ja. Eigentlich müssen wir nur auf dem Anfahrten. Hast du wirklich zwei Nightblades bestellt? Ja. Ich wollte ihn jetzt aber gerade nochmal anrufen. Leitung ist aber belegt. Und ich habe von Dr. Chuck das nicht geklaut heute Mittag. Weil das stand da rum. Okay. Aber ich gebe es dem wieder. Das war ein Grünes. Bevor das niemand anders mitnimmt. Weißt du, was ein Bison kostet? Boah, 40.000? Ach so. Wollte ich doch auch ein Mädchen anrufen. Ja, kurze Frage nochmal. Auch der Grund, warum ich mich eigentlich angerufen habe. Was kosten so ein... Auf Billy aufpassen, ja. Bis uns das Kartell sagt, ob die den wollen oder nicht. Und je nachdem, wenn scheinbar dann was mit dem passiert. Streamer zittern, wenn ich komme. Denn ich komme im Winter. Hey, Chad, was geht ab da hin? Hallo, Triss. Dr. Chuck? Ja? Ich habe ihre Lampe heute Mittag geklaut, weil die stand da rum. Bevor die Wagen das klaut. Schönen Abend. Ja, Quartis. Hast du mir zugehört? Ja, ja. Ich musste... Es waren nur Leute, die mich nach Wegbeschreibungen gefragt haben. Du hast meine Lampe, das ist nett. Ich dachte schon, ich muss wieder zwei kaufen. Nein, nein. Ich habe die geklaut, damit sie kein Neukauf müssen. Weil sie haben die vergessen. Ja. Ich bin eigentlich selber schuld, dass mir die mal geklaut wird. Aber ich denke mir, warum sollte... Warum klauen mir die Leute überhaupt Lampen? Das ist doch frech. Na, weil die dumm sind. Was machen die mit grünen Lampen? Ich bringe ihnen die gleiche oder kommen sie vorbei. Wir sind in der Wilder. Ja, ich komm mal vorbei. Okay, bis gleich. Meine Frage, wie kann man OEC-Wissen ein Spiel bringen, ohne für mich dann auf den Sack zu bekommen? Indem du die Informationen, die du OEC bekommst oder mitkriegst, einfach nicht benutzt. Alles klar, Mann. Ich danke. Ich wähle mich nochmal. Peace. Oh. Ja, und Dr. Chunk kommt jetzt her. Ja, das kam bei euch Bescheid, Mann. Das ist... Da musst du ein bisschen drauf achten, weil die das so ein bisschen schwer bei England gewöhnt haben. Ja, der kostet 35.000 neu. Joch. 35.000. Ja, Mann. Ich schwöre, ich habe den günstiger gekauft, glaube ich. Ist das Ding im Bison? Ja, der hier. Der 6-6-er, der Pick-up hier. Was ist mit diesen Dings, die du bestellt hast gestern auch? Ja, der ruft mich... Diese Graffiti-Dinger? Ja, der ruft mich in der Stunde an. Das ist noch auf dem Wochenmarkt. Wollen wir zum Wochenmarkt mal fahren? Ja, der Dr. Chunk kommt jetzt, ja. Okay, dann können wir da hinfahren. Na klar. Dann gehen wir uns irgendwas vor. Nee. Geh mal. So, und wir versuchen mit denen zu handeln, dass Billy überleben kann. Ja. Ich bin ganz ehrlich, nach gestern, was David da schon für Scheiße gemacht hat, würde ich den am liebsten umbringen. Ja, wenn die sagen, nee, dann sagen wir, okay, dann bringen wir den anderen um. Dann bringen wir den Billy um an. Dann bleibt halt Macarena im Leben. Falls die überhaupt den suchen. Ja, genau. Falls die die überhaupt suchen, ne? Ja, und das ist jetzt gerade, das ist so ein Punkt. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die die suchen oder beziehungsweise warten, weil die schon in letzter Zeit so viel Trouble näher hatten. Weißt du, mit Bernd und so. Das hat sich ja verbreitet wie ein Lauffeuer. Dass die da ein bisschen den Kopf einziehen. Deshalb würden wir das dann machen. Was, wenn die uns fragen, was wir dafür wollen? Dann sagen wir Respekt. Das ist ein Zeichen des Friedens, Mann. Dass wir nicht zu diesen ganzen Verschwörern gehören und, äh, dass wir Ärger mit denen haben wollen. Okay. Wir gehen ein bisschen Sicherheit gegen. Hallo, Mila. Don't be fool, but the white said again. I'm still, I'm still. Me have fun. Park. Und Walter? You should have a little now, have a lot. Und Walter? Wo bist du? Na, ich bin noch mit der Wilder. Kommst du höher mit Rata? Mit Tata? Oder soll ich nicht abholen, komm? Das ist hier immer noch nicht viel schlafen. Hier komm ich abholen. Stimmt, der wilde eigentlich recht. Warum pennen wir eigentlich nicht hier immer? Was können wir? Du willst nicht pennen? Warum schlafen wir nicht in der Wilder? Ach so, ich weiß nicht. Wir können da dein voll gefurzes Bett hier rüberbringen. Wollen wir ein Haus verkaufen? Stimmt, eigentlich können wir das Haus verkaufen. Das ist super viel Welt, ne? Wir haben hier so viele Wohnungen. Aber da wohnen doch noch Pinsel. Warum scheiß auf Pinsel? Pinsel kann doch wohnen jetzt auch doch hier, oder nicht? Okay. Außerdem wohnen, glaube ich, Pinsel jetzt auch schon hier. Oh, äh, echt? Klar, der hat auf dem verletzten Nacht hier geschlafen. Okay. Ja, Karo. Steig in deinen Rata und komm her. In meinen Nahtag? Wie? Okay. Jiii. Das gar nicht. O-okay. Wobei. Wobei. Na, ich glaube aber nicht, dass der Pinsel hier bleiben wird. Jo, kann sein. Mir ist scheißegal. Ich komme zum Friseur, ich habe meine Dreads wieder. Warte, boah, ich habe kaum noch Viech. Ja, dann lass doch mal. Was für einen Fisch organisieren. Hinten im Pool? Hier vorne direkt. Äh. Was ist das? Angelbecken. Misty B. Verena, danke schön für den Wieser im fünften Monat. So, schönes Auto in der, oh Gott, das ist so, das muss man. Ja, aber den Komet lässt ich wieder umlackieren. Ich glaube, ich mache den gelb. Oder weiß. Hm. Der ist auch geil. Wingen wir hören, der? Johnny, oder? Oder Johnnys Freundin vielleicht? Aber nur im Breitbau ist der geil. Die werde ich ihm ausspannen übrigens. Ja, die hast du ja gestern mitgenommen im Auto. Hm. 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 Dein Teich? Das ist ein Mixed Marshall Fisch. 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 Das habe ich 90 Dollar für den Burger ausgibt, bin ich reich. Nach zwei Minuten hast du eh wieder Hunger. Gerade Betrug ist das. Das ist aber Tierquälerei, ne? Was? Na, wenn man dem Viech auf den Kopf haut. Nach mangeln. Aber wir essen den doch. Ja, aber es ist trotzdem Tierquälerei. Ja, wenn wir die jetzt fangen würden und dann wieder loslassen, würden wir das nicht viel schlimmer? Weiß nicht, dann sind die gepierst. Ja, das ist doch Quälerei. Hm. Da kommt wieder. Ne, das ist doch doch Chuck. Aber gut, dass wir hier sind. Ich muss eh pinkeln. Ja, das ist laufend, Mann. Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Was meinst du, wenn der Wasserspiegel um 10% gestiegen ist? Und das so warm ist? Dr. Chuck! Nein, der fährt wieder weg. Nein. Dr. Chuck! Wir sind am Angeln. Dr. Chuck! Ich bin hier. Oh, ich komme. Oh Gott. Toll, das ist mein Angeln untergefallen. Hast du gehört, Kim? Ich hatte Leim im Mund. Im Rachen. So angenehm. Natürlich. Super. Also Geräusche. Du hast eine Filterjagd, Mann. Komm, Sie angeln, Dr. Chuck! Warum nicht? Die Fische haben sich so schnell verbreitet, Mann. Wir müssen ein bisschen abarbeiten. Natürliche Auslese. Ja, genau. Weg mit dem ganzen Kreuz. Geht doch. Hat der andere gestern noch überlebt? Welcher andere? Nein, dieser komische Gustav. Vor der Garage. Ja, ja. Der war dann. Ich habe den noch nach Sendyshows gefahren, weil der Arme hat kein Auto und nichts anzuziehen. Aber das Auto war ihm wichtiger als die Kleidung. Ja, wie ganz wohl der Typ auf diesem Golfplatz. Das wollen noch Zeiten. Ja, Sieg tut mir leid. Er muss sich irgendwie mit sehr vielen Leuten verscherzt haben. Er muss sich nicht leid tun. Das ist ein Idiot. Er ist immer frech. Ihr seid aber auch frech. Ja, aber wir können uns doch leisten. Wir sind asozial. Und reich. Und reich. Und gut aussehend. Einer von uns. Ja, Mann. Und wortgewandt. Wir sind von der Arge. Asozial reich. Gut aussehend. Wir sind der perfekte Mensch. Großartig. Wann gründen wir unseren Angeverein, Dr. Chuck? Ja, Anton wollte ihn eigentlich gründen, aber Anton ist spurlos verschwunden. Ja, wo ist Anton? Keine Ahnung. Wo ist Mike? Ja, das wussten wir doch. Ja, hier war eine Makrele drin. Wer ist denn Anton gewesen? Ja, der Penner, Mann. Der Alkoholiker. Ah. Ich erinnere mich da. Keine Haare. Lange Bart. Leichtes Aggressionsproblem. Ja. 60 Jahre plus. Stimmt. Wo ist Anton? Und wo ist der Make-up Louis? Keine Ahnung. Er war noch mal dabei. Kefka? Ja gut, Kefka war Kefka, ne? Mike. Fat Mike? Ja, Wade. Ja, Wade haben wir verloren. Hallo, Boys. Wade haben wir verloren. Wade hat neue Freunde. Er hat eine neue Familie. Was für eine Familie denn? Beim Papa Chase oben oben beim O.D. Der arbeitet auch. Ach, die Angels of Dove gibt's wieder? Ja, genau. Oh, aber das sind nur andere Leute. Aber genauso dumm. Mit denen haben wir uns gestern geprügelt. Und du hättest gewonnen. Das spielt keine Rolle. Na klar spielt das eine Rolle. Ach, für mich nicht. Wir waren ein bisschen mehr tief. Ach so, es geht um das Statement, ich verstehe. Ganz genau. Nee, wir waren eigentlich nur, weil Sandow Wade holen wollte. Aber Wade wollte, genau wegen dem Schluss. Aber Wade wollte nicht mitkommen. Sandow habe ich übrigens auch schon gesehen. Boah. Es ist Freitag, ladies and gentlemen. Ich frage mich halt, was mit John passiert ist vom O.D. Das war der Prisip vorher. Mit dem wollten wir nur was fahren, wegen Wildcats. Ach, das war ein bisschen ein richtiger Chapter. Ich dachte, das ist nur ein Motorradwerk statt. Naja, die haben Kutten an der Stadtpräsident drauf. Oh Mann, ich hatte die auch mal. Und Wade auch. Die haben wohl diese One-Po-Center-Patches. Das musst du dir mal überlegen. Wade hatte Kutte von denen gehabt und die zu nerven. Jetzt ist er da. Ich verstehe das nicht. Das gibt für mich keinen Sinn. Ja, für mich doch nicht. Warte mal, was? Ich habe nicht zugehört. Wade hat sich nochmal eine Kutte vom A.D. Er hat draufgeschissen, draufgepisst, Mann. Ja, die muss halt so... Soweit ich weiß, ich habe Wade gefragt, der hat die abgegeben, ne? Der hat die nicht mehr. Ja, und jetzt ist er aber trotzdem da, das ist ein bisschen... Ja, das ist Hass. Vielleicht manipulieren den. Oder die haben vielleicht gesagt, gib uns die Kutte, Mann. Bleibt hier, Mann. Wir brauchen hier jemanden. Stimmt, vielleicht... Oder wir bringen dich oben an. Vielleicht wird er erpresst. Ja, vielleicht wird er presst. Aber dann, weil er gestern mitgekommen hat, weil die befreien wollten. Ja, vielleicht haben die was in der Hand, Mann. Vielleicht haben wir... Vielleicht haben die... Seine Ziege. Oh Gott. Oh Gott, die Hede, die? Ja, man weiß nie, ne? Und Dr. Chuck, Dr. Chicken klang gerade ziemlich traurig. Ein Telefon. Was mit Dr. Chicken? Niedergeschlagen klang der. Warum das? Weiß nicht, habe mich gefragt. Ich meine, er hat auch viel Arbeit jetzt. Dreimal so viel Arbeit wie vorher. Wusste gar nicht, dass er da ist. Normalerweise ist er am Wochenende nicht da. Wussten Sie, dass Mila befördert wurde? Nein. Oh, ist jetzt eine Vorgesetzte. Hand of Department. Oh Gott, von welchem Department? Keine Ahnung. Ach so. Das hat Dr. Chicken gemacht. Ja, okay. Na, ich werde es schon wissen. Ich hoffe, dass wir so oft im Dienst sind. Beziehungsweise im AirToway sitzen. Und ich habe gestern ein AirToway geklaut. Musste ich kurz. Ja, das habe ich früher auch einmal gemacht. Beim Billbox habe ich geklaut. Das war ein Notfall. Das war ein Notfall. Ja, das dürfte ja, oder? Also, ich bin ganz ehrlich, Dr. Chuck, ich mache, was ich will. Ja, ich muss. Ich meine, ich war ja im Dienst und war Funkgerät, alles da. Ja, ich bin auch kein schlechter Umgang. Also, ich bin schlechter Umgang für ihn, Mann. Ich habe ihn dazu angestellt. Doch, ist nicht seine Schuld. Ja, wenn er im Dienst war und im Funk, dann ist es ja kein Städtisch. Diebstahl. Na ja, aber ich hatte keinen Uniform, Mann. Ich schon. Ich rufe mir einen Mail an. Hallo, ich brauche dein Stethoskop. Gott. Du? Wegen dem Tresor, den ich aufknacken will. Hey Mann, was machen wir heute? Was hast du Bock, Kim? Na, wir können mal die Börse abchecken. Wollten wir gestern schon. Ja, stimmt, Mann. Ich will auch shoppen gehen. Ich brauche neue Klamotten. Die hast du bitte nötig schon seit Monaten. Seid jetzt offiziell keine Opto-Hallosen mehr? Naja, du hast nur noch ein Lifestyle. Genau, wir haben uns das ausgesucht. Na, wir nennen dich jetzt. Ja, nennen uns Kleiner. Dionys nennen wir uns. Ich dachte, Baronschaft. Ja, ich bin der Baron. Ja, Baronschaft, Mann. Wir sind eine Gemeinde, Mann. Halleluja. Hier wohnen sogar Prinzisten. Ja, Mann. Ganz oben im Turm. Wir sind dann der Baron und seine Leute und der Finanzminister, Mann und Landwirtschaftsminister. Ich bin Gesundheitsminister. Wir sind Gesundheitsminister, genau. Mann hat Geschäfte. Wir sind jetzt Geschäftsmänner. Oha. Hast du Drogen? Stark? Opium? Nein. Ob ich was brauche oder ob ich was habe. Ob du was brauchst. Nehme ich immer gern. Wenn du was hast, Mann, nehme ich es auch. Okay. Heute Nacht wurde in mein Hotelzimmer eingebrochen, das habe ich noch nie erlebt. Wo wohnen sie denn? Im Carstenburg Hotel momentan. Wo wohnen sie denn hier? Ja, doch, Jack, Mann. Wohnt sie hier, Herr, Mann? Ja, ich mag mein eigenes Zimmer zur Kontemplation. Ja, kannst du hier haben, Mann. Sogar so ein Yoga-Entspannungsraum mit so asiatischer Musik. Und wir haben auch einen Segway, was nur A nach B fahren muss. Ja, Mann. Das klingt furchtbar. Ja, we. Sagen Sie doch ehrlich, Sie wollen mit uns nichts zu tun haben. Ja, im Tiefflügel, Mann, da ist es immer ziemlich ruhig. Das ist nur hier vorne, ist immer sehr laut. Nein, das stimmt nicht, aber ich wohne halt gerne alleine. Hm, okay. Genau, sonst sieht niemand noch, wie sie die ganzen Leichen wegschaffen, ne? Und am Hülschen schnüffeln. Kranke schwein. Hey. Ja, Doc Tuckmann, was ist denn eine Flasche Kodin wert? Ich hab keine Ahnung. Ach so, 1500 Dollar. Also wirklich, also... Ah, okay, beim Kokainpreis können wir vielleicht theoretisch ein bisschen nach oben gehen, Mann. Aber... Mir wurde mal das Opium für 750 Dollar angeboten, aber das finde ich doch etwas teuer. Ein Gramm? Ja. Ist er besoffen? Ich geb dir ein Gramm für 75 oder 50, Mann, weil du's bist. Ja, ich wollte damit eher eine medizinische Studie machen, aber da hat die Justiz ja nicht mitgesprochen. Medizinische Studie, ja, ja. Ja, ja. Ja, welche von diesen Medikamenten sollen heilende Wirkung haben, andere schädigende. Das muss ich noch herausfinden. Ich glaube, jede Droge hat so einen Nachteil. Einen Fisch noch, dann geh ich grillen, Mann. Ja, aber ich geh jetzt schon grillen, mir ist es kalt am Schwanz. Ich schmecke noch nicht, das ist bei mir nicht so. Erstmal ab in den Trockner hier. Spür mal, tippt ihr die Bude. Ja, ne? So richtig lebendig. Hast du schon mal alles angeguckt? Nein. Dann geh mal einfach ums Haus, Mann. Hallo, wo Jammys im Chat? Nein, gut, die war auch mal besser, ehrlich. Ich glaube, ich suche mir eine neue Community. Hallo, Van Nocti und Leben Woran, hallo. Scheiße, wollte ich trocken. Ja, komm, schauen. Komm, Viechi, Viechi. Das war ein dickes Ding jetzt. Hab ich. Ja, Mann, zieh den jetzt nur noch rein. Jo. Den kannst du aber nur noch für Suppe verwenden. Blöder Viech. Ich halte mir einfach den Kopf ab, Mann. Voll in den Kopf geschossen. Der hat ein richtiges Ladenost bekommen. Oh Gott. Oha, Joshua. Oha. Was sagt ihr da? Was sagt ihr da? Komm, mich in den Grillen. Ja. Ja, wir haben die Zelte ja wieder aufgestellt. Ja, ich hab die vorhin, Mann. Ding, die das scheiß im Tor hat. Ja. Aufsteht mir das? Ja. Ja, der Kutter, nur Wechser. Ja, klar, ne. Ich bin der Büchse, Junge. Bin der Büchse. Oder nämlich Kittchen. Wird auf dem Motorrad geboren, Junge. Ja, grüße euch. Hier ist Roy, Mann. Nochmal wegen den Nightblades. Hallo, Dieter. Genau, zwei Stück, Mann. Warte, warte mal kurz. Ja, Körtis, willst du jetzt eins oder nicht? Na klar. Ja, zwei Stück. Das soll aber mal ein Rebat geben. Dann muss ich schon zwei Stück bestellen. Ne. Und dann treffen wir uns zurück bei Müller. Aber bei zwei, mach doch noch mal ein bisschen was am Preis gleich. Überleg mal, wir kommen gleich. Nichts. Okay, wir gehen kurz unsere Mopeds abholen. Hallo, Benzo. Warte, ich muss den Viech braten, aber. Ja, das machen wir gleich, dann, wenn wir wiederkommen. Ich halte Viech. Oh. Wo müssen wir hin? Ja, zum Müller. Dann kommt ein Fisch, geht nachher. Oh, ne Polo, Polo, Loco. Ja, doch, sag mal, du willst, wir vermieten auch unsere Zelte, ne? Wenn du mal einen Abenteuerurlaub haben willst. Hier wohnen. 10 Dollar die Nacht. Ah, Geschäftsmann. Ja klar, Mann, sonst werde ich nicht hier gelandet. Oder zu dem geworden, wer ich bin. Ja, ja, das ist doch gut. Ja, Mann, ja, Mann. Alles klar, ab geht's, Jo. Wartet ihr ja kurz, sagst du, Chuck, Kim? Ja, komm. Und dann weg, komm, komm, später wieder. Ja, oder so. Eigentlich kann Kim mitkommen, dann kann er das Auto zurückfahren, ne? Ja. Ja, ne, ich brauch mal, ach so, ja. Ja, oder wir bringen die einfach wieder nach unten in die Garage. Oder so. Oh, mein Bett. Und was fahren wir? Keine Ahnung, mit was wir fahren. Mit Porsche? Ja, Grüße, guck mal. Komm, fahren mit Porsche. Der Müller ist jetzt da, Mann. Und ich fahr jetzt da hin und hol was ab. Meinst du, du kannst ihn anrufen? Irgendwie, und, und. Kannst du da nicht jetzt runterkommen und bestellen? Du bist zum Müller, ne? Flughafen? Ja. Ja. Flughafen? Ja, ruf mich, ruf mich. Ja, ruf mich einfach an, Mann, wenn du fertig hättest. Auf pace. Zum Flughafen, ne? Ja. Dum 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 dum. Oh Gott, ich fahr 240. Und die Karte ist schon geil, Mann. Aber die in schwarzen, ne, weiß ich nicht. Hat auch was, aber der andere, der Cinco Milan schwarz ist krass, ist krass. Ja, einfach krass. Ja, ich mach den gelb hier oder so. Ich fand den blauen Eis ziemlich nice. Wow, wow. Alles gut. Dum 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 dum. Ich hab noch keine Nightmare gesehen auf der Straße. Fuck, ich bin fein, der war nüchstig. Ich hab auch noch keine gesehen. 50.000 ist auch eine Nummer. Ja, aber das ist eine dicke Maschine. Ja, Mann, voll geil. Na, 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 na. Child, way too hard. das war nicht so ein song highway to harry weiß nicht bring ihn zum tagwäscher na klar ja passt auf meine karte auf wo dein katzen baby hallo die beim vergüeber weit nicht hat sind unsere scheiße ich brauche nur mal ein schild alter hat er nun mal ein schild dran ich weiß das kann ich mir was geht ab was geht ab was geht ab und sonst ja die meisten wo eine haben die fahren die halt nicht ja ja gibt noch nicht so viele aber wir hatten es gerade man ich habe noch nie eine gesehen gehabt irgendwo was aber auch die früherheit so vereinzelt aber als ich glaube aktiv kenne ich eine die rumfährt jetzt gleich zwei mehr aber ganz schön teuer 50.000 ja genau also das hast du überlegt dafür kriegt man dann schafft davor zwölf ja aber den fände jeder nicht mein nur von dem material ding ja klar wieder hallo kannst du zum flughafen beim hamula im flughafen mal der krone wo wir mit pinseln ich habe mir was gekauft ok ok ich habe mir eine moped gekauft ok aber ich habe einen zahnwölf ist wochenende und so ist wochenende ja bis zum rumkusen wo er hat eine bestätigung habe ich gesagt okay ich will eine night blade ich will auch ein motor was dann was willst du haben ich will ein guccio boah jo dann komm her bekauf meine kannst du aber ich habe ich habe nur 25.000 ja wir haben 75.000 und so teuer ist die nicht niemals ich glaube doch ich habe das mal gesagt ja dann komm einfach her ja ja karo bis gleich gleich jawohl weißt du was nach kuccio kostet nicht die drag die normale also nicht die drag die normale die normale 34 also ich habe noch fünf gelbe und drei grüne ich frage mal kurz nach also frage ob er sich sicher ist du willst aber nicht die drag haben sondern die normale oder du willst nicht die normale du willst nicht die drag kuccio ne bist du doof ich habe keinen schwanz ja ich muss mich doch ausgleichen welcher kuccio willst du haben aber die ist voll kacke ja und die andere ist besser ja ich weiß dass ich will die lange halt irgendwie sicher steht hier guck dir die mal an damit kannst du nicht auf ein rad fahren und so ne hallo ich will doch gar nicht auf ein rad fahren ich bin doch nicht müde vom leben her die normalen kuccio ist richtig sexy guck dir das ding mal an hier ja ja das für stützräder ja ich brauch das ja auch keine fragen nach wie toll das ist schon wieder geld verschwenden warum verschwenden was kostet die drag gewöhnliche sachen wo immer dann eine gerne bestellen noch dazu drag oder normal ja die drag drag also die die hinter uns steht sollen ja ist ja die drag sieht richtig sexy aus die normal ist ich gar nicht mehr ja wir haben ein bild auf der homepage ich kenne keine homepage ganz keine homepage ja wenn ich dir ein bild mal wirst du auf jeden fall nicht helfen glaube ich sieht richtig sexy aus mir die normalen ich glaube ich kann damit was anfangen wenn du dich ein bisschen nur mühe gibst dann macht mein kopf den rest okay nämlich normale besser ja wie das hühnchen im sack vielleicht kann man das also die akutsu normale vom fahren her interessiert mich nicht ach so du willst nur anschauen ja ich brauche ich bin mit vielen männern unterwegs und ich habe keinen schwanz ich brauche also ein ausgleich und deswegen dachte ich die lange bringt es schon ja ich wollte es jetzt sagen die lange ist natürlich ne nehmt ihr einfach ich weiß wie ich dich sehe die ich mag die ich nehme die ist eingepackt pack in der tüte mitnehmen ok ok es gibt wartet auf uns ich glaube schon das muss am anwesen sein ja wir kommen wieder bis so ein mülde bike mit der kutsch du kannst du nicht vorgast gehen ja hallo haben wir auf den komischen moped kannst du auch nicht auf einrad fahren und dass er zum cruisen ja und meinte auch ok soll ich dir die rechnung stellen war für beides ich zahl das ab doch nicht ja wie wii wii als ob ich zahle du hast uns ja war ich doch nervt du nicht ja ja ich bin gerade ich will hier ist einfach die rechnung dankeschön das meinte ich man kann sich kein beikaufen ich hatte schon vor wochen vor hab ich wohl und gestern war ein paar motocross dinge unterwegs da waren wir noch was trinken ja haben uns geprügelt und dann war da kamen wir irgendwie auf nightblade man und dann hat war ja die drag ist schon geil wenn du einfach gerade aus fährt die mega ab aber gut du kannst halt auf ein rad fahren 300 oder so der cooper damals immer gefahren was sagen die finanzen jetzt wahrscheinlich minus das geht schon ein akutscher welcher sieht regular normal dazu fahrradhelm er für mein sicherheit ich kann dir ein motorrad hin geben ich weiß nicht diese ein bisschen hast du einen schönen kann glaube ich hinten noch einen rosa liegt auf bei mir liegt auf große füße ich habe gerade die bestellung gemacht ja da muss ja eine hakutschutu eck und zwei nightblade ja ja was trägt denn da nicht auf ich tag manchmal rot manchmal baue also ich bin mal blöd mal bin ich in kühl wenn ich will okay aber wo ist nicht pink wie gesagt große füße ja wenn du rote schuhe an hast und dann den pinken helm dann soll es das doch ausgleichen oder nee das beißt sich und wie gesagt die füße wachsen die hände auch das ist das ist dann nicht mehr schön was bist du manchmal und was noch ja wenn du rot trägst bist du was und dann blöd und wenn du blau trägst manchmal auch wenn ich will ich habe keine ahnung was er redet dafür stört aber ging mir die dinge also ich kann dir ein schwarzes motorrad haben den habe ich noch oder ja dann nehme ich schön das voraussetzung für motorrad ja bei motorrad schnüffel ist ja noch besser weil keine insschutzscheibe und so hat die nightblade ein nummernschild ja leider oh gott das ist halt echt dann muss man auch ls nehmen und dann kann man riesengroß machen wie es gibt keine sonderregelung bei beiden dinge bei motorrädern damit man nicht so groß hat also ja ich glaube nein ja ich überlege ja genau gehört das fragt man gibt es bei motorrädern irgendwie so eine sonderdings damit man nicht so einen großen nummernschild hat weil das sieht echt scheiße aus wie also das ist also das geht nicht weg hier also das ist so wie es ist ja aber wenn bitte was hast du gesagt mila hat gemeint ob das ohne ls geht das geht leider darf ich überhaupt nicht aber das sieht doch mega glücklich aus wenn man da jetzt alles und dann immer stehen hat ja ist egal man einmal das machen leider hat er kann es gesagt ja wir werden wir erklären dass mir die besorgen wie man ja egal was jetzt nicht man hätte ich gerne baron das baron ja perfekt dankeschön ich danke scheiße ich muss nachdenken ich muss nachdenken die akutsch bekommt dein frau ja genau die dame kommt gleich dann nehme ich grime bitteschön ja ganz schön also grime 5.000 dollar bei so einem einkaufen oder auch noch 5.000 dollar bezahlen also ich würde er gerne geben aber ich darf nicht er kann es macht das gemacht doch du gott bin teilt dankeschön sehr gerne viel spaß euch hm er könnte es ich fahr mal schnell zum friseur mann oder wollen wir dann gemeinsam fahren hm mir egal ja ne dann nehmen wir die anderen auch noch mit wollen wir die motorrad jetzt gleich weg bringen oder später mir ist auch egal ja dann fahren wir erstmal zu den anderen mieter ja dein akutschschild täter schon die wollen nur mal ein schild wissen ähm mieter mieter ja dann du musst da hingehen zu meinem müller ja aber ich muss mein auto einparken ja dann mach das doch eben ja karo mal strecken jetzt ins auto weil das einparken geht wofür fahr ich dahin um dich abzuholen wofür fahr ich dahin um dich abzuholen die ja das war richtig die ihr habt ja die 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 den der die 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 noch auf 10 gefunden ja ich kann jetzt aber auch anbieten na quatsch ich nicht auf die schnauze es ist das beste bei junger äther aber der helm hat irgendwie was auf dem bike ne ich weiß auch nicht warum piloten helm junge ich weiß noch nicht wie ich dabei mache wahrscheinlich orange oder so an schwarz oder weiß mal gucken ja was gibt diesen top film den ich tragen will gebe tun da prozentig nicht äther und das ist der weiße mit der feder vielleicht kann man die beantragen ja 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 dass die da drinnen haben das ist sehr gefährlich alter Ja. Boah, was ist da für ein Track, Bruder, alter. Ja, weh. Jo, wacht ihr jetzt gerade ein MC auf oder so? Ähm, also ich gehöre nicht dazu, ich bin mein eigener MC, mhm, angelernt auf einen alten Freund von mir, ich bin eine Raupe. 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 Raupe? Ich bin eine Raupe. Ich bin die Raupe-Gang. Mofoker? Ging-ging. Wo lebst du einmal noch? Ja. Ja, irgendwie bin ich nicht so interessant für die Leute. Ja, was geht euch heute so? Nix haben wir gerade Bikes gekauft, wir wollten die Börse nachher aufschrecken. Ja, dann machen wir alles unseren Carbon und dann hören wir uns. Oh, cool. Ja, bis gleich Fichs. Und sonst keine Ahnung, ich muss noch Fich braten. Ich auch und ich muss jetzt zum Friseur. Warte mal, oh Gott, gibt's den Helm, den du hast auch ohne diese Nieten? Ja. Ich will zum Friseur und dann nochmal shoppen, Mann. Ja, aber dann lass mal in der Karre fahren, oder? Ja, ja. Voll. Ja, komm, let's go. Brauchst du lange beim Friseur? Ich werd schon wieder nervös. Was? Ich will nur meine Dreads, Mann. Je nachdem, wie lange das dauert. Komm, Mia. Ja, gut, ich wünsch euch was. Ja, was geht bei dir? Okay, Mann. Ich darf erst mal mitkommen, Mann. Ja, komm. Was fahren wir? Ja, was machen wir zu? Ja, voll, natürlich, Mann. Wir sind hart unterwegs. Jetzt mit den Nightblades. Ja, wir sind krass. Und welches verreservierst du denn? Neumaker? Ja. Wo ist denn der Kim? Ja, die sind shoppen. Oh, die ist touer, ne? Ja. Wo ist denn der Kim? Ja, die sind shoppen. Hallo. Und sag mal, hat Sandro euch irgendwie angerufen? Ne, aber der ist da. Ich hab den schon gesehen. Ja, ja. Der meinte irgendwie... Ihr werd nicht da. Hallo, Monster Energy. Und Dankeschön für den Tanz, Bruder. Ja. Irgendwie ganz seltsam. Und Lex 10, Dankeschön für die We-Star beim 19. Wussi. 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 Ach, stimmt, wenn du in den Sarscore schlägst. Ja, genau. Boah, jetzt ruft der an, Alter. Ja. Fuck, ich bin falsch, du mal. Ich bin in der Start unterwegs gerade. Ja, dann... Nee, nein, was machen wir jetzt, Mann? Äh, ich komm gleich. Yo, peace. Bist du nochmal zu Müller jetzt? Warum? Ja, die zwei, die Zweifer holen. Das geht ja schnell. Weißt du, die ganze Stadt jetzt ein MC geworden? Ja. Ja? Ja, guck mal, viele Beiges hier stehen, Alter. Ja, eben. Du fuck. Ach du, Heinrich. Ich bin hier los, Alter. Gut. Tagsam. Kurze Frage, irgendeine Friseurzeit? Bei mir dauert es noch. Okay, Mann, dann danke. Aber ich glaube, meine Kollegin ist gleich fertig. Kollege, wir sitzen aus. Ist das so ein Kuschelkreis bei euch? Ja. Ja, nochmal, willst du mitkuscheln? Nee, ich bin nicht so ein Kuschelrucker. Nicht? Nein. Du bist ein geschminkter Clown. Du bist ein geschminkter Clown. Hat mich nicht an. Das sind ganz schön viele Motorräder. Nee, ich hab' ich Bock auch nen MC aufzumachen. Ja, keine Ahnung, man wollte die jetzt erst mal machen, weil ich muss jetzt zum Friseur nach Sandy Shores und dann zu Müller noch. Sollte ich mich melden? Ja, bin ich erst nur da hinfahren. Ja, okay. Dann fahren wir aber erst zum Müller, oder? In der Bates kannst du den Routen joinen. Hast du den Essentials? Die Routen? Nee, nee, erst zum Müller Motors. Ja, warum nicht? Nicht denn so ein Prospekt? Weiß nicht, hast du ein Abo? Ich dachte erst jetzt mir so 14 Tage... Nee, stimmt, erst das erste Mal ist doch nur 3,99$ und dann wird's immer teurer, ne? Ja, genau. Ja, das erste Heft hab' ich. Ja, okay. Dann bist du mein erster Prospekt. Oh, diese Hefte waren so Abzocke. Ey! Jo, ich war so... Oh, ich... Oh, Hass! Hass! Purer Hass! Aber hey, danach konntest du immer was Besonderes haben, wenn du alle so Hefte hattest. Alter, heutzutage mach' ich mir die Dinger einfach im 3D-Drucker. Wo ein Ding ist das? Was hast du, Milo? Ich hatte ein Jamba-Spar-Abo. Aber auch nur wegen dem Nacktscanner. Ja. Der hat nie funktioniert. Hat der wohl? Der hat nicht. Hab ihn sechsmal gekauft. Ah, der hat zwar ein bisschen gezeichnet aus, aber der hat funktioniert. Und irgendwie hatte jeder ein Sixpack. Warte mal, hast du mich auch damit gescannt? Makaro, wenn man's hat, dann muss man's doch benutzen. Ey, Makareno jetzt nochmal so unter uns. Wurde voll im Teuf. Bist du jetzt auch bald tot oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Willst du... suchen die dich überhaupt oder nicht? Also... Aber wenn die anderen gestorben sind, dann müsstest du doch erst recht sterben. Eigentlich ja, deswegen ergibt das ja gar keinen Sinn. Muss ich eigentlich auch sterben? Nee. We don't talk the police. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Milo, komm mal. Warte. Ich hab nur noch 7000 Dollar, ne? Ja. Wir sind fast feite. Und du? Ähm... Ich habe... 27.000. Ja, das ist gut. Dann bist du jetzt mein Sugar-Mama. Oh, okay. Danke dir. Der hat sich viel Geld ausgedacht. Ja, nico, wo's der Pony? Ja, nico, drop a second. Ja, nico, drop a second. Tschiiiisch! Mr. Pony, vielen lieben Dank für 5 giftige Zaps, Mann. Dankeschön. Ah, und bei dir läuft, ja? Boah, joa. Geht. Also... Dankeschön. Danke, danke für den Support. Joa, ich war nicht so motiviert. Ich hab daheim gelegen. Getschilt. Bei den Tagen davor so viel zu tun. Arbeit, arbeiten. Ja, ja. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Ubert, Ubert. Jo, jo. Ubert. Haben wir überhaupt ein Kennzeichen für die... Ne, scheiß auf die Kiste. Boah. Kannst du das auch ohne? Du brauchst halt 5 nochmal extra. Ja, das sind doch 10.000 Dollar extra für nichts. Ich hab kein Kennzeichen. Wir sind doch eh nur zur Show. Hallo, Max. Aber das ist legal. 100% musst du mich kaufen. Weil das musst du bei den Motorrädern. Da kann man eben einfach kein Kennzeichen hinmachen. Hm. Darum hab ich auch keins. Hast du keins? Nee. Dann stände da Miha. Aber gehen nicht. Ja, ich fahr die dann in die Garage und dann fahren wir nach Sandy Shores mal. Okay. Haben die den auch da oben? Ja. Da ist auch nicht so viel los. Wo wollt ihr hin? Also Sandy ist full full. Ja, aber zum Full, ja. Ach so, ja. Da geht's. Sandy ist full full. Am Flug... Am Flugfeld hier. Heißt, da ist der Racing Event oder was? Da ist die Hölle los. Nee. Wochenmarkt. Ja, genau. Wochenmarkt? Ja. Sind da so Fischverkäufer oder was? Ja, Fiche, Fiche. Ja, der steht, der steht tatsächlich dort. Die verkaufen einfach Viech in der Stadt? Das ist mein Business. Ich wollte erst, wie der Viech verkauft halt im PD. Am Bullock damals noch. Aber die machen nicht in der Stadt, sondern in Sandy Shows. Ja, und dürfen die nicht. Warum? Weil es mein Business ist. Ich habe diesen Bullock immer auf den Tisch gezogen. Dann mach Gangbang mit ihm. Ich habe den immer veraltete Informationen verkauft. Das war auch geil. Ja, und ich habe seine Schwester abgezogen. Die war ganz geil, habe ich gehört. Was war die? Mama. Oh Gott. Oh Gott. Also, ja. Ja, ich glaube, das hat selbst der Bruder gesagt. Vielleicht habe ich es auch mal gesagt. Ich glaube, da lief auch was. Das war so ein O'Neill-Dick. Ja. Ich will mal mit meinem Handy. Arschloch. Ja, du suchst jetzt bestimmt einen Weenert, ne? Ja, richtig. Mhm. Kranke Sau. Ah, da habe ich sie, ja. Mendelin. So was Klanges. Ja, schluck auf. Es tut weh. Scheiße, Mann. Ich bin pleite. Ich hoffe, dass du mir das leisten kannst mit dem Tuning. Riech einfach an das Geld von Paletti. Scheiße. Ich brauche auch immer wieder Kohle. Alle riechen dran. Hallo. Kann mich einer abholen? Äh, bei Max Müller. Und 2-Spec. Danke schön. Danke, bitte. Oh, das sind die. Alle packen die ein. Ich hätte jetzt mit was geiler umgerichtet. Nee, nee, die beiden haben doch so Dings gemacht. Da kommen Graffitis drauf. Ach so. Ja, ja. Gestern hat er wohl ein Fummi gemacht, Mila. Ich dachte, das interessiert dich. Ein Fummi? Schön, dass du mich ohne wolltest. Ein Fummi? Der hat ein Fummi gemacht. Der ist hingefahren mit der Sanchez und hat Fummi gemacht. Ja, scheint ihr richtig zu interessieren. Okay, wir können weiter. Bleibst du hier? Bist du abgeholt? Ja, ich werde abgeholt. Ja, ich werde abgeholt. Und keinem. Späte mal. Jojo. Let's go. Späte mal. Mach's gut. Mach's gut. Bye-bye. Mach's gut, Roy. Boah, ich fühl mich heute schon wieder so träge, man. Was? Ich fühl mich heute schon wieder so träge. Wahnsinn. Mein Gehirn denkt sich so, wo händen die raus sollen und mein Körper so, jo, warte mal sechs Sekunden. Mhm. Was, wenn sich heute da keiner meldet? Dann scheiß auf, ne? Moment, ich muss Gott wieder einen Schluck auf klarkommen. So. Der Tickeflick. Tickeflick. Ein Schlucker. Ich bin eine Raupe, Mafolker. Ein Raupe. Ein Raupe. Ein Raupe. Boah, ist das langweilig. Spann dich mal ein bisschen, man. Finde ich dauerhaft sechs Stunden Action. Bro. Frischlingsbuss. Ich bin eine Raupe, Advangone. Fische Pfeilig. Ein Pfeilig. spinnt die überall. Ich muss meine Haare pink machen. Und das dann? Na, da ist der Deskot. Und was? Der Rauten. Das ist ganz wahr. Oh, wahr. Na, da war immer grün. Aber grün? Ich glaube schon. Ich meine, das war pink. Schöpfe während von mir. Ach nee, wir hatten pinke Taschentücher. Ja. Weiß nicht mehr. Irgendwas war pink. Ich bin's Roy nochmal, man. Du bist nicht mehr wiedergekommen. Ach so. Ey, was kosten? So einen neuen F Cabrio? Gut, 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 gut. Guck, hier ist Wachenmarkt. Alter. Uah. 69. Oh Gott, Kopfschmerzen. Ja, machen wir. Treffen wir uns bei Müller? Ja. Kurze Werbeunterbräuchung, der morgen lebt, alter. Das ist... Ja, okay, das ist jetzt wegen dem Wochenmarkt, ne? Nummer vier. Ja, mach sagen wir nichts. Ja, wir. Ich bin's. Sieht man, dass die Mann gut besp... Was? Bodo? Was? Ich hätte so zwei Minuten sind losgehe, das ist jetzt kaum schnell, weil es zu viel los ist. Man, ich meme da auch nur rum, wenn ich sag langweilig und so. Ich hab da keinen Stress, mit irgendwo hinzufahren. Alles wartet heute nur auf diesen Anruf. Ich hoffe, dass das passiert. Wo kannst du ein Update? Ich hab nix erfahren. Schwester Kusch will mir bestimmt was schreiben. Ich frag mal nach. Ich weiß nicht, ob es mir gehört. wo seid ihr hängen du musst du ein bisschen gerade auslaut nicht jetzt gerade aus boah okay hat auf einmal vor kurz warum musst du fast ja ist okay schön dass du einfach auflegst okay schön dass du einfach auflegst wenn ich mit der quatsch ich habe schon eher aufgelegt das ist voll kacke aus was dann denn das hier so gas ist das nur teilanlage trotzdem das passt doch gar nicht in wüste du brauchst du eine schere oder ich habe dann können wir das doch bei uns am anwesen machen oder nicht nach den haarschneiden hatte ich telefoniere könnte ach so hoch ja roman ganze karre zerbumste das ist ich bin extra ich weiß aber die gefallen ja okay wir kommen kurz beim anwesen vorbei ja okay dann kommt ihr her aus da bis gleich ja tata ja chris b ja wir sind am präsenten schoss ich habe schon wieder kopfschmerzen gleich rastisch aus mann ey ich weiß nicht jetzt sind wir meine settings schuld warum ich crashes habe mann mieter 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 eigentlich gibt keine abdates zum katzen baby 1 ist der und er trinkt es trinkt ohne ende zum glück herr super wird die neid der bobe die auch mal wieder bock ja und nächste monat harry potter ja habe ich mir in die hose gemacht weiß nicht was wollen da vorne an feuer gehen ich weiß nicht ruf nur man ja kommt er nach den schossen fürsor ja wir sind auf dem weg und kam es gar nicht Bis gleich. Bye-bye. Joli, komm. Erstmal Vieche, Viech. Ist hier keiner? Nee, die Juna kommt aber jetzt. Danke. Die sagt mir jetzt gerade eben am Telefon, dass ich Laser nicht sagen soll, dass wir zusammen Animes geguckt haben. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass ich sie mit aufs Zimmer genommen habe. Warte mal, war das die von gestern Abend? Ja, Mann. Die will ich ihm ausspannen. Ja, Miss America kommt nicht mehr. Hat mich verlassen, da brauche ich eine neue. Ja, Mila, hast du schon wieder was von Miss America gehört? Oh, oh. Aber hast du nicht gesagt, die sollen eh nicht mehr kommen? Keine Art. Die können kommen, aber ich werde mit denen keine Sachen mehr machen. So in unserem Diepen steht man. Was Spaß haben, ja, aber da kommen die in den... Naja, vielleicht ist die zu Hause am Computer, muss sagen, wir arbeiten. Oder so, ne? Deshalb die nicht kommt. Vielleicht habt ihr aber auch ein bisschen Schönheitsschlaf, weil die ist ja so schön und dann macht man bestimmt viel Haier. Und wenn die wiederkommt, dann nehme ich die in meine Raupen... in meinen Raupen MC auf. Was erste, was ich mache, wenn ich los wieder sehe, erst mal den Leichenwagen wieder an mich nehme. Du machst keinen MC auf. Ja, ich bin die Raupen. Warum? Ja, warum? Dass ich die doch einen MC aufmache. Nein. Wieso nicht? Wir brauchen mehr Abteilungen, Mann. Okay, dann mach doch. Ich dachte eigentlich, du bist unsere... Du musst alles abdecken. Ich denke eigentlich, du bist unsere Schlägerin seit gestern. Ja, und was ist ein Rocker? Schläger. Ja, das sind voll die Schläger. Passt doch perfekt. Ja, aber dann musst du auch so Sachen sagen wie Zillikotos, du Wichser. Ja, und sowas. Ja. Ich pisse den Helm. Ich pisse... Und ab sofort nenn mir dich nur noch Büchse. Oder Kätzchen. Ich pisse den Helm. Fische, Fisch? Everyone? Ich baue Fische, Fisch. Ich gebe dir gleich einen. Ich will aber Fuella. Habe ich aber nicht gefangen. Gab es bei uns im Teich nicht. Mano. Und was gab? Makrele. Makrele nehme ich. Okay. Ahoy! Rausel. Hallo, Shorty Killer. Jawohl, nächsten Monat ist Milo nicht im Urlaub. So am 10.02. ungefähr. Ja. Für zwei, drei Tage. Oder Wochen. Wollen wir so einen Zauberstab beten? Ja, ja, ja. Ja, vielleicht bin ich auch dabei. Ja, Mann, let's go. Hä? Mann, warum sagst du das denn so? Ja, oui. Ja, oui. Oui. Und keinem leider die Reule bekommen. Ja, grüßt euch meiner. Ah, statt zu mir geht's, ja. Ja, gut, und ihr steht's denn? Ah, das ist so cool. Ja, cool, ist das? Wir machen Fisch, ich fisch. Ja, ich fisch. Ja, man. Ich fisch. Egal, wir zählen trotzdem zusammen. Ja, perfekt. Das muss halt mich jetzt aussehen. Guck mal. Da ist Fisch, Fisch. Oh. Save the Sands. Und nicht rauchen. Doch, musst du aber. Hi. Lass mich los. Ey. Mann. Mann. Meinst du mich fest? Dein Pups zieht mich magig an. Kim, ich glaube, wir brauchen Paartherapie. Kannst du uns beraten? Ja, ich mach das. Ah, komm, Digger. Ah, scheiß drauf, Digger. Ja. Ja, super. Ach, doch. Jetzt sitze ich hier mit dem Vogel alleine. Äh, Entschuldigung? Warte mal, du hast das gehört? Ich glaube, der Vogel bist du. Habe ich laut gedacht? Keine Ahnung, was du meinst, du Vogel. Soll ich dich klatschen? Ja, versuch's doch. Leg dich nicht mit einem Rock an, ich hab jetzt ein Bike. Ja, ich hab auch ein Bike. Ich gehöre quasi zur Familie jetzt. Ja, ich auch. Ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, ich, äh, 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 ich klär's mit, 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 mit dem Kartell. Du, sag das nicht, du Dude. Bist du den Nächste? Ach. Der Nächste. Ich hab Connection, bis ganz nach oben. Bis wo? Naja, bis zum Bordstein. Und dann, erst muss ich gucken. Willst du ne Kippe? Nein, schädlich, wir will keine Kippe. Wenn's die Kippe nicht genaut haben, war gestern von deiner Motti, ja? Ja, hat ihr die schon wieder als Aschenbecher benutzt? Äh, ja. Nee, also 8.5 RL einfach nur. Yo, Crispy, Fatte Bagman, woher hast du die? Paletti? Yo. Kann ich mir die mal ausleihen? Brauchst du eine? Ich hab hier einen Rucksack drin, dann kannst du euch ausnehmen. Boah, mal so eine. Kann ich mir eine ganze Minka reintun? Ja, natürlich. Ist sowas anderes. Da ist kein drinne. Doch, musst du gucken. Willst du Mengwunde finden. Ah, hier. Danke. Ja, kein Problem. Käm, kommst du? Wir müssen los. Ach ja, genau. Fat, Mann. Ich hab ein Handtächtchen. Ich auch. Was geht los? Hallo, Lasers-Freundin. Hey, Baby. Die gestern mit WarAnimi geguckt hat. Was hab ich gemacht? Animi. Ja, keiner. Ich hab's ihm nur erzählt, Mann. Ich hab's nur Lasern. Ich sag. Keine Sorge, euer Geheimnis war bei mir. Du blamierst mich vor allem. Ey. Na klar. Ey. Du blamierst mich vor allem. Warum? Dann ist einfach von mir wack. Na klar. Oh, die langen Dreads hätte ich gerne. Ich glaube, die meinen die Cornrows. Die, die der Pinsel hat? Ach nee, das sind ja keine Dreads, oder? Nee. Meinst du, ich bin schon toll? Nein, nein. Sie sind ganz viel lang, Mann. Die Spinne. Eine Spinne? Eine Spinne. Das ist ja der Frisor-Fachbegriff für die Frisor. Richtig. Wenn du die von vorne anleuchtest, hauen alle ab, weil die denken, das ist eine Spinne. Ja, da waren sie doch gerade. Ja, die. Okay, das ist die Spinne. Ja, aber die ist doch gewundert. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, das ist der Roy, Mann. Oder vielleicht ist es auch der Malik. Kann ich mich hier hinsetzen? Klar. Ja. Guck mal, ich hab ein Täschchen. Ein Männer-Täschchen. Wie cool ist das, bitte? Jetzt sag ich vor, Mann. Ja, vielen Dank für den Crime-Sub im 15. Und hallo. Nein, bist du bescheuert? Ich weiß. Ich bin Doktor. Okay, verkaufst du nur Medikamente da? Ja, Caro, was brauchst du? Das ist eure eigentlich hypothetische Frage. Haben wir nicht mit dem Jahr gerechnet. Brauchst du Beruhigungsmittel? Hast du da etwas, das bei Frauen die Libido in den Zaum hält? Ja, Beruhigungsmittel. Ja, dafür brauche ich etwas. Ja, kann dir fünf Pillen verkaufen, 1000 Dollar. Ja, da muss ich... Juna, wo ist der nächste Bankautomat? Ich hab hier etwas... Ich kenn mich hier nicht auskennen. Ich hab keine Ahnung, wo hier ein Bankautomat ist. Also bei Mila hat das probiert, oder Mila? Beim Laden hier drüben, beim 24-7. Was hat gewonnen? Na, die Beruhigungstabletten, du weißt schon. Achso, ja, Caro. Sagst du. Also holtest du nicht mehr rum. Das war wie eine Wasserfontäne. Ja, dann, äh, ich hole 1000... Wie viel sagst du, 1400? Ja, 1500 Dollar. Ja, da bin ich... Ja, da bist du unter uns, oder was machst du schon wieder im Tablet? Was, Quatsch? Ich guck ein bisschen rum. Okay. Jesus, das ist nicht dein Ding. Guck mal, ihr beide fassen den gleichen Style. Jeder mag an ihm aus. Nein, gar nicht, ich guck. Mann, ja, bilde Kuh. Ja, ja, Mann. Weil ich noch nie jemanden gehabt habe, der mir das gezeigt hat. Ja, du bist jetzt meine Erste gewesen. Komm, kuscheln. Du hast vorher noch nie Animes gemacht. Nein, Mann. Magst du nicht. Stimmt gar nicht. Mila, Superstar. Was? Die sitzt doch da. Mila ist ein Superstar. Nein, die... Ja, aber die... Das ist die aus dem Anime, meine Mila. Was? Kannst du Volleyball spielen? Mila kann lachen, wie die Sonne Puchihama. Ja, Mann. Ach, komm schon. Ja, aber das ist die Mila her. Das wird mich ewig verfolgen. Da macht man als Kind mal einmal bei so einer doofen Serie mit. Ich hatte Volleyball gespielt und danach Tichtennis. Das? Perfekt, Mann. Du bist die Beste. Nee, Mann. Ja, was ist das Geld? Warum nennen mich alle mal aus dem Alter? Wie muss... Wie kann ich dir das an das Essen mischen? Ohne völlig? Am besten ins Getränk einfach. Einfach die Getränke einfach? Ja, aber einfach die fünf Pellen, die sind wasserlöslich. Bitte, alle auf einmal? Ja, aber... Bist du wirklich aus dem Anime? Ja, ich hab... Ich hab damit gespielt. Du kannst einen dreifachen Sollte mal Volleyball spielen? Nicht mehr. Ich hab damit aufgehört. Warte, musst du das so aufteilen? Auf Tage? Oder alle direkt auf einmal? Oh nein. Du kannst du wirklich gar nicht einfach auf einmal. Wir haben den Horror gebrochen. Dann geht es wirklich ab. Ja, ja, geht um sich. Waterboarding, Waterboarding. Ja. Die mussten das absingen und dann neu machen. Aber kannst du dann nicht woanders? In irgendeinem Cyborg-Anime oder so? Die können ja dann irgendwie Körperteile ersetzen. Das wäre schon schön, aber ich bin auch schon voll aus der Übung. Sag mal, Uhu. Mit welcher Körperteile willst du jetzt spielen? Uhu. Oh. Uhu. Oh Gott. Nicht Schummel da. Oh Gott, ich krieg Flashbacks, wirklich. Ah ja. Oh, wo? Ahra, ahra. Gott. Nein. Wo sind wir hier, Schummel da? Ich habe ein bisschen Synchronsprecher gemacht, weißt du? Wirklich? Ja, mit Attack on Titan haben wir nie geguckt. Hi, Nisa. Oh Gott. Kannst du Bilder aufhören? Oh mein Gott. Bist du sicher, dass du nicht vielleicht die Tablette brauchst? Gut, haben wir das auch geklärt. Also Kenze macht anscheinend die niedlichsten Geräusche. Gut. Ganz wahr. Guck hier. Wie schnarcht man? Nein, natürlich nicht. Schmila schnarcht. Schmila schnarcht. Schmila schnarcht. Schmila schnarcht. Schmila schnarcht. Das ist Robert. Mila, Spielzeug. Das habe ich hier unter dem Bett gefunden. Und ist da was drin? Nee, aber das riecht komisch. Wir haben Verstecken gespielt. Ach gut. Ähm. Und die Batterien sind leer. Patin, der hat gar keine. Hat er nicht? Nee. Okay. Es ist, ähm. Sättet das immer noch die Wasserfallbatterie, also. Oh Gott. Ja, das hat doch was mit den Sachen zu tun. Mhm, mhm. Ich verstehe. Ich verstehe schon. Was? Ja, wie war's. Aber ist gut, dass es auch ohne Batterien funktioniert? Ja. Das ist eine Quietsche-Ente. Das ist eine Quietsche-Ente. Was denkst du Schmila? Ja, ich denke auch an der Quietsche-Ente. Ist du krank? Batterie? Ist du total bescheuert? Du bist eine richtige Schweinerei. Ja, ist eine Schweinerei. Nur weil das Ding einen Ball im Mund hat, heißt das nicht, dass es was perverses ist. Das ist ein Quietsche-Ente. Das ist ein Quietsche-Ball. Genau. Ein Quietsche-Ente. Mhm. So wie die Quietsche-Nasi quasi. Und es steht drauf, wenn man es richtig drückt. Oh, scheiß. Ja, verrückt. Hast du das gerade um den Hals gepackt beim Drücken? Ja, klar. Natürlich. Ich hab mich geile genannt. Aha. Ich glaub, wir müssen abhauen, oder? Ich glaub auch. Ja, ich hab das Gefühl, das geht hier in eine ganz andere Richtung. Ich will das nicht hören. Du hast das doch selbst gesagt. Hast du damit angefangen mit der Wasserfälle? Dein Freund hat mich dazu getrieben. Nein, 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 nein. Pass auf, du hast damit angefangen mit der Wasserfälle. Du wolltest Tabetten kaufen. Ja. Und dann kamst du mit der Wasserfälle. Und jetzt stehen wir hier. Und was ist denn im Wasserfall so schlimm? Also das war ja schon eine eindeutige, zweideutige Wasserfall. Äh. Das verstehe ich nicht. Mida, du hast voll die schöne Hose an. Ja, Mida, du hast wirklich schöne Hose an. Exakt, einfach das. Die ist arrogant. Der Sando hat Musik. Was? Ich... Die reden mit dir auch. Entschuldigung, ich hab Kopfhörten, ich hör Musik auf mein Ding. Das ist schon okay, ich mach dir einfach keine Komplimente mehr. Die haben mir Komplimente gemacht. Oh, danke schön, wofür aber? Für deine schöne Hose. Oh, danke, deine ist auch echt hübsch. Ah, danke. Was, mit Leiner? Ja, die ist ganz okay. Ich frage gar nicht nach meinem Beine-Klamotten-Stil. Meine gibt halt besser. Na, du siehst aus wie... Hallo, ich matche meine Auto. Du siehst aus wie diese Lolli, den ich letztens gekauft hab. Na, du hast den Lütscher. Hallo, ich hab mich angezogen, wie mein Auto lackierter ist. Man muss sich anpassen zu der Auto, weißt du? Was ist denn das für eine Hose, Bro? Ja, es ist Skinny-Jeans und eine Purple. Außerdem rocke ich ab und zu Purple, wenn ich durch die Borlaut fahre. Und ein Joker von Batman O'm Caritas. Mein Gott. Oh, das ist cool. Das mit Joker kriege ich, glaube ich, ja nicht hin. Da muss ich so komisch für Grinse-Hei. Nix-Hei. Ich. Also nicht für Hei-Grinse. Dann musst du halt Grinse-Hei. Das ist doch nur Minke. Amioka. Achso. Oh, ich dachte immer, ist das sein wirkliches Gesicht. Das ist nur ein Film. Ja, warte, Moment. Batman ist nur... Nee, Batman ist nur doch echte Verfilmung. Weißt du? Naruto ist nur Film. Das ist gar kein Problem. Naruto ist auch nicht echt. Naruto ist voll echt. Weil du das gezeichnet hast. Aber Batman ist echt. Das ist nicht echt. Natürlich ist Batman echt. Das ist ein Kinderfilm. Naruto ist voll echt. Nur ist Kinderfilm. Naruto ist nicht, aber Batman ist echt. Nee. Auch nicht. Moment. Ich höre einfach nicht. Juna, ich höre einfach nicht mehr auf dir so. Ja, nein. Wir gucken jetzt mal, wie der so... Quatsch, nur Kacke. Wie redest du über meinen Hauptchicks, Mann? Was ist denn? Warte, 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 warte. Sie sind das erste, nur wir sind egal. Ich habe gesagt, wie redet der über Juna, Mann? Nee, das war ein anderes Wort. Ich habe es nicht gehört. Ich glaube, das war wie Hauptchick. Ja, Hauptlady. Lady, Mann, Hauptlady, habe ich gesagt. Ja, natürlich. Und wer sind die anderen? Es gibt keine anderen. Sicher? Das ist aber ja die Hauptchick. Ja, es gab mal Miss America, aber die hat sich von mir getrennt. Ah. Die ist lieber mit ihrem Bruder zusammen. Ja, Mann. Man, ich bin eigentlich immer echt schüchtern zu Frauen. Bei uns war das ja ein bisschen anders. Dass sie direkt gefrucht waren. Oh Gott, ich will das gar nicht hören. Das liegt daran, dass sie echt nicht schüchtern merken. Was? Na, kennst du das? Und ich dachte, gestern Nacht hat einer mein Kühlschirnchen geklaut. Ja, aber als ihr Verstecken gespielt habt? Nee, wir haben Anime geguckt, Mann. Und da war dieser Schintan. Kennst du Schintan? Der Bohnen ist klein. Scheiße. Drei, zwei, eins. Oh Gott, raus hier. Der Boden ist Lava. Ich bin tot. Du bist tot. Genau, leg dich gefeinig sein. Hallo, nix weeps out. Jetzt bist du halt tot noch. Dann bleib ich für immer hier liegen. Ah, ah. Der Tod geht vorbei. Und wir im echten Leben auch. Moment. Mila, bewegst du deinen Arsch. Jetzt komm. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, 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 eins. So. Okay, okay, und jetzt? Jetzt dürfen wir die Lava. Jetzt bist du wieder lebendig. Jetzt haben wir gewonnen. Jetzt riechst du wieder Lava. Nein, ich hab gezählt, bis du lebst. Ja, aber ist jetzt, ist jetzt, da ist doch immer noch Lava. Geh da weg. Nee, das ist ja verschwunden. Ach so. Darum lebst du ja auch wieder. Ah, okay. Juna, kannst du mal den Friseurkatalog einmal zeigen? Natürlich. Hier auf dem Tablet. Ich glaube, ich brauche nur ein Styling. Natürlich. Oder, Mila? Wie wäre es mit einer Anime-Frisur? Nee, ich bin nur ein Schleser. Ich mache die gerne, Leute. Nee, ich will das nicht. Ja, das ist schon okay. So, mal eben schauen. Einfach durchblättern? Steht besser auf, dann kann ich gucken besser. Ich blätter durch und du rufst Stopp, wenn irgendwas dabei ist, ja? Okay. Gut, dann mache ich das jetzt relativ schnell. Oh Gott. Ja, okay, ähm, hier steht alles gut. Vielleicht Cornrows. Vielleicht Cornrows. Wie Sean DePaul. Tommy goes alone. Ähm, gut. Weißt du, was Cornrows sind? Ja, sowas. Genau. Mit Muster oder ohne Muster? Aber nicht die, nein, nein, nicht die. So wie Sean Paul, die. Ganz hinten in der Seite. Jetzt hätte ich im Katalog mitgearbeitet. Habe ich aber gar nicht. Und Mila auch nicht. Mit Kringer? M-m. Weiter hinten. Wie? Nein, das ist der L-Dinge. Das war Pinsel. Oh. Was ist das? Schön, ne? Ne, das ist Kacke. Das ist Kacke. Ah, mein Schatz, ja. Okay. Was geht, Kim? Die. Das sind Cornrows. Oh, Juna, Mann. Oh, Domina, meinst du die? Steh die mir? Ähm, na, na, K. Thomas, doch. Kannst du mir die reinfechten? Ähm, ja, klar. Okay. Sieht dir das nicht komisch aus, wenn der Bart hatte andere Farbe als du Haar? Hat doch gar nicht, bist du Bind? Ist das nicht so ein Ansteckbart? Das ist doch gar kein Punkt. Das ist kein Ansteckbart. Was für Farben zusammen komisch aussehen, Juna? Du siehst doch wohl, dass das echter Bart ist. So wohl nur mit dir ist, kannst du doch nicht anstecken. Hast du gehört, was meine Frau gesagt hat? Du Pimmel. Was? Mila, sag es ihm nochmal. Oh, er hat keine Wörter. Okay, Mila, dann nicht. Wolltest du eben sagen, welche Farben komisch zusammen aussehen, du Pimmelkopf? Ja, auf jeden Fall. Meine Farbe passt zu 100% zu meinem Auto. Du brauchst mal ein Umstyling. Auf gar keine Fall. Warum ist meine Stirn so groß? Die ist aus wie ein Schraub. Ich bin halb im Mond, I7. Der Nischchen ist gar nicht groß. Was ist denn los? Der ist schon eine Landefläche. Halt, halt Mohl. Hey. Jetzt ist es aber zu spät. Jetzt bin ich schon halb fertig. Du bist die ganze Zeit voll abwesen, Mila. Fand ich gleich nach Hause. Die hat richtig gute Musik gefunden. Eigentlich nicht. Die hat richtig schlechte Musik gefunden. Warum bin ich so hässlich? Ja, das stimmt. Sag mal. Machst du dich jetzt über dich selbst so in meiner Arbeit lustig? Ich bin Ugli. Wir sind fertig. Und geh ich mit unbekannt angerufen. Das ist nicht Ugli. Hallo? Mach Patsa. Warum? Ich bin Ugli, oder? Nein. Nein. Wenn du jetzt den Leuten sagst, dass ich dich Ugli gemacht habe, dann ist das voll doof. Du wolltest die Frisur. Ich geh nicht Fisch machen. Und träge ich nicht Fisch machen. Und träge ich nicht Fisch machen. uno, aber du hast jemanden gewonnen. sicher darfst du heute wie einer vom bahnhof ich zeige nichts ich habe keine kohle mehr fack des schilder maut stinke rocker hat die frau eine pulle bier in der hand alter die gute aus dem wichser wo die eine kunde hat keine lots alter hola hola kipata bruce brauchst du geld oder warum willst du nur rum ja ich suche pfandflaschen scheiße bist du so arm ja leider ich gebe dir ein bisschen was danke also zumindest ein bisschen was kaufen ich habe zwar nicht viel bar geld dabei aber möge gott dich beschützen und ein motorort danke kannst du was anständig zu essen kaufen brauchst du nicht irgendwas suchen oder so dankeschön der herr gerne mach dir den entspannen adios gleichfalls jetzt kann ich den frisär bezahlen ich habe ich habe jetzt auch einen kleinen schwanz für meinen emsie was hast du mein emsie zeichnet sich ja durch durch unsere länge aus aber ich habe jetzt jemanden einen mit kleinen motorrad eingestellt kein wien mein schwester und sie ist quasi der kleine schwanz in meinen emsie durch den motorrück ja ja die gehört dazu die ruft mich später an wenn die mal zeit zum spielen hat ok ja dann gehe ich ein bisschen mit ihr spielen oder so also haust du ab von mir ne weiß noch nicht ja ist ok ey was denn du kannst mich nicht einfach allein lassen aber ich lass dich doch nicht allein du bist doch mit voll ok aber du hängst nicht mit diesen bolas um ok ne ich habe ja gefragt ob die heute die ganze zeit da ist oder ob die mal spielen kann ok ich will ja gar nicht mit denen ich muss den frisär bezahlen äh äh wieder hoch ja ja mal gut ist ja schon wieder langweilig ne merkt man überhaupt gar nicht wie du ganze zeit abwesend bist soll ich dir etwas sagen nö mir sagen mir ist langweilig mit mir warst du nie so lange ein frisär ja hier haben wir auch gequatscht du hast letztes nur mit deiner frisärin gequatscht ich war nicht mal lange genug da und ich stand nur dumm rum hast du überhaupt nicht mit mir geredet ich war gerade mal zu visur ausweiter und da muss ich dir doch sagen ob gut ist oder nicht aber dafür hast du schon 15 minuten gebraucht das ist überhaupt nicht wahr doch du bist einfach noch nicht bei sowas gerne mit mir hauptsache mir was unterstellen ne das machst du wieder richtig gut gar nicht wahr ist so ist so ist so ist so ist so nö ist so nö nächstes mal mäßig zeit und will du gehst vorher na dann quatsch schon mit mir und nicht nur mit deinem versösen hab ja auch mit dir gequatscht ach ja wie oft hast du mich denn schon ignoriert wenn ich was gesagt habe gar nicht auszusehen überhört auszusehen überhört ja und trotzdem bin ich dann auch das fünfte rad wenn ich mich dann mal wiederhole und nicht gehört werde nerv nicht halt wohl ach komm digga bezahl die jetzt hör auf digga zu sagen bist du asozial ja ich bin jetzt zufällig in dein vollkasse MC ist überhaupt nicht wenn ich wohl du fährst ja nicht mal Motorrad wow mufucke na du fährst ja nicht mal Motorrad ja hab ich jetzt nicht hier ist zuhause ne das ist kein richtigen MC Motorrad das ist mein MC das ist ein Motorrad mit Stützer ich mach die Regeln ich mach die Regeln du machst geht mein MC halte mal mit meine Regeln ach ja und warum sagen die dass die 1%er sind was warum sagen dann Rocker warum tragen die immer so 1%er Zeichen Beringe und so und Ketten und Patches warum siehst du du weißt es nicht weil du bist kein richtiger Präsik hab ich Wikipedia studiert oder was ne aber das muss man wissen das ist Kultur ne ich muss gar nichts wissen doch ich muss einfach nur krass sein ja und mich stehen lassen und abhauen ich wo hab ich nicht weil dir wieder langweilig ist wo bin ich denn abgehauen na bist du gleich abgehauen jetzt boah komm hier rein das sehe ich noch nie so lange mit dir beim Versor dabei haben wir grad die ganze Zeit gequatscht ne nicht deswegen und du warst diejenige die nicht gequatscht hat ja ja siehst du ich hab selbst zugegeben ja und hä ja ja schmutz davor hast du aber auch nicht mit mir gequatscht doch hab ich ganz alt aber du ignorierst mich auch ja auch im Wunder wo du mal mit mir sprichst was soll denn das ich hau dich gleich ne ich vermöbel dich gleich äh äh oh doch du stinkender Viecher jetzt rein und zahl die Mann wir haben dich den ganzen armen Zeit hör auf Wurbeld du gehst da jetzt mit ich weiß ich find mich auch cool aber lass geh jetzt mit den Jungen du Oberzecker du Oberzecker was ist denn los ähm ich hab Geld geholt oh das ist super aber ich ähm ich muss hier grade Kim helfen den Katalog hab ich Geld ja ich muss das mein Praktikum hier grade hab ich 2000 Dollar von dem bekommen und er schlägt sich total gut die Kundin ist richtig zufrieden mit ihm wow man das sieht richtig gut aus wirklich ja dann leg ich das jetzt vorne hin äh du kannst ja genau mach mal liegt auf dem Boden oh Gott da hier liegt ja gell nein nein oh mein Gott ja ich hab bezahlt oh mein Gott die Klauen ok was machen wir jetzt wo andere ignorieren und die ganze Zeit aufs Tablet gucken ok das kannst du ja so gut ja das kann ich wirklich gut weil Mucke ist immer so laut hier Pich oh danke ja iss ihn los warum hm 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 warum ist das dann weil man essen nicht verderben lassen darf dafür ist schließlich ein tier gestorben was hältst du für meine männer meine handtache ist ganz schick was da drin ab was denn ja mache ich aber ich werde nicht sterben denn ich habe wieder eine liebe ich werde für diese liebe kämpfen was machen wir jetzt überraschen ja keine ahnung die machen jetzt praktikum er macht praktikum ja kim und chris wie das auch wichtig weil wir brauchen ein friseur bei uns haben ärzte und friseur wir haben alles tätowierer haben ja eine schwester von mir eine schwester tätowiererin ja so weit warte mal er sucht euch aus einer von euch wird tätowierer und einer wir sind eine richtige kommune wir sind selbst die fahrer ding ja klar muss ich nur noch umziehen aber da gehe ich jetzt nicht mehr shoppen habe ich keinen bock drauf was haben schon viel zu viel ich glaube heute wird nichts gehen heute wird nichts gehen das sagen wir immer und dann sitzen wir im helikopter und retten bilden ja irgendwie immer nur wenn ich weg bin soll ich gehen nö was nein mann du willst ja gleich eine line abhauen schon wilder ach komm ich kann doch du wie auch nee nee die ruft mich an wenn die zeit hat ach so ich hab gedacht du willst pennen gehen oder so nee nee ist doch heute freitag okay man dann fahr ich bei euch mit und geb christmaschlüssel von meiner neuen karre geil oder wie du warum kaufst du so eine schrottkarre was gibt schon ein neueres modell von dem na ja das kostet der 10f ja aber der gibt es nicht in cabrio ne aber der tausende geiler der reicht mal 69.000 habe ich bezahlt dann habe ich den beiden jetzt jemand nochmal eine sondergratifikation da gering gegeben 25.000 das heißt ich brauche geld das heißt man ich habe super da kommst du denn her ich bin grad von hier links gekommen brauchst du drogen ne super top angebotspreise ne ja ne danke ok ja ich werde drogen verkaufen heute also wenn nichts geht keine ahnung was ist der 8 f da auch von euch ja 9 f man 9 f ja man ist meiner boah super viele motorräder hier ach ja ich das wirklich sind zwei drei tage ist ja das ganz auffällig aber das geld sie heute auf oder nicht ich meine wenn du die droge verticke willst wird du doch da gehen aber musik ich glaube nicht ja dann nimmst du einfach die gute äh swiss dankeschön für den gibt es ab und prepper und anony muss der häckerein für den gibt es ab und freaky oder also vom rumstehen kann es passiert nix ja dann lass rumfahren lass gucken wo was abgeht ahu ahu äh fahren wir erstmal zu uns in die bude raus kai halt ich dachte du lässt chris will mir deine car fahren ach so ja man du hast mir echt weh im herz heute ja warum weil sonst bist du wenn du bist füder und heute bist du länger da und willst weg von mir ja nur weil dir langweilig ist aber geh ruhig geh ruhig ist so krass ja ja was ja wie ja wie ja wie finde ich nicht gut von dir warum weil es scheiße ist warum weil es scheiße ist aber warum denn weil ich mich dann fühle wie ein stück dreck ich kann du wie erfahren ob die mit uns kommt du willst allein mit der sein nö nicht unbedingt ich kann ja auch einfach fragen ob die mit kommen und frag ja dann mach ich das auch was wollten wir zu hause äh nur schnell umziehen äh nur schnell umziehen ist der der fischmann genug keine ahnung ist nicht ja sieht aus als ob die grad abschneiden ja soll ich mitnehmen guten tag willkommen beim tag und da hat er gesagt wir sind uber wollen wir heute webbini spielen was ist das ab dem pan ab dem paar tabletten oder so ein paar pflaster irgendwas dabei nur husten saft ich habe nur ein kühlpack dann würde ich nehmen warte mal hier pfangen boah das war so gemein warte mal raucht hier einer gott du brennst du bist am brennen wer ben du ich ja ben nicht ich bin vielleicht heiß aber ich ben nicht okay höchstens voll leidenschaft okay ist da nicht mehr so warm manche nennen mich auch den nightrider jo jo ich hab ey wir können auch zu diesem heilzentrum gleich fahren da ist doch irgendwas was ist denn da das ist ne gute frage aber da ist irgendwas aber wann ist das jetzt gleich oder hat grad angefangen woher bin ich ist ein spiel weiter gibt jeder von uns ein namen und wir müssen erraten mit fragen wer wir sind ja passt das nicht mit dem zeitlauf zu stehen ja aber wir können ja auch uns ein sms schreiben wo wir sagen ich sag zum beispiel kürtis ist das und kürtis schreibt mir der roi ist das und ihr schreibt euch wo ich bin ja was bin ich jetzt ja das haben wir ja noch gar nicht bestimmen sooo boah was in house boah sind wir schon vorbei ja ja hattest du mich angerufen ja ne ja warum ja 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 dann jetzt ist es jetzt schon später ah ok was geht was geht was ergitter hast du dich beim busfahrer bedankt ich hab das genau gehört manno ok gut alles klar man kann ja auch nicht in ruhe spielen ja wir sind ja wir sind gerade angekommen im kraken ente bitte nacht swiss ja fuck alles klar hast du nabgeknallt ja warte wir haben heute Zeit für irgendwas wir haben jetzt ja krabbeln voll langweilig ja wir warten eigentlich auch noch ja dann trefft uns hier spielst du wieder vor den 90 mobile ja den habe ich ok der hatte ein biggie man schon wieder kein glück mit dem red du bist immer noch im brennen ich bin überhaupt nicht im brennen mein gott oh nein 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 ich bin down nicht schlimm nächste runde vielleicht ok ist dir so langweilig hm ist dir so langweilig ne momentane so langweilig ne ruhige böe hier ja ist doch auch mal schön ja ich trete jetzt gegen am toll nein 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 ju wo die und ich hoffe du bist glückig denn ich schaff schon seit Tagen nicht mehr wegen dir weil du nimmst kein Rücksicht Nicht auf mich, auf mein Bein und auf all das, was ich will. Und, äh, ich weiß nicht mehr, wie ich weitergehe. Meine Gefühle, dir ist egal, was du alles sagst. Sag nichts und vergiss mich. Wow, hast du mich geschlagen? Und dafür will ich dich aufschlagen. Nein. Au, du Arschloch. Putz, putz. Du Arschloch. Nein, Robert, du hast deine Liebe zu sagen. Was willst du, hä? Was willst du? Ich zeig den Dreck. Au. Ah. Bam, bam. Scheiße. Nein, ich hab meinen Pau verhauen. Ich bin stereotypisch. Das ist ja gar nicht verletzt. Aua. Äh, Krise. Soll ich eine kleine Ehekrise. Ich fahr mal rein. Ja. Arschloch. Dummer. Kackpenner. Das hast du davon. Was habt ihr beide schon wieder für ein Problem, Mann? Ähm. Er ist angefangen. Damit ich das schon mal klarstellen kann. So, warte ich Lille in sein Ohr. Hallo, Tata. Fäng dich. Ja, oui. Aua. Ja, oui. Ich hab dir aufgeholfen. Du gibst mir voll die Kopfnuss. Ähm. Ja, mit meinem Schuh. Schön, Alex, der wieder spielst. Krise. Tag auch. Alex, es reicht. Es reicht. Es reicht. Ich wurde geschlagen. Ja. Ich hab's gesehen. Ach so, bist du. Wie heißen die nochmal, ey. Ich bin der Franz. Nein. Was sagst du zu unseren Bikes? Falkenbauer. Ich mach's über den Impuls. Ja. Äh. Was ich die Kohle finde? Sind die Graffitischen? Wollt ihr jetzt auch zu den Angels of Death oder wie? Ja, klar. Ich geh zu den Raupen. Das ist mein eigener Anzimmer. Wir haben, wir fette Bikes haben uns noch gefehlt. Halt die Kappe. Bam. Macht das noch einmal. Äh, die hat angefangen. Mach das noch einmal. Und ich reiß dir deine Eingeweide raus. So wie ich das... Hi. Lass es sein. Wir streiten sich immer. Das ist echt nervig. Ja, cool. Erzähl, was ist dein Plan mit dem Zoo, Mann? Naja, wir hatten doch gestern diese Affenkostüme. Ja. Was ist denn noch los? Entschuldigung. Also, die haben ja wirklich mehr ADHS als ich. Wahnsinn. Lass es sein. Ja, Alex, der fickt die Reifen. Okay. Nein! Junge. Ihr habt doch alles so gelackt. Aber von vorne bis hinten wirklich. Schämt euch. Naja, also... Können wir ganz kurz konstruktiv werden, so hier? Oh, von so einer Anzahl von dir, Mann. Ja, aber schnell, mir das langweilig. Naja, also, die... Das Ding ist halt... Wir hatten ja gestern diese... Annen dachten uns so, voll krass. Was hatten wir gestern? Ja, diese Affenkostüme. Affenkostüme. Du meinst den Sasquatch? Ja, den Sasquatch... Den Sasquatch... Okay, was hast du vor mit den Kostümen? Na, ich hätte gesagt, dass wir uns noch ein paar von den Dingern kaufen. Noch ein bisschen, noch ein kleines... Ich hab absolut kein Geld mehr. Ja, aber doch, ey, kannst schon für uns auch mal den Lamborghini verkaufen. Was heißt denn hier, nein? Ich hab heute Sonderauszahlungen gemacht an die Crew. Ja, ich hab auch gestern Sonderauszahlungen gemacht an die Crew. Warte mal, es gibt Sonderauszahlungen bei uns? Das stimmt gar nicht. Ich hab noch nie was bekommen. Du bist Doktor, aber du verdienst genug. Ich rede dir von Crispy und Kim. Der hat jeder 25.000 Dollar bekommen. Ich hab mir ein Bike gekauft und noch einen Sportwagen. Ich bekomme nicht sowas. Wie viel Geld hab ich denn jetzt eigentlich noch? Ich glaube, wenn ihr nicht komplett sinnlose Scheiße kaufen würdet... Ja, und ganz ehrlich, Crispy und Kim können auch einfach mal Nudeln mit Tomatenketchup essen. Nein, Mann, ich will, dass meinen Jungs gut geht. Nur das Beste. Ja, auch mal kein Dornpje, ne? Der schmeckt voll gut. Man muss nicht immer den Dornperion trinken zum Frühjahr. Ich denke, Alexei, das ist ein valider Punkt, finde ich, ne? Ja, okay. Sagen wir mal, wir haben ein Affenkostüm. Und dann? Na, also... Na, im Norden ist doch jetzt viel los. Wir können doch voll Dings sagen für Ärger. Also, ich meine, ich hätte ja gesagt, irgendjemand muss sehen, dass es diese Viecher gibt, weiß ich nicht. Zum Beispiel, Mila ist ja langweilig, dann macht Mila heute eine Orang-Utan-Farm auf. Und zwar da oben, wo die Unil-Farm ist, ist ja so eine riesige Zuchtanlage. Genau. Und da kommen dann so Leute hin. Ja, komm erst mal her. Und sehen, dass Mila eine Zuchtanlage aufgemacht hat. Ja. Ja? Das klingt gut. Und dann... Ein Affe hat ja schon. Genau. Ich will aber lieber einen Giraffe. Ja, das macht auch Sinn, Mila. Kann ich sagen, dass die Affen Giraffen sind? Das können ja auch ein Giraffen sein. Du kannst sie auch Giraffen nennen. Das ist mir eigentlich ziemlich gleich. Du musst nur überzeugt von dir sein. Und das bist du, Gladys. Los, verkauf mir einen Affen. Meine Giraffe ist so groß und hat den längsten Hals von allen. Komplett krank. Und mein Giraffe hat Fäcken. Und zwar ganz viele Fäcken. Die schönsten Fäcken in der ganzen Welt. Und das, weil diese Fäcken nämlich nicht nur einfache Fäcken sind. Wenn sie will, sind das auch Steifen. Aber dafür muss ich die erst mal anmalen. Ein Komplett krank. An der Schu... Also, finde ich super. Finde ich. Was sind die? Den habe ich auch gesehen gerade im Taxi. Dann ist das ein Giraffen-Zeber nämlich. Ein Giraffen-Zeber ist sehr selten. Besonders in Los Santos. Da gibt es diese gar nicht. Eigentlich gibt es sie auch sonst. Jörg hat heute Heroin konsumiert. Der ist komplett drauf. Hat den übelsten Redeflash permanent. Und ja, wir rufen den immer an. Sagen, komm mal da hin und da hin. Und dann kommt der erst so nach einer Dreiviertelstunde. Also es ist keine Ahnung. Ich glaube, der irrt einfach, wenn der auch viel durch die Stadt guckt. Ja, wir sind ja heute wieder Busse angekommen. Fritschlinge, Mann. Na ja. Vielleicht nehmen wir die einfach alle hops. Ja, also. Und ich hätte halt gesagt, es muss halt einmal kurz jemand gesehen haben, dass die Mila da ihre Farm mit ihren Orang-U-Tan geraffen hat. Ich habe eine bessere Idee. Und dann nehmen die Affenbanden einfach Leute hops. Und niemand wird hinterfragen, dass das vielleicht ein Fake sein könnte. Ich habe die Besseln nicht. Die Raffen-Alarm, zieh die Stäbe raus. Doch pass gut auf. Auf ihnen sitzen Affen doch. Wenn sie fahren, dann ist es aus. Kletters, erzähl doch. Ah! Warum sperren wir die Affenaffen nicht im Park ein und machen dann eine Safari-Tour mit Leuten? Ja, das will ich doch auch. Ja, Zoo, Mann. Ja, genau. Machen dann Zoo draus aus dem Stadtpark. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir es doch cool und machen mehr so einen Tiger-King-Style so. Oben bei diesen Gehegen an der Unilfarm. Ja, stimmt. Da kann man die dann begaffen, ne? Genau. Die können komplett durchdrehen. Und da sieht man auch, dass die Tiere so richtig schlecht leben. So richtig schlecht. Aber man kann nicht reichen. Ich sage ehrlich, ich ziehe mir kein Kostümer an und stehe dann im Käfig und mache nichts. Ich mache das auch nicht. Nein, 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 nein. Also da ist der Park vielleicht ein bisschen besser, Mann. Alter, da könnte man nicht rumrennen, Leute schrecken und abziehen dann. Ja, das ist cool. Und Park, neue Leute. Ach ja, da hat man nicht alles im Blick. Wir haben die Polizeiabsperrung, die habe ich, Mann. Wir gehen noch zum Maskenladen und uns noch Pferde, alle möglichen Tierarten, Jo. Und Gutes? Ich bin ein gutes Pferd. Ja, aber... Ja, du kannst dich echt betreiten. Roy. Dann so. Dann so. Roy, hör mal. Wenn du vor mir stehst... Willkommen so, Baby. Wenn du vor mir stehst mit einer Pferdemaske, dann glaube ich nicht, dass das ein Pferd ist. Wenn wir sagen... Alter, was ist mit dir jetzt auf einmal los, Alter? Wenn ich eine Pferdemaske habe, dann... Sandro, sag mal. So. Die Frau im Hintergrund lacht auch schon hinterm Haus. Wenn wir... Wenn wir aber sagen, da ist einfach eine Riesenherde Orang-Utans, oder Orang-Utans-Giraffen, wie auch immer, und die sehen einfach perfekt aus, weil die halt wirklich auch so aussehen, dann beliefen das die Leute. Weißt du, was wir dann für ein Geld machen können? Dann können wir den an Paletti verkaufen. Oder so. Keine Ahnung. Na, wie hast du das geplant? Lass wir da mit Leuten reinfahren und sagen, ja, da gibt's Pferde und Löwen, und dann stehen da einfach nur so Menschen mit so Gummimasken. Da gibt's den Sasquatch. Ja. Was für Tiere? Nur den Sasquatch. Und da gibt's auch so Flecken an Wiese, und die können wir absperren. Das ist dann so ein Gehege. Oder was? Das sind freie Wildbahnen. Kämpfe mit dem Sasquatch verkaufen. Na ja, das ist... Ja, kämpfe mit dem Sasquatch und gewinne 10.000 Dollar. Dann kommen die Leute hin. Äh, nee, 2.50. Und ähm, und der Sasquatch haut aber mit dem Schlagring zu. Das sieht ja keiner bei den Affenhänden. Hm. Krank. Das ist eine gute Idee. Danke. Lol. Äh, ja, können wir machen. Aber wo? Na ja, dann machen wir das doch im Park. Dann blockieren wir die Eingänge und sagen, da ist ab sofort Safari. Aber dann klettern die über die Zäune. Sind überhaupt ein Eingurt? Ja, wie bei Woodstock. Ja, dafür haben wir ja einen abgerichteten Sasquatch mit einer Kettensäge. Das sich darum kümmert. Hm. Ja, also, Kim und Grüß, wir kommen jetzt. Wie gesagt... Ja, und vorher gäbe es noch eine Kleinigkeit, die ich erledigen müsste. Ich meine, ihr könnt euch ja schon mal die Sachen... Also, vielleicht... Ich habe kein... Wir haben kein Geld mehr jetzt dafür. Vielleicht wollt ihr mitkommen. Wir haben doch zwei Kostüme. Die mich eben um. Stehen wir wieder alleine hier. Schön, gell? Grüße. Willst du mal dann riechen? Ja, die brauchen noch ein bisschen. Naja, und Petro hat gerade eine Option, eine Bar, um ihren Whisky zu bringen. Da müssten wir noch schnell vorbei. Ja... Hm? Wir haben halt schon mal der Halbzehn, ne? Ja, irgendwie... Ja, dann machen wir das doch morgen, Roy. Dann organisierst du dir noch ein bisschen Kohle. Ich bin... Nee, die nächsten drei Tage nicht da. Ah. Bist du wieder... in Tiroana? Nein, Mann, ich war einfach nach Grazy. Ja, die sind alle am Pennen hier. Schön, 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 schön. Das ist Stone. Dankeschön für den Prime 7-7. Und IceTube, danke für den Wii-Sub. Ja, keine Ahnung. Aber wenn du keine Kohle hast, schwierig. Ja, Wii. So ein ganzes Kostüm kostet was? 10, 20.000? Ja. Das ist krank. Ja, das ist krank. Fünf Kaste doch oben, fünf unten. Scheiße. Was ist die Maske? Ich schwimme wieder Bilder, meinet. Das ist ein sehr kostspieliger Spaß. Können wir da nicht irgendwie Paletti anhauen? Ein bisschen Spaß. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Ja, dann tun sie das. Ja, mach du mal. Ja, boah. Dieser Pad vom Lost MC hat von Kim den Stern rausgerissen. Auf Weenert. Und der hat ihn hier vor die Tür geworfen. Der hat ein Foto gemacht davon. Was? Der Pad vom Lost MC. Ja, ich bin eher dafür, dass wir wieder ein bisschen Ärger machen. Die nehmen uns alle nicht mehr ernst, Mann. Ja, den sollten wir auf die Fresse hauen gehen. Ja, gut. Ja, wenn wir wieder alle ein bisschen geldiger sind, dann kann man ja mal solche Kostüme kaufen und das irgendwann mal machen. Aber keine Ahnung, ich habe jetzt auch keinen Bock hierfür, hier, weiß ich nicht, 100.000 irgendwelche Kostüme zu kaufen. Die Foto brauche ich auch für was anderes. Ja, das ist doch Paletti, man sparen soll. Cam Miller, Ultimillionen. Cam, hier ist Karl, warum hast du meine Nummer nicht gespeichert, du Wixer? Hast du es gesagt, letztens soll die löschen. Der Pad vom Lost MC hat einen Stern rausgerissen. Der hat das gepostet im Weenert, der hat das hier vor die Tür geworfen. Und der AOD hat mir 40 Riesen geklaut. Wie? Ja, ich war beim AOD, weil ich dann mit dem Typen da so ein bisschen Probleme hatte und wollte ihn aufmischen und hatte eine Tasche mit 40 Riesen drinne gehabt und jetzt haben die mir die Tasche weggenommen. Komm, schnell nach Hause. Komm, schnell nach Hause. Das Auto steht auf dem Kopf. Ja, die haben den 40.000 geklaut. Ja. Im Kim. Ist das ein Deal? Ja. Ich habe nur geschrauscht, dass ich reich bin, haben die nicht so verstanden. Ach Gott, die Schweine. Ruf dir ein Taxi. Ja, habe ich, ist unterwegs. Okay, aber ist gar nicht. Ja. Was geht denn jetzt schon wieder ab? Oh, was denn, was denn, was denn? Keine Ahnung, Mann. Hast du was vergessen? Irgendwie glaube ich, dem Kim nicht. Er hat gesagt, der AOD hat dem 40.000 Dollar geklaut. Ja, beim Lost haben sie ihm auch angeblich letzten 20.000 geklaut. Dann Tören, Miha ist bereit. Keine Ahnung. Was bist du? Dann Bock auf so gezwungenen Ärger. Tja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist auf Krampf Ärger. Ja, ja. Ach so. Du darfst nicht peitschen. Warum? Hast du jetzt Dori gefragt oder nicht? Nee, die hat noch nicht gemeldet. Hast du überhaupt unterwegs? Ja. Ja, aber die macht was und die hat gesagt, die meldet sich, wenn sie fertig ist. Also, also bist du nur ihre zweite Option, ja? Das wird's wirklich dann. Ja. Ja, schön. Und ich bin deine fünfte? Ui, du bist mein Erste. Ich bin doch bei dir. Ja, komm. Wir gehen quatschen. Mir ist auch langweilig. Aber egal. Chillen. Ja. Ich sag doch gar nichts. Mensch, der löst sich, als wir jetzt ungefähr gleichzeitig zurück sind. Bist du jetzt sicher, dass da kein Schwanz mehr ist? Dabei ist keiner mehr. Ich meine, ich kann den Typ nochmal anrufen. Ähm, bloß bis er jetzt, ich weiß nicht, ob er direkt dorthin kommt. Und ich wusste jetzt nicht, wie es jetzt bei euch aussieht. Aber wenn es nur um Schnaps geht, könnten wir doch auch bei den neuen Besitzern von Lonics vorbeischauen. Die haben doch auch Schnaps. Nee, haben die nicht. Ach, wirklich nicht? Da war ich schon. Krass. Naja, Dynamics DT 990. Der kauft auch nicht sowas wie Whisky. Ärgerig. Danke, danke für den Wissab 22. Gui. Aber der ist ein Braumeister, also der war auch relativ gut drauf. Vielleicht kann man den ja mal gebrauchen. Ja, ich sag mal so, wenn wir die Sachen mit den THC-haltigen Alkoholpops machen, ne, dann passt ja da auch Bier zu. Ne, Gertis? Ich hab nicht zugehört, was? Alkohol, äh, THC-haltiges Bier. Was sagst du dazu? Ja. Auch gut, ne? Jo. Ich hab gehört, wir müssen jetzt mal ein Lost-Hops nehmen. Also, das mit dem Alkohol wird jetzt da nischt. Der Lost hat 40.000 geraubt und irgendwie den... Nein, AOD. Ja, nee, warte mal ganz... Warten wir bitte, bis Kim da ist. Da, da, Kim... Ah, ja, Kim... Kim wurde... Das wollte ich auch gerade mal klären. Warte, machen wir das denn noch nicht mit dem Zeskosch? Kim wurden da oben gerade 40.000 Donne geklaut. Ja, 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 ja. Also, machen wir das nicht mit dem Zeskosch? Ja, 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 ja. Der AOD hat den gerade so gekonert, so, ne? Okay. Hast du gehört? Was? Wir können das nicht machen, weil wir können uns das gar nicht leisten. Weil dieser komplette Anzug super teuer ist. Wie teuer aber? 15.000 Dollar. Oh. Und da ist zu viel Geld dafür. Kim hat gesagt, jetzt machen wir die Taschen auf. Und dann hat Kim die Taschen aufgemacht und hat gesagt, dass er 40 Scheine dabei hatte. Nö. Aber vielleicht hat er einfach nur gelogen, dass er so viel dabei hatte. Das kann natürlich auch sein, ne? Also, ich persönlich mache ja aus meinem Geld immer Röhrchen und schiebe die in mein Arschloch. Ja. Ja, deswegen hast du auch den Gehstock. Der muss in die Taschen durchgehen. Und du sagst, wir können uns die Anzüge nicht leisten, Sandro. Wo mal raus, da? Willst du mal nachgucken, was alles in meinem Hintergrund ist? Oh, nee, danke. Nee. Ich war einmal im Knast, das reicht mir. Ja, eben. Und mir hat man ja auch den Kugel-Pilot aus dem Arsch gezogen. Naja, schön. Okay. Also, wo wurde der Wegscher abgezogen? Der ist noch oben, der hat sich ein Taxi gerufen. Der kann noch... Warte mal, was für ein Taxi? Aber das wurde ein richtiges Taxi. Dann nehmen wir uns Molotow-Cocktails, dann bewaffnen wir uns bis zum Anschlag. Ja. Und die sind übrigens sehr empfindlich, was ihre Bikes angeht. Die haben mir eben gerade schon gesagt, dass sie mir... Ja, das war eben ein Hocker so. ...dass sie mir mit dem Bart abrasieren werden, wenn ich noch einmal irgendwie gegen ihre Bikes gegen Ditche. Ich bin gar nicht gegen ihre Bikes gegen Ditche, tatsächlich. Das war der Tanaka mit seiner Tür. Weißen wir Molotow-Cocktails auf ihre Bikes? Aber wir müssen doch die Kohle irgendwie wieder zurückhundern. Erst schon, nachdem wir die Kohle geholt haben. Korrekt, korrekt. Also, erst Ansage, dann... Wir stürmen das Ding. Jawohl, du hast vorhin nur gesagt, uns nimmt keiner her. Wir holen uns die Kohle her, weißt du Scheiße. Ach, ich kriege gerade will. Ich habe... Ja, ich weiß, was du denkst, aber scheiß drauf. Ne, nein. Augen zu und durch. Hab ich gar keinen Bock drauf, sage ich schon ehrlich. Ihr könnt euch da um Kim kümmern, teilt euch das Geld auf. Aber... Was ist mit ihm da los? Irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Wisst ihr, was der Royal Mindchat... Willst du es gerade, Mila? Oh, geil. Was hörst du denn? Aber die kommen gleich, die können ja uns das erzählen. Ach, Harriet. Ich mach mir auch... Ich mach nicht dahin, weil es sonst so aussieht, dass wir jetzt unbedingt irgendwie da... ... mit Sales zusammen AP'n wollen oder so. Da hat keiner Bock drauf. Die macht Musik. Das ist nicht gut, aber egal. Nein, die Musik ist ein absoluter Banger. Jetzt hör auf, das hier runterzureden. Ich mach auch Musik. Und jetzt irgendwas Relevantes? Das hab ich gehört heute, deine Musik. Was dann? Ja, aber diese Harry hat's vom Pillbox. Ähm, die vom Dings, ja. Ist das nicht die Assistentin von dir? Die, wo du die Maske aufhast, die dich erkannt hat. Jawohl, die hat mich einfach erkannt, ob ich Maske aufhast. Ja, dann kriegt die hier Betretungsverbot. Und, ähm, wegen... Ja, ist egal. Äh, Köttes sagt, dies ist ein faules Eimann. Ja, alle, die im Pillbox irgendwas zu tun hatten, so, das sind alles sehr komische Leute. Distanz. Ich kenn's, ich hab mit dir kein Problem. Aber wenn Köttes das sagt, dann... Also, wenn, ihr müsst mir einmal vertrauen, meiner. Ja, das war das Eimann-Krankenhaus, das versteh ich schon. Seitdem sie mir letztens Fliegen beigebracht hat, hab ich auch... Und Laser ist so ein Typ, der... Ihr wisst selber, dass Laser manchmal sehr viel quatscht. Ja, und gut, dass der eine vom Pillbox jetzt Staatsanwalt wird, ne? Nur Laser ist, ne? Also, wenn Laser quatscht, dann quatscht er also wirklich 24 Stunden am Stück. Ganz ehrlich, so ein Jura-Studium hat man aber auch einfach ein paar Sekunden gemacht, wenn es da drauf ankommt. Ich sag mal so, ne? Die Gesetzestexte vom Starte Los Santos sind nur zwei auf vier Seiten lang. Das kann man sich mal angucken. Der Herr. Also, was machen wir jetzt? Gehen wir den Arsch aufreißen? Oder wenigstens dem Lost im Team? Wir warten mal auf Kim und dann... Wir warten mal auf Kim, aber wir können ja schon mal strategisch aktiv werden. Ja, wie? Mila, kannst du bitte aufhören, hier so rumzuwackeln? Das lenkt mich unglaublich ab. Du musst halt doch nicht auf die Pippen gucken, Mann. Das hab ich ja überhaupt nicht gesagt. Sandro, willst du noch so ein Gehstock haben? Weil gleich hast du drei. Das habe ich nur... Alter Schwede, das ist ja einmal alles so auf diese Ebene... Es ist einfach, wenn da jemand die ganze... Ich hab mir da nichts verstanden. Der sagt, du sollst auf vom Rumpen zu wackeln. Ja. Ja. Weißt du warum? Warum? Weil Sandro ein versauter alter... Weil er dir richtig voll auf die... geguckt hat. Das hat überhaupt... Nein. Auf die... Ja, Mila, die wollen ja gerade... Das hab ich jetzt erst verstanden. Die wollen ja gerade deine zarte Seele versauen. Ich dachte, Sandro meinte, weil ihn das nervös macht. Das hat früher auch mein Vater immer gesagt. Lauf nicht so rum beim Essen, da krieg ich einen nervösen Magen. Aber Sandro meinte wegen ihren... Das stimmt... Nein. Du hast genau gesagt, wenn jemand die ganze Zeit neben euch steht. Hallo, Curtis. Grüße. Ich hab keinen Stress damit. Hast du überhaupt keinen Stress damit? Der ist halt der Bauch, der wackelt. Das ist mein Köpfchen-Tanz. Damit kann ich besser denken. Kommt, dann wackeln wir alle ein bisschen. Ach, der Sandro übrigens... Der Welt ist übrigens im Knast gerade. Der EOD hat ihn jetzt einfach in den Knast kommen lassen. Ja, wie? Aber ich find das eigentlich ganz gut. Das ist ja eigentlich so ein Weg. Komm, Männer, wir gehen ein paar Leute abknallen. Ja. Oh, ja, das fühl ich grad mehr. Na, also ich würde... Also eine Möglichkeit ist ja einfach, einen von denen zu entführen. Von wem? Ja, vom EOD und das Geld wieder raus zu abressen. Was wollt ihr denn von den Pissern, Mann, die ganze Zeit? Na, 40.000. Weid, wir wollen den Weid wieder haben. Ich muss überhaupt nichts von denen wollen, Royale. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ja, ja. Nur weil gerade alle Genoden ziehen. Ja, weiß ich nicht. Ja, kein Bock, das Ding dann mit dem Finger auf wegen Zeit. Hab ich echt keinen Bock. Nee, finde ich Royale jetzt aussagebar. Einfach, einfach auf Krampf da jetzt hoch, Mann. Wir haben ganz andere Feinde noch. Haben wir bei einer Stimme was, Kim, erzählt? Also wenn die dem halt 40.000 genommen haben, dann haben die dem 40.000 genommen. Ja, aber dann bring ich Leute um für 40.000. Ja, dann... Ja, dann töten wir jetzt einfach alle. Ja, okay. Wir können zumindest das Geld wiederholen. Curtis, warum hast du das denn immer noch dabei? Ist das mittlerweile mal gewaschen? Weil ich... Nein, ich bin den Geruch voll weg. Kein... Kein... Oi... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die die Karre zu Schraub gefahren haben, die Wichser. Das kickt wirklich irgendwie anders, meine Güte. Der Kim meint irgendwie, die haben das kaputt gemacht. Was für eine Karre? Ey, ich gehe einfach gleich Drogen verkaufen und mache Geld. Ach, komm, Royale. Ja, was? Ey, hast du noch so ein blaues Licht für mich? Ich habe meins auf dem Berg gelassen. Ja, Peter. Blaues Licht hinterm Aldi RS, wir wollen so laut und zu schnell. Ich kaufe auch eins. Blaues Licht vom Polizei. Ich habe keine blauen, nur noch grün und gelb. Scheiße. Aber gelb passt auf Taxi, Taxi. Ja, aber das gelbe ist Sancho's Farbe. Ich bin blau. Kann ich mich gerade in meiner kleinen Kimme anrufen und fragen, wo der ist? Kann das nicht sein, dass ich so lange brauche. Ja. Oi. Ich bin stark, Alter. Weil der gerade gesagt hat, Sancho, da haben wir auch noch was. Ja, den wollten wir suchen, aber ich habe keine Ahnung, wo. Ich habe seine Nummer, das ist nicht das Problem. Versuch den in den Fall und versuch den herzulocken. Was hast du denn mit dem vor? Eigentlich müsste ich mir den umbringen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem vor. Ich will den verprügeln. Ich prügele den Code aus ihm raus. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Du könntest ja unter dem Vorwand den anrufen, um zu fragen, wer weiß, was mit Billy passiert ist. Weil der im... Ah, fuck. Weil du könntest ihm sagen, dass er im Koma den überlebt hat. Oder wir noch nicht mit dem gequatscht haben. Ich frage ihn einfach. Ach, nicht erreichbar. Gut, hatte ich ja nicht. Bro, das kannst du alles vergessen, Alter. Immer ist man auf an den Leuten angewiesen. Wir fragen eigentlich schon wieder von vorne an, Kurt. Ja, wir fangen schon das fünfte Mal auf die vorne an. Das nennt sich Re-Start oder Re-Boot, Kurt. Also, ich bin auch ganz ehrlich. Wenn das wirklich stimmt, was Kim erzählt, dann gehen wir uns die 40.000 zurückholen. Das müssen wir. Ja, warum müssen wir nicht so machen? Wir machen das bei jedem anderen. Warum sollten wir das bei denen nicht machen, nur weil auf einmal im Norden eine Kirmes ist? Wir müssen ja keine Leute zusammenschießen. Aber man kann wenigstens eine Ansage machen. Ja. Wenn Kim die Wahrheit erzählt. Der Name hat halt viel Mist auch. Also, ich hab da auch schon ne Idee, wie wir das machen. Wir schicken Mila genauso, wie sie jetzt gerade ist. Schicken wir sie hoch. Die soll die... Ja, und die sagt, gibt die 40.000 Euro zurück. 40.000 Euro, dann werden die sagen, nein, machen wir nicht. Und dann kommen wir alle anderen krass schwarz markiert. Äh, maskiert. Pipapo. Und dann kommen wir als freiwillige Feuerwehr- Wasser werfen die einfach ins Oblivion. Ja? Göttes, ich hab ein paar schlechte Nachrichten bekommen. Was dann? Erstens haben mir die Leute gesagt, sie haben... Ihr habt nichts, ihnen zu bieten, was sie interessieren könnte. Okay. Zweitens haben sie gesagt, dass ich in verschiedenen Akten aufgetaucht bin. Und offenbar können die Polizei- und Geriffsakten lesen. Ähm... Ich bin in Gefahr. Ich bin mir nur nicht schlüssig, was ich jetzt machen soll. Das überlege ich mir in den nächsten 20 Minuten. Inwiefern? Inwiefern im Gefahr, Dr. Chuck? Ich rechne damit, dass die Staatsanwaltschaft mit eingressieren wird. Und dann, wenn sie mich fragen... Ja, aber weswegen? Wurden sie irgendwie bei irgendwas erwischt? Ich war... Ich hab mich gestern getroffen mit Leuten im Hotel. Als ich dort wegfuhr, sah ich, dass um das Hotel herum schon lauter... ...unauffällige Polizei-Arte standen, die haben mich natürlich erkannt. Ja, aber Dr. Chuck, Sie sind Arzt. Sie helfen jedem Menschen. Sie wissen ja nicht, was die Berufe von den Menschen sind, die vor Ihnen stehen. Das ist doch gar nichts. Aber für mich klang das so, was die mir erzählt hatten, dass ich öfters gesehen wurde. Und die mehr über mich, mehr wissen, wo ich war und was ich getan habe, was ich dachte. Ja, aber das... Nee, 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 Dr. Chuck, wenn das so... Nee, nee. Niemals ist das so schlimm. Glaube ich nicht. Ja, das war die andere Möglichkeit, dass ich alles abstreite, dass ich ihm das gedacht hatte. Ja, natürlich. Wenn die Cops fragen, was sie da gemacht haben, sie wurden hingerufen, sie sollten niemandem helfen. Sie sind Hausarzt, ne? Sie haben jemandem geholfen. Die Cops haben sie weder mit irgendwas erwischt, mit Drogen noch sonst irgendwas. Ich würde jetzt halt nur das Lager irgendwie... Das müssen wir... Ja, das Lager, das war die dritte Nachricht. Das Lager wurde heute geknackt. Diese Hackerin, die die Polizei hat, hat sich wohl in das MD-System gehackt und konnte das Lager knacken und... Welches Lager? Ja, das war 6014. Unser Lager? Genau, zum Glück habe ich es gestern ausgeräumt und nur das Cannabis drin gelassen. Boah, zum Glück. Also, ich habe im Baycat auch schon das Glück zwei Stunden, bevor die es durchsucht wurde, hatte ich das ausgeräumt alles. Ich weiß zwar nicht, von was Sie da reden mit einer Hackerin. Oh Gott, Mensch, oh Gott. Aber Dr. Chuck, machen Sie es nicht so viele Gedanken. Am besten treffen wir uns mit Roy und so. An einem geheimen Ort und quatschen wir mal drüber. Nein, nicht mit Roy. Nur mit dir. Oder Mila. Dann komme ich mit Mila. Okay. Okay. Dann überlegen Sie sich mal, wo. Ich packe meinen Mila und dann rufen Sie mich gleich an. Ja, mir ist ganz egal. Vertrauen Sie wollen, nicht? Ich kenne Roy lange und gut und ich weiß, dass er so. Ich denke, er hat Phasen, wo auf alle und jeden scheiß. Ich muss mal noch ein Magazin lernen, diesen fällt mir gerade ein. Kann ich dem das wenigstens sagen, dass wir nichts haben, was die wollen? Ja. Okay. Ja, dann mache ich das eben. Sie gucken mal, wohin dann. Ja, ist mir egal, wo. Keine Ahnung. Ja, dann melde ich mich da. Ich verstecke mich jetzt nicht, ja. Ja, ja, mach es. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Weil das würde ja bedeuten, dass die schuldig sind. Einfach genauso weiter machen. Wir können uns ja auch im Pillbox, also im Baker Suit, treffen, oben im Büro. Nein, ich gehe doch nicht in diese Fluchtbüro aus. Nein, dann gehen wir halt ins Baker nach oben. Ja. Ja, ihr könnt auch zu mir kommen, in die Praxis. Ja, oder so. Okay. Okay. Ist gleich. Ist gleich. Was ich dir jetzt sagen wollte, wollte ich dir nicht gefallen. Ah. Bro, warte mal. Behol dir mal eine Kippe raus. Warte. Das ist ein ganz schlechter Tag heute. Ja, tschüss. Ich mache mein Maul dann. Dr. Chuck hat mich angerufen. Und er soll uns mitteilen, dass wir nichts haben, was die interessiert. Und dafür warten wir jetzt vier Tage. Wir müssen komplett neu anfangen. Gottes, ich gehe jetzt gleich ins Lager. Ich punche einen Cook. Ich gehe die Drogen verkaufen. Ich mache mein Lager leer. Und Dr. Chuck hat mir erzählt, dass es wohl eine Hackerin gibt. Und die räumt Lager leer. Bro, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Warte, wie will eine Hackerin denn? Also mein Fahrt ist heute schon voll, Mann. Mitarbeiter, da sind so Codes, weißt du. Das kannst du hacken. Bin kurz. Ach so, ja. Also ist mein Lager bald leer. Gut, dann shoppe ich alles in den Auto. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wen interessiert was nicht? Alter, was? Ähm. Alter, warte. Ich habe dir das so erzählt. Yo, 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 warte mal. Komm, wir zu Saldemüller. Hm, okay. Ja, fette Karin. Wir haben doch diesen Bildi-Bildi-Bildi-Bildi-Bildi-Bildi-Bildi-Bildi-Bildi-Bildi-Bildi-Bildi-Bildi-Bildi. Also das Gerücht ging rum, dass die beiden gesucht werden. Ja. Von dieser Untergrundorganisation oder Katerio oder was soll immer. Ist Makarino jetzt gesucht oder nicht? Keine Ahnung, nee. Nein, 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 nein. Okay, warte. Nix wirklich. Okay. Oh, Makarino. aber das interessiert die nicht wir haben nichts was den einfach alle ficken gehen wirklich nicht gesucht nix interessieren sich also diese media von der jeder redet ja hier könnte ich bin irgendwie ein freier mann jetzt wieso was habe ich geredet ja das kartell will mich nicht mehr die informiert bekommen die interessiert sich im scheißdreck und von wem hast du die info bekommen ja das werde ich dir nicht sagen können wenn die kommunikation hier so läuft dann machen wir jetzt unser eigenes ding es ist natürlich auch vollkommen klar also was soll denn das ich bin hier nicht kein kopf für nix ich bekomme auch nur sachen gesagt es ist doch erstmal wichtig dass makaroni niemanden interessiert und er überlebt ich rufe jetzt gerade an mann ich so codeine warte jetzt auch schon wieder zwei wochen drauf ja noch ein paar tage acht und acht das dauert alles ich habe die schnauze voll was denn das war so klar dass er durchsucht hat es okay soll ich sagen wir fangen bei null an sagt nur alles okay doktor chack hat das geklärt doch dort hat kontakte zum kartell wir wollten da gucken dass wir die wir wollten gucken dass wir billy und makaroni da rausbekommen dass sie überleben weil wir dachten dass die sterben sollen wir wollen wir wollen das verhandeln gegeben weil er einfach kontakte zum kartell hat wir wollten das verhandeln und da hieß es ja das kartell interessiert sich für beide und scheiße wir haben nichts was die interessiert komplett krank wir fangen wieder mit null an grüße chrisby chrisby wo ist mein auto das ist in der werkstatt das auto geht so und chrisby wurden kim wirklich hat 40.000 oder war das nur ein schauspiel ich krieg ich krieg ein rappel alter er hat sich wirklich aufziehen lassen ich glaube ich habe schmerzen gehabt sind denn hier heute alle so schreistet auf ist irgendwas passiert sag mal ja ich auch hättest du jetzt nichts gesagt wäre ich einmal um bock gefahren danke wir kommen gleich wieder so viel negative energie ist nicht gut wir treffen uns jetzt mit dr chuck ich habe das voll aufgesaugt das tat voll weh das tut mir so leid was naja wir müssen wieder bei null anfangen naja nun ist das halt so ja aber wir fangen schon beim wir fangen schon zum sechsmal bei null an aber wir können doch nichts ändern warum müssen wir denn auf irgend so für irgendeine Kasse wir wollen nicht für die arbeiten wir wollten diesen makaroni ausliefern weil wir dachten damit können wir billys leben retten wir wollten nicht dass billy stirbt und jetzt interessieren die sich aber nicht für billy liegt im koma er wird von seinen eigenen leuten von den dings runter geschmissen ja warum machen wir da nicht was für das hatte roi gerade versucht aber da geht keinem zähne weil die leute einfach irgendwie an der kamer sind immer da wollen wir ja was gegen machen dann weiß man denn nicht wer die sind wie die aussehen und so doch ja weiß man und wo die sich immer auffahren ja wissen wir auch können wir ja mal vorbeifahren ja aber die Spinner willst du nicht finden weil das irgendwelche Nonim sind das sind irgendwelche Zivilisten außer du hast Glück und du findest die genau hier aber gestern stand hier noch alles voll mit Autos und jetzt ist schon 80% weg wenn die überhaupt noch existieren du musst das verstehen wenn man tagenlang plant und quatscht und quatscht und dann am Ende alles für nix war ja das ist frustrierend aber wir haben doch noch andere Sachen vor ja wahrscheinlich geht die Aude gleich alles zu spüren was ist denn der Lust ich muss eine Ansage machen ja es wird langsam Zeit Milo für eine Ansage von dir ich okay es wird Zeit dass du mit machst bei uns so richtig ja Hallo Dr. Chuck Hallo Kirtis Milo was ich dir jetzt noch nicht erzählt habe das bleibt erstmal unter uns Dr. Chuck ist aufgeflogen anscheinend wie aufgeflogen? ja der hat sich da mit Leuten getroffen und das wurde irgendwie in der Agda vermerkt und welche Leute? na mit böse Leute böse Organisationen von denen ich gerade geredet habe und in einer Akte von Potschei? ja und jetzt? ich hab nix Dr. Chuck macht einfach so weit und wenn der angesprochen wird sagt der jo keine Ahnung wer die sind ich helfe Leuten ich bin Arzt na dann ist ja alles gut oh Dr. Chuck da sind einige sehr sehr sauer gerade warum? na wegen dieser Sachen mit Billy und diesem Macaroni was ist mit Macaroni? naja wir haben ja eigentlich gedacht dass beide gesucht werden achso weil die ja gequatscht haben ne? ich dachte es geht nur um Billy nö soweit ich das verstanden habe sollte Macaroni gesucht und Billy weil beide mit der Polizei gequatscht haben genau wie anscheinend die anderen Slim ist tot und der Bernd vom Lost hab ich gehört ja deshalb sind wir fest davon ausgegangen dass die zwei auch gesucht werden und jetzt heißt es ja oh wir interessieren uns nicht für die vielleicht haben sie das schon selbst gefunden? Billy liegt im Koma und der ist oben versteckt im Krankenhaus und niemand außer Dingeberg und ich und Roy und wir jetzt alle wissen dass er da liegt ok es gibt keine Ahnung der kann nichts und Macaroni der läuft bei uns auf Villa rum ok ja ich bin gerade ein wenig überfordert ich rechne damit das Team ich einpacke die Sheriffs ja ok und mich dann ausfragen ja aber Dr. Chuck nehmen sie mal das also was heißt nehmen sie mal das nicht übel die Cops die haben nix drauf die sind absolut also die andere Gefahr ist natürlich dass wenn die Leute über dich was erzählen könnte das Risiko nicht eingehen wollen und die mich schnappen naja aber die Leute haben ja einen scheinen Aktenzugriff und dann werden die auch rausbekommen wenn du plauderst und du wirst einfach nicht plaudern dann wird offensichtlich jeder Aktenzugriff sie werden aber ja nicht plaudern gegen diese Leute und das werden die auch rausfinden dass sie nicht plaudern nein habe ich nicht vor ich meine das kann ich nur verlieren und ich meine alles was ich hier stehen habe das verdanke ich ja von Tame und diesen Leuten Ihnen wird nichts passieren ich habe meine Seele verkauft wie lange arbeiten sie schon damit zusammen schon zu Regen Zeiten das ist ja schon Monate und da ist nie was passiert da wird schon nichts passieren wir müssen jetzt nur alles wegschleppen was wir haben was man gegen sie verwenden kann ja zum Glück habe ich das Lager drüben nicht angeschaut aber nachdem ich das gehört habe denke ich werde ich da gar nicht hingehen weil das wahrscheinlich observiert wird ähm wo jetzt genau können wir da drauf zugreifen dann gehen Bilder hin könnt schon hingehen aber warum solltet ihr euch da hineinziehen lassen nein aber doch schau mal wer alles für sie machen das habe ich gesagt da sind nur Medikamente und eine Tonne Gras drinnen ja das ist ja nicht viel das heißt ja noch lange nicht dass die nirgendwas verwickelt sind das ist halt medizinisches Cannabis ne ich gehe mich mal umziehen mich ist fisch da wird nichts passieren die haben ihnen ja auch Bescheid gesagt damit sie Vorkehrungen treffen können falls die Kops auf sie zukommen ich muss mit denen nachreden ich weiß nicht ob mir die durch die Blume sagen wollten dass ich untertauchen sollte für eine Weile ja wohl dann machen sie halt Urlaub gehen sie in die Berge angeln ich bringe ihnen Essen das habe ich schon mal gemacht wenn du dich erinnerst ja ja dann machen sie das einfach wieder ob es was bringt ja na gut na ja ich glaube Flucht ist halt auffällig das sieht dann so aus als wären sie schuldig ja genau aber machen sie sich keine Gedanken die Dora ist ein absoluter Clownswein ich mach mir schon ein wenig ach Mann die Dora hat gestern Pinsen angerufen wollten Informationen von dem die haben richtig gebettelt so klingt das so klang das die haben gar keine Ahnung was hier abgeht der Pins ist ein Ex-Cop der hängt mit uns ab der wundert sich immer wieder was hier abgeht in der Stadt wovon der nie was gesehen hat als sie auf Streife war die haben absolut keine Ahnung denken sie eine kompetente Polizei und 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 alles wird wird das mitmachen jeder weiß jeder weiß dass diese Organisation dass die existiert und da wird nichts gegen getan oder ermittelt ich hab keinen Einblick was da alles passiert normalerweise ich versuch mich ja bis jetzt immer rauszuhalten es ist zunehmend schwieriger ich könnte den Ex-Cop anrufen den Lüg ach nee scheiß drauf nö nö einfach einfach unterm Radar weiterbleiben einfach weitermachen Lüg wir sprechen immer über Privates und über Dienste ich hätte ihm so eine Fall stellen können von wegen yo Dr. Chuck wohl den fühlt oder sowas aber warum sie haben ja nichts getan sie haben ja wirklich nichts getan wovon die wissen könnten ich hab euch nichts angestellt ich hab niemandem was wehgetan ich hab nichts gestohlen ich hab niemanden umgebracht ich hab vielleicht Dinge gesehen die ich nicht weiter erzähle aber ja aber das kriegt keiner aus ihrem Gehirn extrahiert vielleicht unter Folter würden sie sowas sagen aber das dürfen die nicht da guck links seh ich sofort wer das ist das sieht man ne das meine ich Dr. Chuck man sieht sofort was abgeht da kommen jetzt gleich wieder ein Polizeiwagen hinterher ich hab nur ne Millisekunde hingeguckt und wusste wer das ist ohne auch jemals von denen ja Kopfwagen dahinter die werden absolviert dann wissen sie jetzt auch warum sie in Verbindung gebracht werden ich denke es ist vielleicht ganz gut wenn ihr mit denen nicht zusammenarbeitet sondern ihr eigenes Ding macht machen wir auch König ist es okay wenn du wie kommst na klar ja du darfst kommen wir machen auch unser eigenes Ding Roy stinksauer weil der auch gewisse Sachen schon bestellt hat und da schon einen Monat lang drauf wartet wo bist du weißt du was ich gerade wir sind kurz Doriapolen und eben beim Doktor Tschang angehalten weißt du was ich gerade gesehen habe fünf gepanzerte Dings und dahinter ne Streife von den Cops ins Zivil ja ist mir egal wir machen jetzt unser eigenes Ding wir scheißen drauf komplett kommst du her ich komm wieder zum Armwesen jetzt ja ja alles klar bei dir ich geh jetzt beim Audi rein okay okay bis gleich die soll sich beeilen Mila wir gehen jetzt beim Audi rein weil die Kim 40.000 Dollar abgezogen haben okay warte ich ruf die nochmal an also die lange oder soll ich sagen die soll zum Anwesen ähm ne die soll herkommen wir müssen ach ne wir können das ja hier ähm Dings ähm gib mal deinen Medizinkoffer ja beeil dich wir müssen los du kannst ihn einfach hier hinstellen du musst schnell zum Dr. Chuck kommen was hier hinstellen man die weiß doch gar nicht wo Dr. Chuck hier sein Name machen sie sich keine Sorgen doch nein das ist ein Clownswein ich muss mir jetzt überlegen was man mir doch die Blume sagen wollte wissen sie was ich komisch finde das gestern noch hieß ja das klingt interessant und heute wir haben nichts was die interessiert dabei ist auch die rechte Hand nicht was die linke tut auch Clownswein Gott ich verrate habe ich zu viel interpretiert das geht ja deshalb sage ich ja da weiß die linke Hand auch nicht was die recht tut was soll ich hier hinstellen na deinen Arztkoffer hast du dabei oder ach so lass den hier ja ok sowas habe ich auch noch nicht erlebt aber ist egal wir leben einfach unser Leben wir sind Ärzte und wir machen ein bisschen Quatsch genauso möchte ich auch weiter machen ja aber das können sie doch kein Problem steppen sie nur ihre ganzen Drogen weg ich mag die da ist Dofi sie sollen ja nur verstecken ich habe schon alles versteckt naja ich glaube nicht hallo dr. Chuck ist Berater vom fernig dinge danke schön wenn sie Hilfe brauchen sagen sie Bescheid dann ruf ich an ja Dori fährst du mit dem Auto du fährst mit dem Bike nee ich komme mit dem Auto mit dann jetzt go sehr gut bis rechts oder links rechts egal einfach dahin wo du willst also der Kimboot vom Audea bezogen 40.000 Dollar und da fahren wir zum Anwesen und dann fahren wir dahin mach ich jetzt noch die Ansage weiß ich nicht musst du gleich einen Anfragen kann sein dass die euch zwar reinschicken dass ihr nicht fragt ob wir das Geld wieder bekommen und wenn nicht dann kommt Sandro und so also Sandro hat gesagt ich soll Ansage machen und dann sagen die oh das ist ja nur die keine Mila und dann kommt ihr um die Ecke naja du gehst dann rein und sagst können wir das Geld wieder haben ich pisste in den Helm mach Bildung mal stopp schmerzen super oh es ist super nüchig oh gut ich weiß nicht was ich davon heilen soll in den heilen auch ja hm ich aus Nix-Pause, Crash Nein, das war nicht Nuss Das war so 99% dieses Kartell Gepanzerte Autos, selbst wenn du ausspielst Dann hat eine Millionenstadt ist Fünf gepanzerte Autos hintereinander Oder so eine Kolonne, Alter Das fällt einfach auf Und dahinter dann Zivilwagen von den Bullen, Junge Den auch jeder erkennt Ja, das ist echt belastend Das ist echt belastend Egal welches LP wir bisher angefangen haben Mit irgendwas, das wurde uns alle Von unter den Füßen weggezogen Alles komplett Regen, Grove, alles weg Da wünsche ich dir Dankeschön für den Primester 49. Kuss zurück Was, aus welchen Gründen genau? Ja, ich bin noch Minks hat Kopfschmerzen Okay Naja, weil ich auch Weil Regen hingerichtet wurde Ja, aber Curtis ist keine Babykatze Die Grove hat sich selber sterben lassen, weil die keinen Bock mehr hatten oder so Hast Curtis eine Babykatze? Halt genauso rum Warte, steckt Curtis seine Zunge in deine Nippel? Nein Das machen die doch im Bauch Curtis ist doch nicht in meinem Bauch Man macht den Zetzen Ja, aber doch nicht im Bauch Klar Im Bauch kannst du ja nicht daran nuckeln Darum tust du deine Kuh Oh, um die auszuhöhlen Oh, schau mal Das ist mein Zelt Wir haben hier Tattoos an die Häuser gemacht Cool, oder? Das ist cool Wer ist das denn jetzt? Wer ist denn das jetzt? Was denn? Ich hab doch gesagt Das ist von Miran die Schwester Die hangen sich doch aus Das ist meine Schwester Ja gut, komm Haben wir ab Es tut mir leid, Miran ihre Schwester Aber wir müssen jetzt so einmarschieren Okay, tschüss Dauert ihr jetzt wieder ab, oder was? Miran ihre Schwester Kommt ihm, dann läuft er ran Kann man hier nicht mal mehr fragen, wer das ist Ah, ich verstehe die Welt nicht mehr Grüße Curtis, warte kurz Warte Hey, der hat gesagt, warte Sind wir jetzt sauer? Das ist Jeder Schwanz Bringt da irgendwelche Leute mit Aber egal Ja, vor allem Jonny Immer seine Bitch Ja Gott Was ist mit der Karre? Das Geld ist hier kaputt Wollen wir als Rache die AOD vorwarnen? Lol Gott, ich muss zum Dings Ich muss zum Göni fahren Die Karre ist bisschen komisch Ja, warum wohl? Also ich würde hier jetzt keine Formel für den Raum stellen Ich sag mal so Hätten wir heute die Show abgezogen im Stadtpark dann wäre das nicht passiert Ich weiß, welche Show Oh, wir wollten Giraffenaffen vorführen die eigentlich die Zesquash sind und dann sogar Kämpfe mit dem Zesquash anbieten die der Zesquash natürlich gewinnt Ja Klar Ist ja stark Ja Damit wohl ein Bereich geworden Aber das Kostüm ist leider sehr teuer Hm, das stimmt Und du hängst wild dabei irgendwelchen Gangstern rum, Luri? Ey, hab ich chill da wirklich nur? Von den einen Vollidioten zu den nächsten Ich hab sonst mit niemandem also euch beiden in der Stadt zu tun Und Miha hab ich 20 mal angerufen und da war sie nie da Hey, du hast auch nie da Ja, okay, aber Ich meine ja in den letzten Tagen Ja, aber nicht von meiner Seite aus Ich hab dich angerufen Da warst du halt Oder Stefano rennt da rum Alle rennen da rum Alter, nirgst du da von meinem Problem Hab ich gar kein Bock, Alter Ich will diese 5 Minuten reinzuziehen Ach, Quatsch Ich war jetzt gleich da oben in den Nähe Und dann guck ich mir ja dann, was ich da vollbringe Wenn die überhaupt da hinfahren Ja, Pinsel stinkt ja auch Wo ist der eigentlich? Das stimmt im PD Der hat doch auch keinen Bock mit uns abzuhängen Wieso? Der will lieber mit dem Peper abhängen Aber die letzten Tage war der doch immer mit uns Ja, weil der niemanden anderen hatte Ja, aber dann Warum kommst du denn auf den Peper? Weil der es gestern gesagt hat Oh Das ist gemein Luri, weißt du, ob der Günder ist? Ich kann ihn anrufen Hallo, ist der Günder hier? Günder, meine Karte ist gepult Was hast du hier gemacht? Die klappert und klimpert Na, ich muss doch kurz aufsteigen Ich hatte Kopfweh misseln Ach so, ja, naja klar Und dann, äh, bum, bam Milan und Dori saßen drin Puff, puff, puff Und auch ein bisschen das hier Oh oh, wirklich, auch noch? Oh je Ja, ganz schlimm Na gut Na ja, das ist natürlich eine Riesenproblematik Ja, Kür, das war voll passed out Wenn du weißt, was ich meine Passed out Ja, naja klar Kannst du jetzt auffahren? Einfach weg? Ja, einfach auf Kühne Kannst du mir die ausbauen und so? Ja, naja klar Kann man machen Und Dori, wie geht's dir? Ja, einfach fantastisch Nö, heute ist der Oberkörperfreit Aber weil es doch noch ein bisschen kühl ist Hab ich noch eine Flanelle hinten Ich hab dir doch gesagt Du sollst auch von Englisch scheiße Echt? Du schreibst, Alter Wird für OG von der Penner-Gang Und ich wisch sie weg Ey, mein Bärchen, was ist los? Ja, nix, wenn wir da abgauen Ja, warum? Könnt doch mit Nö, das war ja dann Das klang irgendwie wie ein Problem Wir wollten nur wissen, wer das ist Alles gut Ja, aber Nein, Kim, das kann nicht sein Weil ich wollte nämlich Fünf Minuten vorher im Telefon gesagt haben Wir gehen gerade Dori abholen Ja, aber es ist Heute ist ein schwieriger Tag Heute ist nur alle ein bisschen Nein, das ist überhaupt nicht schwierig Die Leute rasten einfach komplett aus Ja, das ist nicht so persönlich Alles gut, komm einfach vorbei Wir sind jetzt nicht bei Armonation Beim Stadtpark Sag mir mal, was wir vorher haben jetzt Eigentlich haben wir jetzt vorgleich Gemeinsam zum AOD hinfahren Ja Mit Waffen zu bedrohen Den Typen, der es mir Geld genommen hat Rauszunehmen Mit dem Tarlis zu reden Oder ich rede das Und versuch das Geld wieder zu kriegen Ja, und da habt ihr euch jetzt gegen entschieden? Oder was? Dafür haben wir uns entschieden jetzt Mit Knachen Also macht ihr das gleich? Ja genau, wir sind jetzt Wir sind jetzt beim Stadtpark An Animation Und kaufen uns jetzt Munition Achso Ja, okay Dann Jo Stadtpark An anderen Menschen? Ähm Ja, da waren ganz viele Leute drin Da war auch sogar Jörg drin Nein, wo ist denn da ein Stadtpark? Ach du meinst Armonation? Ja, Armonation Ja, wir gehen uns gleich auch kurz links Obwohl ich nicht glaube, dass wir schießen müssen Also wir drei jetzt Nee, glaube ich auch nicht Weil das ist doch so eine kleine Werkstatt Ja, ich weiß Das ist vielleicht mich dann ein bisschen Übertrieben dargestellt Ja, wir kommen dann gleich Ja, kein Stress Wobei Jo Na, aber doch Dann haben wir das Dann hab ich das falsch verstanden Was? Ich dachte, das wär jetzt ein Problem Dass Dohle dabei ist Aber die wollten einfach nur wissen, weil das ist Ja, aber hä? Warum warst du dann so rüten, wenn die Fagen Weil die manchmal Ja, weil die manchmal so fünf Minuten haben Wo die nur am Rumweinen sind Achso Ich hab gedacht Die haben gesagt Die wollen nicht, dass die dabei sind Nee, so hab ich das verstanden Aber das ist nicht so Ah Kann ich selber machen, wenn sie schon so Profi ist Äh, nee, ich kann das ja nicht Aber ich guck Guni auf bei der Arbeit Ja, Guni, was haben wir denn hier? Huch, hukuluuu Huchuluuu Ich sag ja alles verschrotten, nehmann Nein, hier ist die Schrott Wer bist du denn, dass du sagst, dass die Schrott ist? Ich bin Junior, der Dauerpraktikant Wer bist du? Halt, Mohl Ich bin Dori Was geht denn? Weißt du, wo ich die Narbe im Gesicht hab? Dori, Halt, Mohl Dori, komm mit Oh, oh Ich hab einen T-Rex gekampft Tschüss Junior Ja, mach's gut Guni, ist das dein Sohn, der mit der Palme? Ja, nee, also, nee Kommt der aus deinem Pint? Daddy, sag's ihm Nee Ja, also Ist quasi Also, weiß ich jetzt nicht Ist eher so ein Kind, das man halt nicht hat Also nicht zugibt, dass man es hat Okay Was ist denn meine Karstik kaputt oder? Nee, nee, nee Der klappert nur ein bisschen Das hat eingefüllt und so Genau Da ist der Schwimmer quasi Der hängt dann oben dran Okay Gleich für dich da Juni hat sich schon drum gekümmert Na, ist halt noch ein Guter Das ist ein Gangster Ja Aber auch, also Auch ein Gangster soll eine Chance haben Richtig, Mann Stimmt, ich bin ja auch Doktor Echt? Bist du? In was bist du? Ja, ich bin ein Schamane Warte mal, hier wird man in den Felsen Ich mach Kettenhaltung Ich setze Totems auf dem Boden Wo? Ui Ja, ja klar Natürlich Hallo Junior Hallo, ich hab den Namen vergessen Heiz im Maul Junior Darum sind alle so gemein zu mir Hey, ich war gar nicht gemein, ich hab Hallo gesagt Aber die Dame neben dir Das ist meine Schwester Genau ihre Schwester, du Arschloch Nämlich nicht Dame Das ist ja traurig Zeigen sie noch nicht traurig sie her Ich schenk dir eine Pokémonkarte Na ja, klar Du hast da Kondagony Ja, nix du Ich bin gleich Einmal Wasser auffüllen Ich bin nicht absolut Ja, ist ja in Ordnung Ist doch nicht viel kaputt Ich schenk dir eine Pokémonkarte Komm raus Okay, alles klar Ja, schön Ein, zwei Suppen, Hühner Wir müssen los Wir müssen los Tschüss Junior Dann keine Pokémonkarte Tschüss Junior, war nicht so gemein Warte, ist das Auto nicht noch unrepariert? Nö, das kannst Okay Na dann gib mal Gas, Alter Gini Machen wir das, wenn wir das möchtest, klar Dankeschön, Gini Danke, Gini Mach du dir drei, ja Was hab ich auch nicht Du Dillie Ja, la, dich beschützen Mal aber der Quani Naja, klar Wunder Ich bin's Teil, dass du Egal, was du zu Gini sagst Er sagt Ja, ja, klar Kisteln du Hä? Ich will ihn, die gar nicht wissen Der ist alt Okay Aber ich fliege mit ihm nach Hawaii Und dann suchen wir Nach Hawaii? Da war ich auch schon mit Milo Ja, und wir gehen in den Jurassic Park Der ist doch gar nicht in Hawaii Jawohl, das wurde da gedreht Nee Doch Hm, dafür gehen wir ins Erdbeerland Genau Geh doch ins scheiß Erdbeerland No Solange es da keine Wassermelonen gibt, will ich da eh nicht hin Da gibt auch Wassermelonen Im Erdbeerland Ja Du lügst Mach ruhig Pipi-Pause, wir fahren nicht zum Ammonation Oh, du lügst Oh Kann ich hoaren Oh Nein Wie treffen wir uns nun? Ein guter Treffen Und die Tasche hat es verboten Ich gehe Magazine kaufen So, warum bist du jetzt so eine Diva? Ich bin keine Diva, ich dachte nur, das wäre ein Problem Ja, nee Wir fragen nur, wer das ist, Mann Ja, und ich habe dir vor fünf Minuten am Telefon schon gesagt Ich hole Dora Ja, aber für die anderen, Mann Wir machen hier eine Special Operation Und ein Laufender kommt eine Fremde, die ich nicht bin Aber hältst du mich für einen Amateur? Ich weiß doch, dass ich niemanden mitbringe Zu so einem Special Ding Ja, hast du aber Hast du eine Knatte? Mach jetzt nicht den Kim, ganz ehrlich Aber die müssen sich ja nicht rein Wir brauchen Frauenbäcker bis hin War nicht der Plan von Sandu, dass wir erst die Frauen reinschicken? Die sollen höflich nachfahren Was ist denn los? Und dann kommen die Big-Männer vor mit dem Big-Pullermann Ja, du steigst dein Auto und fährst einfach weg, Mann Ja Wirklich schrecklich, Alter So bist schrecklich Wenn du mich jetzt nicht auf der Steine küsst Dann bin ich sauer Ist dir irgendwo ein Gelder, Thomas? Mir ist heute nicht nach Liebe, mir ist heute nach Hass Ich will jetzt einen polnischen Schnuck Na, die waren Kohle für Mila Was, einen polnischen? Ja Okay Geld für Magazin Ja Ja, was geht ab, Meister? Dann geh ich halt zu deinem Zwillingsbruder Guck mal, das sind Zwillinge 300 Dollar Ja, voll teuer, oder? Ja, bitte schön Okay, ich bin bereit Curtis, wenn du lustig bist, was du lachen willst Ich hab ein trauriges Video hochgeladen, aber wie nett Du willst das Video deiner Geburt nicht sehen? Die Existenz ist traurig, Alter Das sagt man aber nicht Es tut mir doch leid Dafür arbeite ich einen Monat, Alter Und ich denke mir, komm, die Jungs machen ihren Scheißjob gut Gibt es eine Sondergratifikation Ja, ich lerne daraus Das ist Dovi, meine Schwester Ja, hallo Meine Schwester, Dovi und ich Was ist das taurige Video? Du, du, Dovi Ey, hast du noch so ein Tuch? Ich hab dir das immer noch nicht gekauft Ja, wo? Du, du, Dovi Kann ich das haben? Dovi, ich bin Dovi Aber das ist nicht schwarz Nein, ich bin Dovi Welche Farbe hat das? Geil Ja Okay, gib Nehme ich Mache ich eine Ansage jetzt oder nicht? Du musst bitte sagen, Alex Bitte, bitte Danke, danke Und den Asozialen gibt es auch immer mehr Ja, was wird dort tun jetzt? Du gibst gleich nochmal eine Einweisung Pack das mal richtig ein, dort hier Weil wir werden mit den Geh-Waggons weiterfahren Achso, na gut Warte, ich muss meine schwarzen Palette Air Force anziehen Ich bin auf der Straße aus Gut, dann sollten wir jetzt keine Zeit vor Ja, gib den anderen nochmal Die wollen nochmal wissen, was los ist Ja, also Wir machen das jetzt ziemlich Entschuldigung Also Die Sache ist jetzt relativ simpel Wir werden davor parken Wir werden rausgehen Ganz gemütlich in den Barraum gehen Ich werde Grüße, Gemüse sagen Und Gemüse ist das Schlichtwort Dass alle ihre Waffen ziehen Und mit lautem Gebrüll diesen Barraum Unter Kontrolle bringen Sobald wir den Barraum unter Kontrolle haben Gehen vier Nämlich Petro Macarena Alexei Piotr Der gute Wie ist nochmal der Name, Weißhaar? Kenny Kenny Und noch einer Wer geht? Bei mir ist auch die Schwester von Mila Crispy, Crispy Der kennt sich da doch besser aus Und Crispy gehen rüber in die Werkstatt Und bringen alle, die noch da sind, unter Kontrolle Ja Und dann Während da alle unter Kontrolle Gehalten werden Machen wir L Gute Kim Und entweder meine Wenigkeit Oder ich weiß nicht Wenn er noch Ja, du kommst mit Machen man Eine kleine Rundfahrt Mit diesem Boss Der die 40.000 genommen hat Wie heißt der Boss? Wieso habe ich das Gefühl, dass ich gleich liege? Wer ist der Boss? Keine Ahnung, weiß ich nicht Ich glaube auch Und wenn die irgendwelche Fakten machen Wenn wir die Waffen draußen haben Keine Gnade Darf ich noch was anmerken? Ich habe damals immer so ein Video-Spiel gespielt Da gab es immer so ein kleines Backup-Team Was von hinten kam Das ist so Das konnte ich voll gut Am besten auf dem Dach Wann machst du das, Curtis? Ja, dann würde ich Mila und Dohle mitnehmen Dann schnappt dir deine beiden Namen Schnappt dir deinen Spruchwagen Und feuert da hoch Bringt euch schon mal in Position Ihr müsst so stehen, dass ihr seht Wenn wir reingehen Ja, ja, ja Sofort kommen Ich will da oben keinen anrufen müssen Okay, let's go Wir warten dann noch vor Ich rufe mich an Avanti Gut, können wir auch los Ja, wir sind eh ein bisschen langsamer Bis zum Mila Auf geht's Aber wenn die drin sind Haben wir doch keinen guten Blick da rein Also Wenn ich einschätzen müsste Weiß ich, dass da nichts passiert Weil das ist nur so eine Werkstatt Und der Typ, mit dem wir gestern quatscht haben Der einen 2.10 hat da Der Papa Chase oder wie der heißt Ich glaube, das ist auch jemand Der draufschlägt, anstatt zu schießen Ja, aber scheinbar sind Überraschungen Heute an der Tagesordnung Wenn Schüsse fallen, dann pushen wir rein Das ist unser Paar, okay? Okay Okay Ich meine, zwei Suchen hier in der Seite auch nicht Ich hab noch eine Waffe Ich hab noch eine Waffe Kannst du teffen? Ich kann treffen, ja? Ja, ja Das hab ich mir gerade auch gedacht, Thomas Und deshalb hab ich auch gesagt, mach Backup Ich hab keinen Bock da gut Das hat man gestern schon gemerkt Oder vorgestern, dass die sich nur boxen wollen Ich werd da nicht auf die Rocker schießen, Alter Man weiß ja nie Das stimmt Man weiß nie Wenn ich raten müsste, dann Würde ich auch sagen, dass Kim gelogen hat, Alter Stell dich einfach nur durch Und aus dem Grund, wie du wollte, wollte auch nicht hin Warum machst du die Überraschung? Weil wir haben keinen Bock auf zwanghaftes RP Nur weil's da da ist Man nennt es auf den Flutschfinger Ich mach der G nix damit Ja, so in der Richtung Wir sind genug Leute Die machen das schon Tut mir natürlich leid für den Stream Weil wir nix mitbekommen, großartig Aber ich bin dabei an den anderen zugucken, ne? Oh Mann, die ist tot Und da kommt der Flutschfinger aus dem Nix Und das bist du dann quasi die, die aufsteht und sagt Explosionen aus dem Nix, weißt du? Mhm Hi, Milders, ich bin die Kommandos im Tal, okay? Ja, aber ich kehr Dovi doch gerade auf Na, ich wollte nur sagen Okay, eigentlich bin ich auch schon fertig Soll ich eine Maske aufziehen? Ja Weiß ich nicht Ziehen wir eine Maske auf? Ich glaub nicht, dass es nötig ist Dass wir da rein müssen Na, aber Überraschung sind heute die Tagesordnung Und when brauchen wir eine Maske? Ja, aber jetzt nicht Aber coole Special Effects hast du gemacht Die sind inspiriert von meinem Stuhl Was für ein Stuhl? Na, du weißt schon Ah, ah Oh Gott Oh nein Hallo, kann man nicht durchfahren? Oh nie Weil die ist ja auch kein Unfall, warum wird mir die Straße abgesperrt? Ein Spock im Arsch haben, ehrliches Roxy, bist du es? Ja, wenn mir keiner eine Antwort gibt, dann scheiße auf euch, Alter What the fuck? Einfach durch da Gott, was ist denn hier für eine Party, Alter? Puh, der Norden lebt Party Party Das ist ja ganz komisch Wir sind leer Okay, fahren wir vor Wir sind Katzen, okay? Wir schleichen uns an Wir schleichen uns an Und dann, wenn Geschossene schießen, schießen wir Er wird aber nicht geschossen, Mann Das ist doch nur so eine Werkstatt Ich weiß nicht Ja, aber die sind doch auch gefährlich Ich weiß nicht Das sind eher so alte Leute Wenn wir Glück haben, spielen die gleich Bingo und rechnen gar nicht damit Denken dran, wo die Chaos steht, okay? Ja Äh, wo steht die denn? Ich lasse sie sogar auf Wir schleichen uns jetzt dahinter die Häuser Also, wir pushen quasi so ein bisschen für links, okay? Okay Boah, wir sind so wie kleine Babykatzen Saugen, stecken wir unsere Zunge auch in den Nippel? Nein, ich bin verratet Ja, aber mir hat gewinnt Soll ich euch ein Witz erzählen? Ja Er hat's Po angefasst Scheiße, wer hat denn Po? Klopf, klopf Wer ist da? Feuer Wir müssen ein bisschen schneller Ich höre schon Autos Aber da sind die schon Ich muss sagen Feuerwehr Wer ist da? Feuerwehr? So spät Komm, schnell Und nun? Die steigen aus Die sind alle ausgestiegen Aber anscheinend ist der Cub zu Ich glaube, es ist keine zu Hause Vielleicht sind alle auf der Party Weswegen es da auch so voll ist Das ist eine gute Idee Beim Yellowjack ist eine Party Vielleicht sind die da Ja, ja, ja Machst du schon mal Vorfahren? Ja, wir sind hier gerade hinterm Haus Ihr seid eher da als wir Komm, Mädels Gut, ähm Ja, wir halten noch mal Ein Zähl in die Schoße Und ich überlege gerade Ob wir die da vielleicht Irgendwie weglocken können Okay Vielleicht können die Damen Vielleicht können die Damen Ja irgendwie locken oder so Okay, dann versuchen das Bis gleich, ich ruf gleich an Scheiße Kai, kann sein, dass wir Eure Frauenpower brauchen Ich bin eine Frau Ich bin mir nicht sicher Ob ich eine Frau bin Aber ich hab kein Power Und ich weiß nicht Ob ich eine Frau bin Und gut Was müssen wir denn machen? Seien Leute gefragt Ob wir die Weiß die da auf der Party sind Wegglocken können Aber das wird unmöglich Ich glaube nicht Weil die kennen uns ja gar nicht Das sind alte Leute Die sind zu jung Also wir sind für jung Wir sind zu jung Für die Also ganz gelungen ist es Du weißt, wie ich alte Männer Aber hätten wir Wir gehen mal kurz auf die Party Wir gucken mal, ob die da sind Hätten wir mal Oma Inge Der eine sah aus wie Jesus Der andere war ein bisschen älterer Aber trotzdem schwarze Haare Wurde gefärbt Jesus? Ja, der sah aus wie Jesus Jesus? Ich kann doch nicht mit Jesus flatten Ihr sollt nicht mit dem Pferden machen Achso, wir können Jesus auch nichts antun Ist unsterblich Aber ich kann die fragen Ob er Wasser zu weinen für mich machen kann Na klar Weil ich hab viel Wohin Mach einer an Was für eine normale Party Für normale Menschen Hallo Hallo Bis bald, du Das sind Rocker Das sind die, ne? Das weißt du auch Sind die das? Ja, ja, ja Angels of Death Warte, ich rufe schnell Ich wusste doch Hier war verdächtig viel los Geh ran, geh ran, geh ran, geh ran, geh ran, geh ran Geh doch ran Oh Gott Geh doch ran Was ist denn mit denen? Warum geht's dann wohl nicht ran? Äh, weiß ich nicht Was ist denn hier auf der Party? Die schwingen sich gerade auf ihre Bikes Warte, ich schwinge auf ihre Bikes, okay Die Pfadenrichtung, warte Warte, jungs, ruhig, ruhig Wir sind gerade auf den Bikes Die Pfadenrichtung Ja Warte, warte, warte In welche Richtung fahren sie? Moment Hm Warte Die halten gerade alle Die halten gerade alle an Die fahren Richtung Clubhouse Richtung ihrer Werkstatt Die kommen gleich an Eisenbahnschienen Eisenbahnschienen fahren sie gleich vorbei Die fahren Ja, die fahren Richtung Sanchos Ja, wir sehen sie gerade vorbei Okay, bye bye Ja Ähm Fahr mal davor und guck mal Was die machen Ich soll mal der Werkstatt vorbeifahren Ja, einfach dort stehen So wie wir eben besprochen haben Ja, ich muss kurz tanken Okay, dann tank kurz Und dann Bis gleich Tanken ist richtig und wichtig Die sind dumm Die haben gerade gesagt Die sehen die Aber dann sollen wir Säuber hinterfahren Aber da ist auch nichts Neues Das geht aber nicht schnell um Wir fahren jetzt da vorbei Und gucken, ob die da sind Wir fahren aber weiter Und dann Kommen wir von der anderen Seite Schleichen wir uns ran Was hat das mit Arztsehen zu tun? Ja, die sind hier Kann ich fahren? Ja Die stehen alle vor der Werkstatt Alle Alle vor der Werkstatt Ja Alles klar Danke Bye bye Pushen wir jetzt von dieser Seite? Von rechts? Von rechts ist besser als von links Na, wir müssen überhaupt gar nicht pushen Das sind alte Männer Ja, aber alte Männer haben auch immer Waffen Mann, das sind Schlägertypen Die sehen nicht so aus, als würden die sich abknallen Aber wir laufen trotzdem von links, oder? Du musst mal ein bisschen lauter quatschen, Duri Von deren links oder von unserem links? Na, unseren links Ach so Aber wir müssen erst mal gucken An die davor parken Das heißt, wir verstecken uns bei den Kaktussen Ja, auf zu den Kaktussen Nicht Tussen Keine Sorge Wir gehen aber nicht dahin, ne? Mhm Wir sind nur Beobachtung Ja, zum Bus Scheiße Scheiße, da kommt Lien im Bus Egal, der sieht uns nicht Wir sind wie Schatten der Wüste Wir gehen da nicht hin, Duri Wir sind nur Backup Okay Hi Wir können uns auch da vorne im Gebüsch verstecken, Mila Guck mal Direkt vor uns, da Oh nein Da wird geschossen Dann jetzt rein Ne, wartet, wartet Anpirschen Es ist keine Zeit mehr zum Anpirschen Da wurden ein paar Mal immer mal in Ruhe Oh Gott, die haben geschossen, Alter Habt ihr im Gebüsch Was passiert da? Da wurde auf jeden Fall geschossen Ich sehe so ein bisschen was Echt nicht einfach, dass du es gibt Es gibt wieder Ärger, Junge Vielleicht hat sich auch nur ein Schuss gelöst Könnt ihr was sehen? Bisschen Der Sheriff wird wahrscheinlich gleich auftauchen Ja, weil hier wurde ja auch geschossen Ja Mila, guck mal Mila Mila Oh Gott, oh Gott Oh Gott Was soll das denn immer wieder? Was ist da passiert? Weiß ich nicht Warum haben die ihn abgeknüpft? Warum haben die ihn abgeknüpft? Wir sind halt Wir sind doch nur vier Leute Wie noch so Jungs denn da noch? Ja Oder? Ich weiß nicht Ja, glaube ich Das wird mir ein bisschen zu wild hier Soll ich abhauen? Aber du wolltest doch wild Ja, aber guck mal Nein, wir sind Backup Aber das sind nur vier, fünf Leute Wir brauchen, die brauchen kein Backup Oh Gott, oh Gott Sag mal das Backup rufen Weil ich mich mit dem Verletzten Ist das kein Verletzter? Du willst Leute erschießen Und dann willst du Baker anrufen? Vielleicht waren das noch weitere 50 Schüsse Die sich aus für 10 gelöst haben Nein, ich will keine Leute erschießen Ich hätte nur Backup gemacht Du Gott, du Gott Wenn der Sheriff kommt Sieh die Masken ab, tue die Waffen weg Oh, ich habe eher einen Waffenschein Was hält da? Ich weiß es doch nicht Wir gehen da hin Rein Gut, da kommt noch einer Scheiße Der hat uns verstimmt jetzt Okay, der fährt weiter Ich glaube so Der wollte noch kurz gucken, ob die Werkstatt auf ist Der braucht ein paar Connections Und dies da Da stehen die auch echt scheiße Oh shit, die Pops Oh, die Kops, die Kops Kellen, tu die weg Warte, wir sind im Gebüsch Wir sind einfach nur geil auf Action Einfach nur schaulust, Digga Warte mal, schießen wir auf Kops Wenn die da einstürmen Nein, ich nicht Nö Nein, nö Auf Kops schießen? Nein, auf keinen Fall Du hast gerade gefragt Ich habe gefragt Ja Das ist so dumm, was dir gerade passiert Warum haben die auf die geschossen? Die prügeln nur Das sind alte Rocker Die Frage ist Haben die auf die wirklich geschossen? Ich habe nicht so gut gesehen Weil wenn Dann wäre doch mehr abgegangen Dann wären doch alle draufgegangen Vielleicht hat einer eine Waffe gezogen Und dann Dann muss man Dann muss man den natürlich mit fünf Leuten die säbeln Ich dachte, die haben uns versehen Na und, aber wir verstecken uns denn nur Ich glaube, jetzt brauchen wir uns wirklich nicht mehr Also gehen wir jetzt? Nein, lass uns das angucken Achso, okay Okay Na dann Was siehst du mit deinem Ferngas? Kannst du durch Gebüsch gucken? Ich versuch's Oh Gott, da kommen immer mehr Ich halte schon wieder Ich sehe eine Person Wollen wir eine Wette machen? Ich glaube, das wird eine Geiselnahme Ohne Ferngas schon vier Personen Wie schaffst du es nur zwei zu sehen? Mann, der Busch ist halb im Weg Dad, wir bewerten kein RP Ich habe einfach mal wieder recht gehabt Ich halte mich einfach da weg, Alter Außer wenn es wirklich sein muss Gegen Leute, die auch Waffen einsetzen Gangs oder so ein Shit Ich weiß aber auch nicht, was da passiert ist Ich glaube, das ist die passende Zeit, um euch zu sagen, wie sehr ich euch mag Oh nein Ich mag uns auch Ja, ich uns auch Ich habe einfach den richtigen Riecher für sowas, Junge Ich dachte, jetzt kommt so eine Story mit 20 Geschichten Ja, lass nicht drüber reden, was Was ist die? Was der salzig ist Jeder salzig, wenn der abgeknallt wird oder so Ich habe es nicht gesehen Scheiß einfach drauf Lass einfach ein bisschen beobachten Ist auch nur okay, Alter In zehn Minuten ist alles wieder vorbei Hä, wir sind wie unsichtbar Naja, er hat gesagt, was sie machen sollen Ja, wahrscheinlich wieder so Du kannst nur mit Waffen, dann knall mich du ab oder so Das heißt aber nicht, dass man einen abknallen soll Damals Irgendwie sowas bestimmt Lass einfach chillen, Chat Sollen wir jetzt schießen? Bist du verrückt? Nein Ich schieße doch nicht auf eine Werkstatt, Mann Außerdem sind unsere Kollegen da Wer weiß, ob das überhaupt stimmt Und dass dem Kim 40.000 geklaut wurden Weil da erzählte man sich oft scheiße Eins der Lüge Aber wir sollten aufhören, uns untereinander anzulügen Das ist doch Bödsinn Milda, wir hängen mit Obdachlosen ab Was verlangst du? Na, dass wir untereinander wenigstens Zusammenhalt haben Und andere Leute anlügen Da müssen wir mit Dori und den Freunden abhängen Bei denen ist das so Wohl oder Gegenschild Wohl oder Gegenschild Aber da können die mal sehen, wie blind die sind Die haben uns immer noch nicht entdeckt Sind die auch unsichtbar Milda, kannst du was sehen? Beschreib mal, was da vorgeht Ähm, ich seh Ärzte und Polizisten Aha Ja Das, das war's? Oh, da kommt wieder einer, der dem Rockerclub beiträgt Oder ist das Wade? Weißt du, was glaubwürdig wäre, wenn die uns entdecken? Wir sind der Fanklub Aber ich bin kein Fan von denen, ich kenn die gar nicht Ich kenn nur den John Ich hab das in den Reis ins Klub Ich kenn nur den John Ich hab das in den Reis ins Klub Ich hab das nur ein Lüge Ich hab das nur ein Lüge Ich will nicht sexistisch sein, aber wenn die uns finden, sagen wir wollten drei am Busch machen Aber das ist meine Schwester Ja und wir sind im Norden, das ist nicht schlimm Okay, die fangen weg Die hauen ab Was? Sollten wir auch gehen, oder nicht? Nö, wir sind ein Fanclub Achso, die Staffel, wir sind kein Fanclub Ich verwirrt Ich bin auch verwirrt Oh, die fangen mal zurück Von wem sind wir jetzt eigentlich Fans? Vom Baycare? Boah, wir sind Fans vom Baycare Wir sind einfach, also wir sind, äh, äh, hier, äh, Journalisten Ah, ja Nein, wir sind von Tok Tok Wir sind vom Wildcat Ja, stimmt Warte mal, warum durften wir jetzt einfach fahren? Ich weiß es doch Ah, ich kann mich schon vorstellen, warum Das, ja, ja Das hat sich letztes Mal schon aufgeregt Weil dir das Motorrad ist so links hinter uns Nein, nein, dieser Typ, dieser, ähm Dieser Papa Chaser, wie der heißt Hat letztes Mal schon geprügelt, wegen, weil die Er hat geschrien, ihr redet mit dem Korps Wahrscheinlich reden nicht mit dem Korps Das Motorrad da rechts stand hinter uns und hat uns angeguckt Deshalb fährt jetzt meine Haarslade weg Oh, ich glaube, das ist Dr. Chicken Ich bin Fan von Dr. Chicken, okay Okay Hab alles, hä, bist du nicht easy? Aber das Baycare fällt jetzt auf, wir haben langsam keine Ausreden mehr Okay, wollen wir auch? Ja, wir machen uns zum Acker Okay Wenn die uns jetzt sehen, dann sagen wir, wir suchen Skorpiolen, okay? Für unser Gegengift Tu mal die Knarre weg, Dori Was? Ja, genau Wir suchen Regenwürmer, wir haben einen Club Ist nicht schlimm, mach ich, Meter Da liegt ein Teddybär Den hol ich mir Ich hab ihn Warte, ich roll kurz die Decke zusammen Warte, was war denn, dass der Teddybär voll im Wade ist? Das ist mir doch egal Du hast einfach einen Schlafsack geklaut Ich hab's gefunden Du weißt schon, was er mit seinem Teddybär macht, oder? Oh, ich glaube, die haben uns entdeckt Ich glaub Komm Skorpion, Skorpion, Skorpion Komm Skorpion, Skorpion Schimp, 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 schimp Skorpioni Was suchen wir jetzt? Skorpion oder Würmer? Beides Wir haben einen Angelclub und da haben wir vergiftet Wir suchen Würmer für unsere Skorpione, die wir verloren haben Unsere Skorpione haben sich vergiftet Nein, warte, wir wollen Skorpione angeln und deswegen suchen wir Regenwürmer Nein, warte Wir sehen uns nicht, keine Sorge Legt doch hin, wenn er kommt Jetzt Wo ist denn der Skorpion? Hallo Hallo Alles warm bei euch? Ja Ja Wir suchen unsere Regenwürmer Skorpione Ja Wir sind auf der Suche nach Skorpione Ja Und Regenwürmer für unsere Skorpione Genau Mönchen Okay Sie wissen schon, dass Sie da gerade in der Kaktusse stehen, ne? Scheiße, ey, meine Eier, Mann, ey Ja Wir haben uns gerade im Gebüsch versteckt, hier wird geschossen irgendwo Okay, habt ihr was mitbekommen von der Skorpione? Nee Gar nichts Wo wart ihr da gerade, wo die Skorpione gefallen sind? Darf ich aufstehen oder habe ich erschossen? Wir waren genau hier und haben unsere Skorpione und Regenwürmer für unsere Skorpione gesucht Ab vorne in dem Gebüsch Okay, ihr habt jetzt da nichts weiter mitbekommen, ja? Nee, leider nicht Wir wollten eigentlich nur Skorpione suchen und dann auf einmal Pau, pau, pau Pau, 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 pau Und wir so, ah Aber wenn Sie mich fragen, waren diese Sternzeichen von den Leuten nicht gerade im Einklang? Einklang? Wir waren safe Skorpione Mhm Gepaart mit ein paar, ähm, Widder Ich habe keine Ahnung von Sternzeichen, ich bin Krebs Ja, Widder und Skorpione ist nicht so gut Oh, männliche Skorpione sind nicht so gut Ich bin nicht gut, ich muss los Warten Sie mal, warten Sie doch mal Wartet Warten Sie mal, warten Sie mal, wo geht's hin? Mein Gott Also, ihr habt, äh, nichts gehört, nichts gesehen, ja? Nimm ich auch nicht Ja Okay Oh nein, alles gut, nimm die Ende runter Boah Ich habe immer Angst Hi Äh, die Dreier-Schoppen, die haben, äh, die Schüsse gehört, haben Angst bekommen Ja, doch, du klicken Ja, wo bist du? Wir sind dann hier Ich bin in der Wüste, weil die Polizei Ich bin in der Wüste, weil die Polizei Ich bin in der Wüste, weil sie nicht gesehen werden Ich kann jetzt da nichts verlaufen Wir haben Skorpione gesucht Ich bin in der Wüste, weil die Frauen da rechts Das wäre Warum seid ihr nicht dazu gekommen? Wo waren wir? Kannst du mal aufs Helle gehen mit dem Telefon? So fünf Meter? Ich höre meine Kollegin nicht Hallo Ja, dann komm mal jetzt zu Lonnies Okay Ist gleich Haben wir die Aussage vom Saloon aufgenommen von den Leuten, die da gestanden waren? Äh, zwei sind auf jeden Fall Zwei Betroffene sind auf jeden Fall jetzt hoch mit, äh, Ben gefahren Okay Ist jetzt hinterher zwei Leute am Baker Center entlang gefahren Wir können nochmal zurückfahren, ob die eine Aussage tätigen möchten und fragen Genau Dass wir alles haben, falls die was zur Anzeige kommt Genau Wir haben so vier, fünf Schüsse gehört Vier, fünf Ja, das ist jetzt relevant, denke ich Ja Okay Ich frage das schon mal aus Danke, ja Bye-bye Wie konntest du mit dem Krebs reden? Komm, wir fangen zu Lonnies bei, die sind da Du hast mit einem männlichen Krebs geredet Nein, ich bin eine Jungfrau, bei mir geht das Wir haben eine Chemie Nein Du kannst froh sein Niemand connectet mit männlichen Krebsen Ja Das sind Narzissten Narzissten? Jawohl Der Roy hat gefragt, warum wir nicht da waren Der Idiot Wir haben natürlich Backup gegebenenfalls Der hört nicht zu, ihr blöden Suppenhüller Beruhig dich mal Lach doch, Allah Bin hingefallen, Allah Erzähl jetzt mal, Allah Reicht jetzt doch, Allah Echt so, Allah Jetzt erzähl doch, Allah Ja Nee, ist doch schon okay Nee, wo hast du es vorgefahren? Nee, woher dachte ich, dass wir ja nicht da gewesen wären Aber wir waren voll da Wir waren so was von da Wir waren so gut versteckt, dass die selbst nicht mehr wussten, dass wir da sind Wir waren eine Buchstabe Hm, wir sind die Raufen Wir waren näher als näher, genau, und ich bin ein kleiner Schwanz Ja Ein mittriger Mini-Schwanz Ich bin ein Wiener Würstchen, aber noch keiner Hör auf, Gott, das fühlt sich gleich schlecht Warum? Halt die Knappe Hör ich auch nichts dafür, dass das Scheunentor so groß ist Was ist Scheunentor? Ach, Schinkenbaguette Oh Gott, nein, 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 keine Schinkenbaguette Oh Gott, bloß nicht das Schinkenbaguette Ich hab letztes gesehen, wie jemand Halt die Knappe und du red mal lauter durch Stopp Wie jemand Kartoffeln in ein Schinkenbaguette gesteckt hat und das sah echt widerlich aus Das ist wirklich krank Es ist krank Ah, du bist krank Solche Leute sind meiner Falle eins Halt, Mohl Und? Männliche Krebs Hier, Mila Blue Was? Der Pult machen für Blau Schild Kalt Ja, der hat einfach eine Bar hinten drin, Alter Blue is house With a blue little window And a blue corvette And everything is good for him And his side To see him guy Nobody to listen Was ist passiert? Seitdem ist alles eskaliert Was ist passiert? Wir waren vier Meter vom Eingang weg in dem Gebüsch Warum seid ihr nicht rübergekommen und habt den mit die Ärsche versüllt? Weil der dann sieben Leute schon wart Und dann kam die Kopf Dann kam die Kopf Und dann Backup, hab ich doch gesagt Ja, das war alles zusammen Ja, kurze Aufklärung Wir haben auf jeden Fall keine Aussage gemacht Das hat der Kopf gerade gesagt Der Typ hatte eine ziemlich große Fresse Hat gesagt, dann erschießt mich doch Haben wir gemacht Ja, jetzt haben die was? 48, 24 Stunden Zeit 24 haben die Zeit Um das Geld wieder zu holen Ja Ja, aber keiner von denen hatte das Komm, wir wieder Dann nächstes Mal wird es eine Stufe mehr Oh, oh Du weißt, du weißt, wie wir sind Und ihr durftet einfach abhauen Also ich hab Ja, der gute Alexey hat das ein bisschen Da draußen so verkocht Dass die Bullen nicht so wirklich wussten Wer jetzt hier was ist Einfach wirklich einen Strang nach dem anderen gelegt Der Alexey, brillanter Meister der Ablenkung Ja, danke, danke Der eine Kopf meinte, die fahren jetzt ins Welker Süd Um zu gucken, ob die eine Aussage machen wollen Anscheinend haben die nur keine gemacht Oh, wie wär's, wenn wir Hm, reingehen Hm, boah, ich weiß nicht Ob der Trinken das jetzt so lässt Also Warte mal, wer fährt den Spaker Süd? Na, die verletzen davon Ja, und Curtis und ich verkleiden uns als Doktor Und dann gehen wir an sein scheiß Krankenbett Und sagen, machen ihm nochmal eine Ansage Ach Quatsch, das reicht doch Der Damm wird nicht gefallen Ist das nicht übertrieben? Jetzt auch mal Ich weiß nicht, das haben wir die letzten Tage gemacht Naja, ich weiß nicht Wir haben jetzt in Los Santos seit neuestem Das ist eben gerade schon ein bisschen ungut gelaufen Ja, ich weiß schon Habt ihr was dagegen mit? Nela? Aha Ich mach kurz ein, zwei Spins Nee, ich mach nur Wichtig, ähm Dazu zu wissen, was er zu sagen hat Vielleicht reicht das schon Ja, nein, der Message war jetzt da Äh Dass die nicht machen können, was die wollen, Alter Und 40.000 Dollar sind 40.000 Dollar So bereit Ja, aber wir wollten ja gar nichts von denen Ich hab schon für weniger welche umgebracht Der hat ja nur gesagt Mach den Laden auf Was ist denn mit denen nicht richtig? Ich hab schon gesagt Das ist seine Wüste Das müsst ihr doch auch mal verstehen Da haben wir die Waffen wegzutun Und erst mal ein Gespräch zu führen Moment, die wüsste gar niemanden Die Wüste ist frei Okay, was machen wir? Ich denke, die werden in 24 Stunden Werden die uns nicht die Kohle bringen Natürlich werden die das nicht Die sind jetzt in ihrem Ego angekratzt Genauso wie wir Mit so einem Teufelskopf, Mann Das lagen wir einfach in die Luft Um weg damit Darf ich mal fragen, woher die wussten Dass Kim so viel Geld dabei hat? Weil er es gesagt hat Ich verstehe Ich war nicht alleine Entschuldigung Also, Chris und ich sind da reingegangen Haben denen erstmal ein warmes Bier Hab ich gesagt, kannst du ihn geben Und daraufhin habe ich mich vorgestellt Wie ich bin Kim Miller, Multimillionär Und Schauspieler Da habe ich gesagt, was wir filmen Ich gedreht haben Und er hat daraufhin gesagt Ah, du bist reich Dann gib mir das ganze Geld Jetzt Wie War was Wie mein ganzes Geld Ich bin auch Schauspieler Daraufhin an die Tür Abgeschlossen Man gibt das ganze Geld Also ich meine Tasche Auf den Boden hingelegt Und dann greift rein Und dann hat der Mit dem DJ Wie glaube ich heißt der Das ganze Geld rausgenommen Er hat die Tür aufgeschlossen Und kann es gehen Da habe ich gesagt Gott Da habe ich ganz Ich habe mir ganzes Geld geklaut Mein ganzes Spaten Das alles hat er weggenommen Daraufhin bin ich rausgegangen Aufhin habe ich versucht Mehrmals da anzurufen Und das zu klären Wo man gefragt Um mein ganzes Geld klauen Aber sie haben Niemanden erreicht Daraufhin habe ich euch Bescheid gegeben Und dann ist es das passiert Was jetzt passiert ist Ich möchte etwas sagen Ich habe heute etwas gelernt Ich habe heute gelernt Dass man zwar stolz sein kann Aber wenn man geht In diese Welt Dann bringt all der Stolz gar nichts Voll weise Das habe ich nicht verstanden Man sollte man seinen Stolz vergessen Denn du kannst deinen Stolz Nicht mit ins Grab nehmen Auch so klug So weise Voll deep ey Ist das von Tupac Ach Gott Gänsehaut 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 Wollen wir erstmal zurück nach Hause fahren Noko Muss eh kacken Hallo Ja Regroup Gänsehaut 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 Was eigentlich relativ fledgelt ist. Ich würde es auch nehmen. Ja klar, ich würde es auch nehmen. Also er hat weird geflext und dann wurde er ausgeraubt. Aber ganz ehrlich, wenn du weird flagst, bist du doch irgendwie auch selber schuld. Ja, und da sehe ich gerade das Problem. Dann war das alles, wie immer, absolut sinnlos. Nuh-uh, er will sein Geld ja zurückhaben. Also er ist zwar selber schuld daran. Karo, aber trotzdem ist es sein Geld. Und niemand hat das. Ich habe gelernt, man darf bis zu 10 Dollar jemanden nehmen. Auch wenn man 10 Dollar auf der Straße findet, darf man das nehmen. Aber alles darüber ist Diebstahl. Und nur weil du etwas vor einen Menschen legst, legst, heißt das nicht, dass der Mensch das nehmen kann. Hört, hört. War das gerade, ähm... Wo ist es? Das ist... Naja... Okay, klar. Tschüssi! Hä, wo ist denn der andere Gehvergurk? Der ist schon vorgefallen. Jaja, Jörg muss gießen gehen. Hahahaha. Wo warst du? Kim, du dachtest heute überhaupt nicht mehr, du kleine Dreckstar. Du hast uns gerade komplett den Tag versaut. Ja, Mann. Ja, die Gag. Wir haben so viel zu tun. Kim, du bist der größte Idiot, den ich hier gesehen habe. Ja, Mann. Wirklich, also so dumm. Ach Gott, was Mila sagt muss. Hahahaha. Hahahaha. Also ich verstehe nur Bahnhof. Wollt eigentlich nur was mit euch machen. Pff, ja. Weißt du was, Dori? Was denn? Ich verstehe auch immer nur Bahnhof. Hahahaha. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Was denn? Dass wir schon wieder ein Fuh haben. Aber wir haben auf Friday, dann. Es heißt, ja. Wir haben auf Friday. Saturday night. Äh, ne? Saturday day. Nein, wir haben Friday. Saturday night. Hallo, nein, wir haben, hallo. Ja, aber in einer Stunde ist schon Saturday. Nein, aber dann ist es nicht Saturday night. Eine Karte ist ja immer noch nacht. Nein, aber es ist erst Saturday, wenn man geschlafen hat. Oh, oh. Aha. Ab null Uhr ist Saturday night. Ich weiß nicht, wann ich davon halten soll. Egal. Ich hab halt nichts gemacht, von daher. Friday night. Saturday day. Und genau deshalb wollte Roy nicht da hin, Alter. Weil er von Anfang an selbst gedacht hat. Ja, und das ist, das ist Bullshit. Das ist wieder Kim gewesen. Genau aus dem Grund, jetzt wisst ihr Bescheid. Aber die Angeln haben wieder drauf bestanden. Einfach krampfhaft irgendwie. Kö, das hasst du uns. Und ich hab, glaub ich, auch ein bisschen drauf bestanden. Aber ich wusste nicht, dass der so Faxen gemacht hat. Aber ich hab's geahnt. Ich lass euch nur auf den Spaß. Mich freut das, weil Mila ist meistens immer still. Und jetzt babbelt Mila die ganze Zeit. Dann kann ich auch mal rauszahlen. Ja, aber mit mir wird ja auch gebabbelt. Ich glaube eigentlich, dass Cadiz keinen Song wusste, den er singen kann. Und so lange nachdenken musste. Ja, ich glaub auch. Hat Mila das schon gesungen? Ja, ist so. Kalt Mohl. Aber es gibt zu jedem Monat einen Song. Gibt auch zu jeder Frau einen Song. Echt? Und zu jedem Mann. Mila, kein Lachen. Bitte sein, nimm die Arme. Aber ich warte. Oh nein. Ich hab' eine Idee. Aber gibt's auch zu Dori einen Song? Ich glaub' nicht. Wir sind alle nur Zuschauer. Dann gibt's nicht zu jedem ein Song. Ich hab' einen Song. Bitte bestimmt. Einen Scheiß Song. Aber naja. Wollte ich noch was machen? Weil wir werden wahrscheinlich jetzt gleich wieder quatschen, ne? Das ist doch super langweilig. Kannst du mich nach Hause fahren? Nur, du kannst doch die Karre nehmen und Dori nur unterwegs sein. Okay. Ja, Dori. Du und ich, oder? Ja. Dann fahr' ich mit dem Muppel nach Hause. Okay. Später. Wollen wir wen entführen? Komm. Wenn du die Karre kaputt fährst, dann lässt du dich abholen. Okay. Ich kann dich auch noch mal entführen. Warte mal. Warte mal. Na, ich lass' dich noch mal ne Bombe schuppen. Nein. Ich hab' eine ganz neue Colamentos-Bombe gemacht. Nein, nein, nein. Die ist der Wahnsinn. Nein, nein, nein. Okay. Aber wir könnten... Luke endlich entführen. Ach, Luke, der ist, äh... Wo? Einfach nicht erreichbar. Ich wollte ihn schon seit Wochen von meinem Traum erzählen. Ja, wie? Ja. Fangen die hin? Für dich würde ich sterben, Dori. Eines Tages hol' ich dich da raus. Wart' mich auf, wo wir hinfahren. Du Gini! Na, will der zum Gönig hin dir wieder ergehen? Oder nee, doch nicht. Mhm. Papat's. 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 Ein Wookie! Ein Wookie! Ein Wookie! Amenu! Ein Wookie! Amenu Dori! Amenu Dori! Aber da gibt's ja doch ein Lied über die. Bestimmt! Dori me! Amenu Dori me! Amenu Dori me! Aber da ist voll das Psycho-Lied. Bin ich besessen? Ja, was? Nein, das ist ein heiliges Lied. Was soll das? Nein, das ist ein heiliges Lied. Hä? Ist das nicht ein Kirschen-Lied? Kirschen? Ich mag Kirschen. Am liebsten im Sommer. Nein, die heilige Kirsche. Es gibt eine heilige Kirsche? Ja, da wo man Gottesdienst macht. In der Kirsche? Ja. Hä? Dann ist doch logisch. Nee. Caro. Hä? Hä? Bist du doof? Oh Gott, du ne halbe Buch, Alter. Na ja, das sagt man mir so nah. Du bist doch Bonze, Bruder. Ja gut, Dinge passieren, denke ich. Oh, ein Loli. Der kebt noch, aber egal. Oh nein, mir nicht in den Mund steckt noch. Man nimmt keine Süßigkeiten in den Mund, wo die nicht eingeführt waren. Aber der schmeckt super auf. Der lag auf dem Boden. Kirsche-Geschmack. Kirsche. Kirsche. Kosche. Hä? Die heilige Kirsche? Das ist Bonbon, Kirsche. Äh? Die Kirsche ist doch kein Bonbon. Kartrainer. Die Kirsche ist doch kein Bonbon. Probier mal. An indem du Professor K denkst, hast du... Okay, fahrt ihr weiter hier? Okay, schmutziputzi. Viel Spaß beim langweiligen Gesprächen. Ja. Viel Spaß beim langweiligen Umfahren. Danke. Vielleicht der Pinsel und der Wigs. Ja klar. Bis nachher. So, warte. Eigentlich bin ich kein Fan davon, aber mal gucken. Du bist ja ein Zuschauer. Ich bin ehrlich, ich bin etwas von Roy und Samuel enttäuscht, dass bei dem RP-Niveau, beidseitig sehr viel Nährstoff für gute Stänge, nach einem Call direkt geschossen wird. Genau nämlich das gemacht wird, was noch in der Weihnachtszeit im Park besonders von Roy. Von Roy. Roy mehr als angefangen wurde. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Jungs jetzt mit DC und dem Audien in den Schickenstrang überfällt ich davon. Ich kann da nichts zu sagen, aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Hallo? Ja, pinnen Sie das Geld ab. Ähm. Was? Ich wollte... Ähm. Ach so. Ich habe echt viel geschafft mit den Events und so. Okay. So. Und was? Ähm. Fast alles. Ich bin fast Picobello damit. Wann willst du das machen? Ich muss noch... Da habe ich noch keinen Termin. Ich brauche erstmal einen Flyer, da muss ich zu live von Weiner fahren. Ja, die machen das. Gegen Geld. Ja. Ja. Also, sobald du Zeit hast, Thema und Planung, kann man das machen. Ja. Also, Mila ist gerade mit Dori unterwegs und chink Mila. Ich bin jetzt gerade bei den Männern. Du bist wahrscheinlich wie immer nochmal an der Villa, oder? Heute ist echt ein Scheißtag. Warum? Ganz viele schlechte Nachrichten. Gerade ist schon wieder eskaliert. Oben im Norden. Aber wir können auf jeden Fall nur quatschen. Irgendwann gleich. Ähm. Soll ich mal zur Villa kommen? Mhhh. Zu Greg Chinay? Quentinay? Wie heißt der eigentlich? Ich weiß nicht. Das ist das Quackinantel. Kann Pinsel vorbeikommen haben, ne? Klar. Ja, klar. Ja, klar kannst vorbeikommen, komm. Jo, hi. Okay, dann komm ich jetzt dorthin. Wobei. Übrigens. Ja. Heute sind 15 Rocker eingereist, hat mir einer gesagt. Oder noch mehr. Ich hab so einen getroffen, der kam heute mit dem Flieger, hat gesagt, da standen 20 Leute in Kutte. Da hat mir wieder der Bauch... Ja, da ist mir wieder der Bauch anders gedreht. Da hast du 15 Rocker reißen ein, da eine telefoniert mit seinem Stuhl. Ja. Die Wald ist verrückt, Fennse. Ja. Jetzt komm ich hin mit rein. Aber es wurde jetzt geschossen, weil noch mal Westling... Er hat gesagt, schieß. Okay, und dann habt ihr den abgeknallt. Also guck mal, Kürtis. Erstmal hat er eine geschossen, ganz rechts. Er holt seine Waffe raus und wir sagen Waffe weg und auf einmal fängt er an zu schießen. Da haben wir natürlich geschossen. Einer von ihnen an die Waffe gezogen? Ja. Ja, richtig. So. Und dann meinten wir, geht rein. Eigentlich sollte ja drin ein Gespräch stattfinden. Und die wollten... Der wollte nicht. Da kam er nach vorne so. Dann... Ich gehe nirgends wollen. Dann schieß doch. Er meint so... Erst mal eure Waffe weg. Guck mal, ganz ehrlich. Was... Was soll denn noch passieren? Was soll denn noch passieren? Wenn da sieben Leute... Oder zehn Leute stehen mit Knarren vor dir. Und sagen, ey, wir gehen jetzt rein und diskutieren. Kannst du nicht sagen, ey, pack erstmal die Knarre weg und wir reden. Sag Bescheid. Machen bitte weg und... Kannst du mir denn noch die Haltmastchen dabei? Also... Würde mir gefangen. Scheiße, Mann. Was sollst du denn noch machen? Wir müssen in der Panzerfaust davor stehen und dann sagt er immer noch. Ja. Gib dir die Nummer, da wirst du dich mailen. Strafarbeit. Guck mal mit. Guck mal mit. Guck mal mit. Ach Gott. 353. 353. 3777. Das ist Juna. Sag, du rufst von mir aus an. Wegen dem Telefon hat eben. Ach Gott, ich hab doch Juna's Nummer doch. Vielleicht ist Juna's. Die von Sir. hat und welches mein auto fangen chris wie richtig die wollten nicht mehr die wollten nicht quatschen da hat er ganz dicke eier gesagt mach auf wir gehen rein wollen reden dann zieht einer der waffe dieser von dem arabischen laden und dann haben wir erstmal den umgemäht naja der hat er zuerst geschossen ach das weiß ich gar nicht mehr das egal ja gegen acht neun leute in der waffe sind ist halt dumm und dann ja wir rufen jetzt erst einen krankenwagen und ich meine nee oder wir haben gesagt nee du machst jetzt scheiß wurde auf wir gehen rein dann stellt er sich vor uns und wird frech dann wird mit den waffen gezielt mach jetzt auf oder gesagt erschießt mich doch und sandro nicht direkt an ja hab ich mir auch gedacht kurz aber mir egal auch noch ein bisschen was verdienen dann kannst du mit dem ist ein bisschen blödsinn irgendwie die racer brauchen hilfe ja wo sind die ladies die gehen bisschen quatsch machen ja wir fangen schon wieder bei null an ich krieg's trotzdem alle haben so eine große klappe kommen neu nichts zu melden erstmal street credibility aufbauen kennt keiner mehr waffen angst hat vielleicht können wir das doch so machen sagen wie wir am anfang gesagt haben wir bringen einfach einfach billy oben wir bringen ach das kotzt mich alles an 6 1 alles wird abgeschnitten alter wie irgendwelche eier 9 07 9 man muss aber auch eigentlich sagen kimmert richtig reingeschissen dann voll absolut voll mega das ist auch kein also 10 15 20 da würde ich noch sagen 40 da habe ich kein verständnis dafür aber geht nicht geht nicht ich hasse hier damit uns allen gut geht und dann sowas was ist eigentlich mit bin jetzt er ist tot ja weiß nicht wir können auch noch diesen zahntuch schnappen und nehmen mir ist heute nicht danach ich glaube wohl nicht dass du den fändest also dass wir den finden ich glaube das reicht mir auch für heute ganz schlimmer tag alles alles wieder bach alles wird geköpft man wir machen fangen wieder von vorne alle also weiß nicht der haut du fickte penner ja genau so warum von vorne die käme jetzt das mit käme ist eigentlich eine kleinigkeit im gegensatz zu dem was wir noch so hatten wir hatten wir haben nix was die war wenn wir uns die c4 besorgen weißt du was ich komisch fühlen dabei ich wollte mit esteban wegen koreina irgendwas machen irgendwie irgendwas ja da darf ich nicht bobby ruft an nee er macht das ja nicht alle ficken hier alle alle miteinander barry banks man ich habe ihm gesagt esteban verkauft das für 1500 und wir kriegen den scheiß und bobby nehmen alle hops man weißt du was ich komisch fand was erst gesagt wurde das klingt interessant wir melden uns morgen nächsten tag heißt es ja auch ihr habt nichts was uns interessiert ja woher sollen die das denn wissen was was uns was ach anfänger alter und sterben gehen so ein ding ist das was denkst du den tag schon wieder gab es ja ach wir haben so viele leuten mit sowie das wird dafür sein leben lang bereuen hat das machen wir wieder eigentlich mit dem zusammenschlag ne filme nein wenn er nach einer woche die kohle nicht dabei gebracht hat dann bringe ich ihn um bringe ne kim ja der wird leben lang ein sklave sein jetzt wird da oben viel wind aufgebürbelt naja ich glaube nicht dass die aussagen machen aber ich werde gleich mal dr chenken anrufen warte 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 ich schulde dein geld du bleibst noch kurz stehen was ein tag was dein kommentar dazu ja ich habe schon immer zu kim gesagt das wird ihn irgendwann zu verändern ist dass er immer sagt er ist reich aber du warst doch dabei ne ja ihr wart bei denen und der meint der bereich ja dann haben die gesagt dann gib mir alles geld was du jetzt dabei hast und die alte 40.000 dollar bei ja warum gibt der aber seine tasche warum gibt der einfach 100 dollar und sagt hier das habe ich nur bei man muss doch ein bisschen pokern wussten wir das vorher schon bevor wir da hingefahren sind ich wusste das nicht dass er da Geld hat der bringt sich noch selbst ins Graf wussten wir als wir da hingefahren sind die geschichte von kim wie der das geld verloren hat ja ja kip dann hätten wir vielleicht anders fahren müssen nee 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 wir wollen das war richtig wir fahren da hin wir wollen reden mit der waffe in der hand dass die situation klar ist wer hier gerade jetzt was zu melden hat ja das ist so ne deshalb nimmt man die waffe ja und da wird sich einfach vor dich gestellt ja schießt mich doch ja dann sterb auch du Wichser ja was willst du denn sonst machen willst du so was sprügel was und dann fällst du noch vorbei und hat immer noch eine große Fresse wir waren sieben Meter von dem Eingang entfernt dem Gebüsch ja Pinsel kommt jetzt einfach in die Grotte glaube ich wollen wir noch irgendwas machen ich hab keine Ahnung was wir machen achso was haben wir gesagt er meinte wo wir sind sag ja kommst du noch hier er meinte ja und dann hat er Grüße gesagt Grüße weiß nicht ich will das auch nicht bewerten die Sonne machen wie die meinen jeder soll so spielen wie er will ja so ist das okay man jetzt haben wir noch ach man ich will mit dem wir haben nichts also wir haben nichts mehr und ich hab die Info bekommen dass es eine Hackerin gibt die anscheinend die was kann die hat unser Krankenhaus aufgebrochen unser kleines unser verstecktes aber Dr. Chuck hat schon einen Tag vorher alles rausgeholt ja ich werd unser Lager die wichtigsten Sachen ausräumen hab ich gar keinen Bock drauf das ist nämlich Bullshit ja packst ins Auto und dann ich frag mich halt woher solche solche Informationen kommt eine Hackerin tot alter ich fühl mich so als wenn mir alles unterm Boden wecker ist mit uns auch jeden Tag aufs Neue ich hab keine Kraft mehr scheiße alter one two's back danke schön für den giftig zappern Joel und Ludi danke für den Weasel 8 jeder soll so spielen wie er meint ich weiß schon was ich mache was ist denn mit Piddle wird der nicht kommen ich denk mal der ist auf dem Wake Bernd lost dann kann man nur mal auch löschen na äh ja bist du auf dem Weg oder war ja ich bin gar nicht da ich muss noch tanken kam es gar nicht ja der klingt auch richtig gut laut der klingt aus als wüsste der nicht wohin ey was wir machen können sind unsere Mopeds machen lassen vielleicht oder die Surfer mit dem Graffiti machen lassen ich wollte ja die Surfer machen da machen wir erstmal die Surfer weil die sehen eigentlich schon ziemlich nice aus ja aber willst du jetzt nach Teilen hat warum nicht nach dem Anruf du darfst kein Codeine irgendwas machen ich mach das nein nein wir dürfen schon mit Codeine handeln aber wegen Estaban weil ich wollte mich da selber drum kümmern ach so ich dachte jetzt er hat dir verboten damit zu dealen oder so ach quatsch nein ich wollte Estaban sein Codeine abziehen ja wohl dann lass die Surfer machen scheiß auf okay so warte mal wir müssen noch kurz auf Kim warten hm äh ich hol die Surfer schon mal äh Kenny komm mit ja ach ja ach jo was für ein Tag ey ach ja und der Lost hat den Stern von Kim geklaut ey ja das hab ich schon mitbekommen ja okay doch doch Chicken nicht da ne auch richtig düstere Stimmung Alter Boah das Bahamas hat auf geile Matiko boah leuchtende Parkkralle hab ich auch gesehen was ist denn David Kusch ganz weit entfernte Verwandte von mir absolut hässlich da hat auch schon wieder ein Bild von seinem GPS gemacht oh die Tyler lebt auch noch hat ne Kim da schon wieder hochgepostet Kim hat ein Ansagevideo gemacht gegen oder nicht ein Ansagevideo aber so ein Crybaby Video wo er rumheult dass ihn 40.000 geklaut wurden richtig gut ja ich geh kurz pullern no ah wild 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 was war was war das denn auto gekauft über 100.000 heute ausgegeben auto nach einer stunde im arsch muss schon repariert werden wie das muss ja wisst ihr was ist eigentlich passiert man so schnell hat er weg gewesen oder was ne wir sind gerade auf die autobahn ich hab so vollgas gegeben und dann musste ich pinkeln wollte ich so eine dose nehmen da rein pinkeln dann ist die runtergefallen aufs fremdspedal und dann haben wir uns überschlagen war ein fünfstelliger betrag die Reparatur ja Curtis wir müssen uns gleich ein bisschen Opium und Kuhin reinhauen irgendwas und nachdenken was wir als nächstes machen ich brauch dich ich bin ehrlich ich bin mein Latein am Ende das war ich schon zehnmal und ich bin immer wieder ja dicke Drogengeschäfte wofür Drogenscheiß ich darf Drogen man irgendwie interessiert sich keine Sau für Drogen nö jeder hat da genug egal was ja so kommt es einem vor Dr. Chuck verteilt andauernd irgendwelche Drogen weiß nicht die brauchen das mit dem Opium so die kriegen das nicht verkauft wie der letztes Mal gebetet hat das wollen die was abkaufen also egal was ich hab ich weiß dem mal alles los die sind einfach Versager die können nichts verkaufen ja Drogen bis ich also Drogen bis ist irgendwie so ein bisschen am Arsch was wollen wir noch erreichen wir haben die fette Bude man wir haben Autos wir haben Geld also jetzt 40.000 weniger aber aber was wollen wir noch man das große und das ganze das werden wir niemals erreichen ja doch doch die Bank ja ja wir sind am höchsten Punkt angekommen es wird wieder Zeit dass wir fallen es wird Zeit dass wir wieder mal fallen unter die Brücke oder so ich weiß es wirklich nicht was wir noch machen sollen die Leute meiden uns die haben keine gut außer jetzt der AOD vielleicht die meiden uns die haben Angst vor uns wir sind die scheiß Kings man ich mag das nicht sagen aber leider sagt die Realität was anderes wohin wollen wir noch als ich hier auf den Hof gefahren bin und die Graffitis gesehen hab hab ich mir gedacht wow das wird so Ärger geben weil das anwesend ist es gibt hier für nichts Ärger und dann sagst du mir der hat gar keinen Ärger gemacht naja die war das waren schon gemischte Gefühle zwischen blöden Wichser und ja geil wir können ja wir können ja den einen Plan wieder reaktivieren was jeder in Lambo fährt ja das haben Christi ganz ehrlich haben wir auch in der Woche geschafft alter ich hab ich hab mir 160.000 Dollar zusammengeschnort man als Penner für ein Lamborghini skr skr ich weiß auch nicht mehr naja vielleicht ist es auch eine Zeit den graven Weg zu gehen was soll ich Doktor werden ja genau vielleicht bist du dann eine gewaschene Royal weißt du von allen Sünden befreit wir brauchen ja vielleicht werden wir einfach Priester vielleicht sollten wir einfach huldigen dem Herrn vielleicht sollte man wirklich auspacken in der Kirche und auch beim PD was man alles gemacht hat dann geht man eine Zeit lang in Gefängnis dann kommt man wieder und lässt sich von seinen Sünden frei waschen und dann begibt man eine Medizinkahre ich hab schon nach dem Praktikum gefragt beim Weg her das ist kein Problem man also wir brauchen auf jeden Fall einen Friseur bei uns in der Truppe das hab ich festgestellt Kenny ist auch stylisch unterwegs wir haben doch die Dings da ihr habt doch Praktikum gemacht weißt du vielleicht sollte man mal Kriminelle stoppen und Kriminelle verhindern außerhalb der Polizei weißt du vielleicht sollte man mal sich reinwaschen und dann ruf mal bitte Bennys an du bist doch da ganz gut ob die überhaupt Zeit haben für die Surfer ja da wir müssen uns irgendwas einfallen lassen weil mich weg Arbeit 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 Ja Ja Was geht Kein Dank Fällen Bye Bye Und Hallo Lieber jetzt seid ihr mal arbeiten Ich gerade nicht aber bin vor Ort ist bei uns vor Ort oder Ne noch nicht aber wir würden gleich mit zwei Surfer vorbeikommen Ja dann guck mal ob jemand da ist dann komme ich vorbeigefangen Alles klar mache ich danke Bye Wir sollen gucken ob einer da ist wenn ich noch mal Leitsteine rufen dann kommt extra einer vorbei Wollt ihr mitkommen Ja krass wir haben nichts zu tun Ich weiß ja nicht vielleicht haben die was vor Ich bin einfach down heute bin ich down Ja wir machen chillig Ich hab ein kleines Problem Ich hab vielleicht Lüg eine Kondamentus Bombe schlucken lassen und der verdaut echt schnell Ja wie meinst du das verdaut Er verdaut super schnell Boah Mila und Dori sind losgezogen und haben dem Lüg eine Kondamentus Bombe gegeben also schlucken lassen Hörst du Was soll ich jetzt machen Mila Haben Sie die Ware dabei Was für eine Ware Warte Ich gesagt ich möchte gerne Chicken mit Käsesoße Warte mal ist die Polizei bei euch Ich glaube also ich glaube schon Und wo seid ihr Na bei Geheimtreffpunkt Und wo ist der geheime Milla du kannst den nicht operieren ja das kannst du nicht machen kannst du nicht das kann ich nicht weil wir werden natürlich von Dark Mentos der eine Seiltänzerin ist beobachtet ok warum habe ich mich weg gelassen was pass auf ich versuche das zu regeln ok heute wenn er zu schnell verdaut geben einfach noch eine du hast recht ok ja aufsaldiert auch spaß oh gott ich weiß nicht was die wilder treiben weiter die lassen den kohler saufen und geben den mentons bomben sehen im lück johin mila haben den glaub ich entführt ihr noch von leuten anhören ihr habt nix was ihr braucht also essen ohne zu wissen was wir haben ich glaube schon dass wir wissen woher denn wir haben noch mit chug gequatscht also wirklich ich fühle mich langsam echt verarscht man ich rufe wirklich bald meinen freund dr johann stahl las gian aus tschechien ohne scheiß oh gott was was er gesagt wie lange brauche mein jester ist da ist er das das kam schnell jaja 50 riesen bitteschön okay das ist ehrenvoll dass du mit ihn zurück gibst ja in der woche bin ich tot aber ist was anderes wo hast du schulden ach nirgendswo kim reich heizmauchen wo hast du die kohle hast du von asimov geld geliehen ja du hattest schulden bei einem freund jetzt machst du die schulden bei ihnen so ein dioden ich habe bei mir angst von rei als von den typen wenn kein casino besitze ich bitte nicht ok möchtet ihr jetzt irgendwas unternehmen oder kommt die mit wir müssen kann jetzt nen surfer machen scheiß auf boah krim alter ehrlich dann könnte es gehen denn da schon an ist wenn die mitkommen kommt die mit ansonsten macht was ihr auch immer wollt geld auf treiben die kannst du so in der tonne treten doch die sind sind 50 cent da schreibt der ding sich so schwarz was wir aufmachen eine woche wird er richtig riesenarm ja kommt der mit oder nicht ja 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 ich komm mit kürzes bei dir ein bei den anderen will ich nicht einsteigen in der woche steht er bei mir hast du 60.000 du hast komplett alles gepfickt heute ich habe gerade so kris wie gesagt in der woche stehst du bei mir und willst 60.000 haben weißt du was und ich würde sie dir sogar geben ich glaube ich lieber den tod in den kauf ich habe von einem richtig coolen prinzip jetzt hast du 40.000 schulden und jetzt leistet ihr woanders 50.000 aber ja genau habe ich ein harper prinzip das habe ich auch genau so dass du so lange bist du so schulde bis in den haus gab das problem ist ich habe gefragt wer ist die nächste kredite weil es gibt auch eine bank in der stadt die queen oder die gb oder irgendwie queen bank oder keine ahnung geben keine kredite habe ich dann habe ich den asimov gefragt wie sieht es aus weil ich komme mit 50 riesen und setzt alles auf rot habe ich abbezahlt aber ich habe mir das nicht getraut aber er hat mein mann telegater erst als fand habe ich abgegeben und mein stagner das ist jetzt seine fahrzeuge warum brennst du auch zu irgendeinem rockerwerkstatt und sagst ihnen dass du reich bist wenn du 40.000 dollar dabei hast hört sich sagst du jeden dass ich reich bin ja aber nicht wenn du so viel geld dabei hast ja ich bin ich erwarte dass man das ganze geld wegnimmt er läuft aber auch nicht alles weggenommen die haben nur fünf riesen weggenommen und resten wiedergegeben kann ich kann nicht dafür dass er gleich so alles nimmt er hat ja ein bisschen ehre und ein bisschen anstand und das sind alte menschen die sehen nicht mehr so gut vielleicht hat er nur so 10.000 dollar gesehen nee 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 also als reingegriffen gesagt zu denen ist mein ganzer spannend was du ja glaubst du ja du bist doch reich ja weil der halle nicht ganz unrecht da habe ich gesagt ich bin schauspieler habe ich gesagt küss mich mal ganz das geld geklaut mann geschaut geschauspiel hat und da war tatsächlich keine musik dann laden ganz ehrlich und leute angeschossen deswegen naja das hat aber selbst zu schreiben ganz ehrlich wenn da steht uns das für sieben leute mit knacken und er sagt ja schießt doch das erwartet er okay der hat richtig krasse eier man packen die waffen weg und kniehen uns vorhin oder wie bitte dich nein ich glaube das war ja so dings gemeint so ja ich kann ich kann sich ja auch verstehe ich war ich habe einen rocker doch ich habe doch einen film getreten als rocker ich kann es ja verstehen aber in dieser situation hat er vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt mir auch leid dass es so eskaliert ist ich hätte ich euch das nicht mehr sagen müssen wir uns selbst zu klären es wird das besser gewesen ich muss gut an kurz ja hier ist gerade keiner glaube ich hat jemand eine papiertüte ich über über ventiliere einer hat einfach dahin heute habe ich gefragt wie oft alles hast du ja so schon bekommen ansatz war ja aber man macht sich doch keinen schon bei diesem asim auf dem idioten ich will mit einem kranken film nix zu tun haben ja du bist krank okay wir lassen uns genau hier liegen du bist wahnsinnig ich weiß nicht was ich machen sollen ich kann nicht mehr aber wenigstens ist da die wollen die surfers in die ansprühen lassen ja graffiti style man okay okay ich mache auf ihr vertreibst kann ich danke ihnen bist du roxy nein hey hallo dafür dass du mich wegdruckst bei kuh hängst du ich hab dich berühlt das war mein kuhchenchen oh gott oh gott oh gott roxy können wir ja selber drauf sprühen jetzt theoretisch und und den den rost können wir da auch rein alter warte mal noch mal zurück das ist das oder das ist von mir leider kommen das habe ich unter dem bett gefunden da kommen batterien rein und das riecht komisch und abgefuckt ich war noch ein paar ansatz abgefuckte felgen passend so so alufelgen mann doch alle meine freunde wollen dran welchen also schwarze stahlfelgen mit löchern oder sowas musst du ja nicht die graffitis können wir selber drauf springen den den rostmann jetzt können wir runter kratzen ja dann hol ich mal die anderen kann sie mal kannst du mir 500.000 dollar allein so wahnsinnig wo soll ich das ernehmen na du bist doch reich ja aber ich bin ich reich andere felgen auch ich habe mir hat gesagt dass alle autos die daraus stehen die gehören das ist richtig also bist du reich ja ich arbeite ja auch durch eine stahlbürste und kraft den lack oder habe ich trotzdem nicht dann sprühen wir die dinge mann meter okay ich weiß nicht ja ja genauso wie bei dem anderen packt euch eine scheiß stahlbürste und kratzt den lack ab und dann sprühen wir das kann eine kim machen ja alle machen wir das doppelt so schnell vierfach so schnell hallo ich habe meine schulden bezahlt ich muss gar nichts machen wohl doch schulden könntest habe ich schulden mir zu die roxy hat super viel geld dass die frau davon versucht er bei dir was zu leihen 50 tausend oh hey suchst du echt hübsch aus roxy dann machst du die felgen schon mal dran dann kommst du die jungen was bist du denn ey kommt mal hier hermann und kratzt den lack runter ich sprühe schon ein bisschen mann das können auch massiker felgen sein es geht um geld was gibt du geld nein es geht um geld okay erzähl mal also ich wollte fragen ob du mir 50 riesen leihen kannst was wollt ihr denn alle von mir cola also roxy der hat es echt bitte nötig sonst der stirbt sonst ja du hast doch einen schicken laden hier oder nicht ja aber trotzdem habe ich nicht so viel geld ach god ich brauche das was ich mich nicht so mache tot ich bin es gern aber so viel habe ich selbst nicht chat ist müde schwöre alter also wenn ich ehrlich bin und auf mein konto gucke ja aber ich habe ich auch nicht auf 6.000 ähm auf ihr konto aber ich gucke jetzt nicht auf ihr konto sondern auf das andere geschäftskonto ja aber davon muss ich doch die ganzen tuning teile bezahlen das wäre eine lüge alter kürtel fucker juhu ne gottverdammt lüge fucker juhu axi was denn aber ich kann im bataillernetz einbrechen good morning morning nein das machen wir nicht bis ich 50 bis ich 50 riesen zusammen habe nein trotzdem ach god bitte gib mir bitte möglichkeit warte ich hab mal ach god ich kann nicht arbeiten du arsch halt die schnauze axi hör mal bitte zu ich hab jetzt irgendwie ich hab jetzt ach god ich hab jetzt mit meinen komischen leuten das geld ich kann weniger quatsch mehr arbeiten ich versuche die geldkarte zu machen esso zieh mal die felgen auf mach mal was mach jetzt na los ja scheiße man was geht denn ist einer von euch hier mitarbeiter nö wir sind hier eingebrochen nie 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 na scheiße echt jetzt nimm dir alles was du schnappen kannst ja ich schiefe noch bisschen hier ey jetzt von mir ja da wird nichts geklaut scheiße fäng dich an ich kann meine karre von hier tunen lassen ich weiß jetzt nicht ob ich die abholen kann schon ach ich hab so reukenschmerzen vielleicht kann ich lange bürgen alles alles lieg bestimmt am alter hallo ich muss hier dran ich muss den nack abkratzen ja ich muss nicht was du meinst ich hab schmörgelpapier in der hand was hast du in der hand schmörgelpapier 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 das benutzt Mila auch immer für meine fuße nicht auch wenn ich's gerne würde das glaub ich dir halt Mohl ja wirklich man braucht ihr alle schrauben in den Reifen oder keine Ahnung ja gut ich mach jetzt einfach mal nur zwei pro Reifen wir stehen hin rum ja dann reicht das ja nö der dublo immer zurück ja chat einmal komm einmal dublo einmal aktivität check komm schon einmal für mich damit ich weiß dass ihr nicht an das bot seid wenn ich mir darüber was einbilden kann dann wird sich aber ja aber dann wird sich gehört das bei dir beschweren was dann wenn er nicht mehr kommen kann zum tun weil mir die tuningteile fehlen ja und sie haben ihnen seinen stern auf dem boulevard abgerissen ja es war jemand anders weggeschmissen mein stern ist auch weg nichts mehr wert ja und jetzt kommst du ich sag doch irgendwas hier okay ich mach den hier aus als ein autoteilenden Stern mit deinem Namen und kleb ihn in eurer wie nennt ihr eure Villa Quackenantel Quackenantel genau dann kleben wir sein das ist so nett von ihnen aber das bringt mir auch mein Leben auch nicht zurück was für ist nett von ihnen so alt bin ich jetzt auch nicht mäm ich bitte dich vorhin war's ganz kurz mäm ich musst du denn auch schon zweimal sagen der soll mich nicht siezen what hast du es dann durch den BMX holen meinst du es geht einfacher ja man ja weißt du wann das liegt weil du zu dick bist meinst du mich dann sagt die Frau mit den Slushies jetzt reicht es aber was nein deine Gelenke haben grad geknackt als Lutschenknie das nicht meine nein hab ich nicht ich war's nein stimmt nicht das klang wie ne Chipstüte das waren die Gelenke von Roy nein das waren die Gelenke von Roy was mach ich hier eigentlich ich bin ein Doktor man ja ich bin das Schauspieler guck mal was ist doch tief auf euch sag dir wie es ist was mach ich denn hier ich bin Tuna und kein Felgenaufzieher ja hab ich gehört das nicht zum Tuning dazu vielleicht tunst du mir irgendwie ein bisschen Geld in der Tasche vielleicht gehst du auch einfach arbeiten dann brauchst du den und dann kann ich den einfach verschwinden lassen ja siehst du dann drehen im Film jetzt schon neue Katzen Babys mit meinem Reden mit meinem Ansehen ich weiß nicht ich muss doch fragen bist du gut mit denen ja dann wahrscheinlich nicht ich hasse dich nicht ich hab nur einfach die Kohle nicht ich bin fertig hier oben ich habe gerade gefragt Oma ich gebe euch auf jeden Fall ein Update wegen den Katzenbabys oder nur das Katzenbaby keine seiner die nur eins kriegt obwohl der Bauch dick ist ja das ist schwierig ich würde dir wirklich gerne mehr geben aber das geht nicht ich hab doch nichts hey Curtis weiter arbeiten wir bezahlen die Rechnung für die Felgen you don't talk that you don't talk to me like that you don't dance honey honey warte mal du siehst aus wie mein Bruder ein bisschen ne mein letzter Bruder ist weg Gott yo what's happening dog wo hast du die Nappas Kinder gelassen weiß ich doch nicht wo die sind auf dem Dach wahrscheinlich wahrscheinlich auf dem Dach warum kopierst du meinen Style warum kopierst du meinen Style ja Bro ich hab schon Bad gehabt da warst du noch nicht mal geboren ich kenne auch nichts dafür dass ich noch nicht so alt bin wie du wo hast du nur die Kette her ein Juwelier Kosta-Quanda ja nur noch 6.000 Dollar ist geschenkt nur noch? ja was ist wenn ich die jetzt klaue? ich brauche ich auf die Nase bei mir ausleihen meine ich nee ist nicht schade und du knutsch jetzt mit dem Kopf Roxy super eklig oder? absolut ecker zeig mal zeig mal Eis das quietsch damals hast du noch Gangster gemacht mit Dieb und so und heute bist du ne Snitch boah halt doch einfach so im Maul ich drehe dir so ab hin sei sorry das hat gedauert wir sind eh bei Bennys sie kratzen gerade den Lack ab okay ich komm jetzt ich komm jetzt dorthin ja Bennys Bennys ich bin ich mach so verdammt weg ohne Hundenbestände boah ja sind die wegen von dem anderen Auto dran? ja ja und seitdem Priester Louis sich nicht verliebt hat hat er sich nie wieder gemeldet echt? echt? den hast du wahrscheinlich aufgelassen frag ich mal warum den hast du wahrscheinlich in dein Big Mac Haus gelockt und getöltet du gefangene Seele du gefangene Seele nein au das ist nicht nett dürfte man auf einem RP-Server so zu Autismus oder so spielen auf den meisten Servern ist das Ausspielen Behinderung verboten also irgendwelche Dings weißt du warte mal wenn ich dich an den Ohren ziehe tut das weh ist das Autismus ist das? kann man das nennen? ich denke nicht sag mal so ich denke nicht du hast Finger? ja verpiss dich deine Finger sind Bockwürste jetzt hat die Rechnung für die Felgen äh ich ok ja und auch ein bisschen für den Schwabenhund Halt mir Kim Miller, hilf mir wo bist du? Tackle die weg ich hab sie, ich hab sie ich bin verratet mein Frau riecht das ähm bleiben sie stehen ich bin Kim Miller, Schauspieler ich hab entschuld'n oh Gott hab ich nicht ich hab sie ach Gott kräftig ey ich sag dir ganz ehrlich wenn sich ein bisschen was verzieht ist gar nicht so schlimm ne das passt dann zur Optik ja genau hast geil danke euch oh Gott oh Gott meinst du ich komm da nicht hoch hier Eis boah geil ja Eis du musst was dran riechen ich möchte da nicht dran riechen das riecht nach Fufu nach was? nach Fufu ich muss ja weg kann ich hier bitte weg? jetzt weiß ich wie die Palettis sich fühlen ach Gapro meinst du ja hast du aus der Paletti will ich mir Kredit geben? bestimmt ja oder? Pinsel hat auch einbekommen hey oh oh du hast mich zweimal gesehen du hast mich zweimal gesehen ich mach zu spät Weezy vielen lieben dank für noch mal 5 Gifte Zapps aber deine Sünden sind immer noch nicht rein Harre was macht sie da? oh man das Auto ist in der Seitenlage warum hat ein Roxy euch das Auto geklaut jetzt? ich halt pennt eh alter ach was willst du von mir? Pensel wir fahren die Kamen weg jetzt zum Anwesen ja habe ich schon gehört ich habe es gar nicht Dankeschön Roxy ich bin bestimmt schnell gefahren ach so ein Quatsch ja morgens die wollen mich in die Daumen brechen die Daumen brechen? ah kacke ich habe keine Daumen hast du Gelde bekommen? ja richtig Geld habe ich bekommen glaubst du könnte ich habe es doch schlimmer gemacht mit dem Kredit? oh ja oh ja vielleicht musst du Paletti dir den Dings holen aber ich eigentlich habe ich ja vor gehabt hier so ein paar Werbevideos zu machen weil ich kann nicht mit Asimov noch reden mit den Werbevideos ja oder das stimmt du machst gute Videos vielleicht kann ich da was rausholen für ihn vielleicht kann ich da so einen Kredit abbezahlen wenn ich so ein Werbevideo mache morgen man er lässt er mir 30 Riesen schon mal und wenn ich morgen die 40 Riesen bekomme dann kann ich das direkt abbezahlen da schulde ich ihn noch 10 warum fängst du nicht mal live im Welt ein als so Werbevideo man das ähm habe ich schon öfters aber alle wollen nicht so glaub mir ist das immer sehr naja die Europäer denke ich immer wieder verstehst? wir haben wieder ich habe dich mit reingezogen ohne dich mit reinzuziehen warum was hast du getan? naja ich habe dich angerufen und gesagt du wirst und seid ihr denn gekommen? ja und ich habe jetzt super leckere Spare Ribs und was ist mit Office Exklusiv? ist der tot? ne wir haben den ausgepumpt wäre echt eklig aber ich habe Bilder gemacht ich zeige dich gleich warte mal warte mal warte mal ihr habt was mit dem getan? na den ausgepumpt mit was? ja oui natürlich im Becker Südort achso ok und ihr habt ihr das so getan als würdet ihr dazu gezwungen werden? nö ich habe ihm das ganz klar gesagt also ich habe so gesagt hey ich habe dir einen Kuchen gemacht dann habe ich ihm Kuchen gegeben und er hat ihn gegessen und dann habe ich gesagt übrigens da war eine Mentos Cola Bombe drin und dann habe ich gesagt übrigens falls du es noch nicht gecheckt hast ich bin Dark Mentos ja und jetzt weil der dir verhaftet nö er darf nichts sagen wegen dem Schwur was für einen Schwur habt ihr denn? na wir haben doch alle einen Schwur wir sind der Teufelsdeier ja stimmt und wir haben uns verabredet für sohn des Geistermädchens stimmt das haben wir auch noch ne? mit Dr. Chuck ja ja ok wir sind gerade bei Bennys gewesen und jetzt sprühen wir die Surfer hier an die Autos wollt ihr auch kommen? weißt du schon spät ne? ähm ja ich wollte nach Hause ein bisschen kegeln mit Fortnite der Babi G? nur so viel Ärger wegen Scheiß ja genau ja dann mach das ok dann bis gleich ich schaue dir aber über deine nein Überwachungskamera zu ähm ja ok hier hab ich dir eingefanzt in deiner Kette ja ok ja ich dann bis oh Gott wenn ich dich förten sehe ne? ich förte nicht dann kannst du mal nach Hause kommen ok bis nachher mhm ich hab dich im Auge mein Junge oh Gott ok bis nachher dann hallo? 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 Mila? hallo? die ist am Telefon aber die reden nicht mehr Gott die macht mich weinen nicht ja äh ich geb Pennmann wie ich dachte du spät die Dinge nur ansprühen was für Dinge ansprühen? ja die Karren oder hast du die gerade schon angesprüht? ich hab die doch gerade schon angesprüht ich hab die doch gerade schon angesprüht hab nicht gesehen ja kein Problem du warst doch irgendwie auf einem Regal hast geklettert wie ein Äffchen ja die ist immer die ganze Zeit in der gerannt ja der wollte herkommen ja da machen wir noch was oder wollen wir jetzt noch quatschen was wir weiter machen wer ist denn das? Dankeschön Price ja schüssi feierabend schüssi hallo ist das der Herr Price? nee ich bin weg ey noch mal in die Ecke gehen mit zum scheißen McLaren mit zum scheißen McLaren oh wow komm her Batch ich brauch jetzt auch keinen Zug oder so ne? ja ja wieso hattest du warte doch mal kurz ne ich möchte nicht überreden Kim ist an allem schuld alter wieso ist Kim schuld? jetzt hebst du doch eben nein lass dir von den anderen erzählen ich hab kein ich mag nicht mehr okay gute Nacht zum nehm bis morgen bis einfach auf Leitengang was ist denn los? Kim hat sich bei Kim hat sich ein Kredit von 50.000 geben lassen von sehr kriminellen Menschen und wenn er und wenn er das jetzt nicht zurückzahlt das können wir nicht sagen dann werden die den töten Kim ja ja Wenn Kim töten dann. Und wieso hat er sich nicht einfach von jemandem von euch was geniehen? Wir alle kein Geld haben, wir sind broke as fuck. Können Sie dem Kim 50.000 Dollar leihen? Hallo. Wo ist Kim denn? Der fährt gerade weg, der hat Punch-Angst. Ich geh mal eben hin. Ja. Da ist... Da sind... Du hast du nicht aus welchem Loch? Die falsche Einfahrt genommen. Du darfst mich nicht knutschen. Mila beobachtet uns in meiner Kette drin. Die hat gesagt, ich darf das nicht machen. Wo? Welche Kette? Na die... Mein Lippenbändchen. Okay. Können Sie dem Kim helfen? Ja, was? Auf dem Bike. Als ich herkommen wollte. Ja, ja. Da sind dann zwei... Da wollte ich kontrollieren, ob du die White sagst. Das gibt... Ich habe nämlich einen Wahrsagerin. Wirklich? Genau, Multimanäa und Reihe. Und daraufhin haben sie mich dann direkt ausgenommen. Genau, und jetzt hat er Schulden. Da haben die mir direkt 40 Riesen geklaut. Ach. Ich muss mal sitzen. Ganzes Geld, was ich besitze. Und kannst du das nicht, sage ich mal, zurückholen? Ja, habe ich ja. Ich habe versucht, den mehrmals anzurufen, aber... Ich war bei denen nicht besetzt und ich kannte da niemanden. Und ich wollte jetzt nicht da irgendwie jetzt dieses Mal wieder aufkreuzen, alleine. Also habe ich das... Habe ich dann... Wieso hast du denn 40.000 Bar dabei, Kim? Ich... Okay, ich bin reich. Aber ich muss das... Steuern muss ich jetzt ein bisschen anders machen. Deswegen habe ich das erstmal bei mir. Weil das... Pro Woche bekomme ich ein bisschen Geld. Über das Haus dann drüber geschmuggelt. Anders verwalten. Deswegen habe ich ein bisschen Cash bei mir. Dass ich das ein bisschen in den System einfließen kann. Deswegen habe ich das... Boah, du lachst den besten Hund kaputt, ne? Sonst eigentlich das Geld mal versteckt, aber... Und nicht. Nicht. Was, worum geht's? Jetzt... Der Kim wurde überfallen im Norden und den haben... Der hatte 40.000 Dolle bei. Das haben die ihm gekaut. Weil der gesagt hat, der ist Millionär. Und drauf bin... Geh doch zur Polizei und mach eine Anzeige, Kim. Ja, richtig. Als ob das was bringen würde. Genau. Bei euch Flachzangen. Ach, man. Er mittelt nicht, ihr macht gar nichts. Wir haben dann extra eine DOA. Die machen das schon. Genau, die Lügner. Der stand jetzt mal dabei, als der Macaroni so ein Auto in Luft gesprengt hat. Der wurde nicht mal verhaftet, der Typ. Ähm, was... Noch eine... Was man seltsam ist, was komisch ist, finde ich. Hm. Naja, ein Kumpel von mir, der mir so ein bisschen Geld gibt, wie in die Sachen und so. Ja, wollte auf einmal 50 Riesen haben, obwohl er mir eigentlich nur 25 gegeben hat. Aber trotzdem wollte er 50 haben. Das Doppelte. Verstehe nicht, warum er 25 verlangt hat. Warum hat er sich 25 verlangt? Warum wird er gleich auch einmal 50? Ja, das nennt man den Zinser. Weil 25 war sein. Und 15 war mein eigenes Geld. Was hast du denn im Mund, Alter? Das ist ein Dufen-Wiederkeuer. Trotzdem wollte er 55 haben. Daraufhin habe ich ihn Kredit aufgenommen. War, naja, schwierigen Leuten. Wo man Schwierigkeit bekommt, wenn man gewisse Dinge nicht zurückbezahlt. Was ist hier los? Wir brauchen Geld, Frau Kultas. Ja, das ist richtig. Frau, ich habe eine Idee. Wenn ihr da war, brauche ich 55 Riesen. Sonst werde ich mehr anderswo anders schwimmen. Kim, genau wie der Bernd. So viel Geld habe ich. Also ich will mir nicht ein bisschen auskaufen, weil die von Oma immer... Ja, aussah aus, ich kriege morgen die 40 Riesen von den Typen wieder. Dann habe ich noch ein bisschen... Ich habe 45.000. Hätte ich nicht. Ich brauche es nicht. Wollte was, Kim? Soll ich dir zeigen, was ich gekauft habe? Ja. Komm mit. Hat jemand was zu essen? Das ja, das ja haben wir gekauft. Ach Gott. Wir sind jetzt auch Rocker. Hast du eine Kutte? Nee, noch nicht, aber Mila will eine basteln. Weißt du was? Ich will so unbedingt ein Rocker werden, deswegen habe ich mir vier Sanches gekauft. Die sind gar nicht fürs Event, sondern einfach... Ich habe eine Idee, sollen wir im Norden fahren? Ja, unbedingt. Vielleicht können wir uns ja dort vorstellen. Nee, aber das haben wir gekauft. Das wollte ich schon lange machen. Was ist denn das für eins? Was ist keine Party? Das ist Hakucho Drag und eine Nightblade. Die Hakucho gehört dem Mila. Die finde ich aber... Nightblade ist nicht so meins. Ja, so ein Chopper. Ich komme nicht an Lenker, wenn ich so tief sitze. Weil du Arme hast wie ein T-Rex. Ja, also... Du kannst dich nicht mal am Rücken kratzen. Nee, weißt du, was ich wirklich nicht kann? Rumpf beugen. Ich komme bis zum Oberschenkel, das war's. Was ist Rumpf beugen? Du bist doch kein Tief. Ein Rumpf beug ist, wenn du so machst, dann musst du mit den Händen auf den Boden. Das kann ich. Echt? Kommst du auf den Boden? Ja, aber dann fließt alles aus mir raus. Aber wenn du das machst, dann musst du die Knie durchgestreckt lassen. Und entweder gehen bei mir die Knie krumm. Oder nach innen. Wie bei so einem Alien. Ja. Ja, dann knick ich zusammen wie ein Flommi. Als wäre ich halt aufs Gummis. So kann ich immer. Im Stehen? Ja klar, sonst kann ich das ja nicht messen, wie viel das ist. Mit dem Messband. Und das riecht doch komisch. Ich lege immer Muster. Letztens habe ich ein Superman-Zeichen geschafft. Danke schön. Was geht denn hier ab? Oh Gott. Au, warum? Au. Du Wichser. Au. Keine Sorge, ich bin Arzt. Frau Koltest, wissen Sie eigentlich, wo Welfen abgeblieben ist? Nein. Wir haben schon nichts mehr von ihr gehört. Sie haben bei mir nicht abgemeldet. Was hat die? Nicht bei mir abgemeldet. Ach so. Wart ihr nicht so Freundinnen? Doch, wir waren Cousinentanten. Oh, lecker. Cousinentanten. Aber sie war einfach weg. Oh ja, Köpix. Ich glaube, die ist tot, ne? Ich hoffe nicht. Ich glaube, die wurde gemeldet. Ich war es nicht. Nein, ich hoffe nicht. Ich glaube, vielleicht hat das was zu tun mit diesem komischen Hacker im Wienet. Ja, das reicht. Okay, danke schön. Haben Sie, die wurde weggehackt? Ein Ding. Nee, aber der hat wohl zwei Morde, also zwei Leute auf dem Gewissen. Frau Koltest, andere Sache. Erzähl mal Götis und den Jungs, was die Wichser schon wieder gemacht haben. Die dummen. Die almanischen Krieger. Die almanischen Krieger. Du glaubst in den Köln. Ich dachte, das wird alles besser. Was haben wir gemacht? Ja, also, Pinsel hat mich vorhin beim Dienst gefragt, ob ich ihm helfe, die Motorräder abzuschleppen. Ja, die in einem Wassergraben. Genau, mit unserem PD-Abschleppdienst. Und dann habe ich gesagt, klaro. Und dann sind wir mit Pinsel seinem Crossbike dahin gefahren. Und dann kriege ich Ärger, weil irgendeiner von meinen almanischen Kriegerkollegen das gesehen hat und gemeldet hat, wie ich denn einfach mit einem Zivilisten auf dem Motor Crossbike irgendwas machen kann. Und deswegen werde ich jetzt nicht befördert und habe eine Woche Sperre. Ja, halt dir das mal an. Ja. Gibt es dir eine Woche Sperre. Und musst du 187 Dollar Strafe zahlen. Weißt du, ich dachte, das Leben sollte Spaß machen. Ja, das ist alles kein... Und natürlich ist es wieder keiner gewesen. Dann waren es wieder die Europäer. Das gibt es doch nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Und wegen sowas habe ich gekündigt, wenn mir das auf den Sack ging. Und jetzt ist das bei dir, oder wie? Es geht um Events. Sie soll sich kurz auf Außendienst eintragen oder so der Leitschein Bescheid sagen. Hab ich gesagt. So, hat sie ja gesagt, ich war hier dabei. Und dann sage ich, okay, wir holen nur kurz... Da kommt kein Abschlepper hin, ich brauche jemanden von euch. Und dann musst du dir sowas anhören und gefallen lassen. Ja. Gibt es doch nicht. Aber ist nicht so... Also ist schon schlimm, aber ist auch nicht so schlimm. Du musst rausfinden, wer das war. Ich schau dir... Ich werde es nicht rausfinden. Ich habe in großer Runde gefragt, wer es war. Keiner hat... Natürlich sagen die es nicht, wer das war. Das wird keiner sagen, Pinsel. Das war genau dasselbe, wo ich rückgeschossen worden bin, wo ich weggelaufen bin. Ach so, ja. Da hat auch niemand gesagt, wer es war. Keiner wusste es. Ich finde, das ist schon Diskriminierung. Ja. Bist du jetzt eine Woche suspendiert, oder wie? Also, manche... Nein, 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 nein. Du musst mal mal leben. Nein, auch nicht. Ach so. Sie kriegt kein Level-Up. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also es ist schon schlimm, aber irgendwie... Aber das ist ja... Das Prinzip, es läuft immer so. Die laufen immer zum Chef, beschweren sich. Oh Gott. Und dann wundern die sich, warum schlechte Stimmung empfiegt. Der Wind Diesel. Habe ich da Familie gehört? Makarikake-so. Das ist Macaroni. Ach. Ja, was poppin', was quackin'. Hallo. Ja, was poppin'. Geht ab. Aber trotzdem, dann geht nicht. Würde ich jetzt... Wäre ich zum Beispiel mit dem HGB gefahren oder Frau Dias oder sonst wem, wäre alles fein. Aber weil ich mit dir fahre, oder wenn ich das gemacht hätte, weil wir sind anders, wir sind besser. Da wird direkt wieder hier ein Fass aufgemacht. Dieser Wichser. Wir müssen den eigenen Bein schießen, damit die bloß nicht arbeiten können. Aber ich weiß nicht, wer es war deswegen. Und ich werde es auch nicht rauskucken, weil wir nicht zu dem einen... Das geht nicht. Doch. Sind da genug drin? Scheiß, altmannchen. Kampfmeditant. Wichser. Ich bin so gut. Ich weiß. Altmannchen. Kampfmeditant. Hey, was ist das? Pinsel, hast du denn die Nummer von dem? Wem? Hat der Baby? Ja, der Wichser hat gelogen. Wie die Tante Aldermanns. Ich brauche die Nummer. Du kriegst die Nummer von HGB. Ist mir scheißegal. Du musst mir nur versprechen, du sagst nicht, dass du die von mir hast. Und sag am besten auch nicht meinen. Ja, Makaroni, heute bist du frei, direkt in die nächste Scheiße rein, ne? Weißt du was, du sagst einfach, da lag ein Teller am Boden, keine Ahnung. Ja, eine Telefonnummer an. Sag, am Park hat die die immer nicht gegeben. Telefonbuch, ein Telefonbuch. Das zieht immer, das zieht immer. Sag, du bist das HGB, ich kenne den YouTubsten Kanal. Hören Sie auf mit dem Ming Tutorial. Was ist die Wichser? 9, 2, 3. Ja. 3, 8, 5. Der Wichser hat gelogen. Der sagte, Frau Cordes, er ist sich am Fenster, wobei... Wo ist deine Manni? Der ist weg. Der ist für einen Spezialeinsatz irgendwo für Amerika. Keine Ahnung. Wurde befördert. Scheiße. Der hat sich bestimmt an das gemacht. Das ist mein Witz. Scheiße, weil das dann zu lange dauert. Was soll ich machen? Mir ist kalt. Wie kalt ist die? Das ist dir so kalt. Ich wette, du wolltest irgendwas mit dem Motorrad erzählen. Nee, ich wollte sagen, er ist bestimmt ein Schneegebiet, weil er ist ein Mammut. Er ist gewandert. Wie heißt nochmal die Frau von dem Mammut? Von Manni? Von Manni die Frau? Ja, und das Kind. Kim Kardashian? Nein. Peaches. Peaches heißt der Kind. Oder die Frau. Peaches heißt der Kind. Und Kukulores. Nee, das Kind heißt Peaches. Peaches. Was für ein bescheidender Name. Ja, ich hab ein Einstellungsgespräch von Hakibri. Warte, warte. Was habt ihr gemacht? Was, Bewerbungsgespräch? Ja, ja, ich möchte mich jetzt dort bewerben. Echt? Keine Ahnung, vielleicht du auch oder so. Wärst du da jetzt? Oh, du hast, ähm, Ejakuladen. Was läuft denn da in deiner Stierde? Was ist das Weiße da? Da läuft es richtig runter hier beim Dings. Macaroni. Scheiß, putz das weg. Putz das weg. Verpess dich, pack dich doch nicht an, nur Eklänge. Hey. Hey. Das ist Bodyshake. Das ist Bodyshake. Das ist Songs, das ist Songs. Oh Gott. Ja, genau. Verpess dich mit deinem Scheißkarre. Oh, ich hab so'n Vibrationsstimme. Aber nur wenn ich will. Ich geh jetzt rein, ich bin müde. Heute war'n Scheißtag. Ach du. Was denn? Du wolltest noch quatschen, ne? Ja, dann den beiden machen wir. Er wird super spitze. Juhu. Wird super geil. Da werden bestimmt, da wird bestimmt fünf, sechs Leute kommen. Also sag dir Bescheid, ich komm da hin. Ich komm auch da hin. Wenn wir genug Geld bieten, dann kommen sehr viele da hin. Hier würde ich mich freuen, wenn du einfach nur, wenn du einfach ankommst. Du musst ja nicht übertreiben. Ich komm auf jeden Fall. Ja. Weiß ich. Jeden Abend. Kannst du den wieder einpacken? Ja, aber mir ist kalt. Ich geh schlafen, ich geh schlafen. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Das ist jetzt aber peinlich. Ne, gar nicht, fahr nach Hause. Frau Künsel, wo wohnst du denn? Na, die wohnt hier. Ich hab hier das Zimmer 98. Hä? Ich auch, ist ja krass. Mach deine Tür zu. Nein, 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 das ist mein Zimmer. Oh. Sorry, ich wollte die Tür zu. Nein, Pinsel, nein. Schön, danke dir. Ja, hau rein, Macaroni. Ja. Fancy, ich fahre nach Hause. Chris, Bikim, gute Nacht. Wieso schläfst du nicht hier? Nacht. Jo, nach Nacht. Ich schlafe bei meiner Frau. Das würdest du wissen, wenn du jemals in deinem Leben mal eine Freundin gehabt hättest. Ja, mich. Aber du kennst es nicht. Das Einzige, was du tust, ist deine Finger in Steckdose stecken. Deshalb siehst du es aus, wie du aussiehst und deine Haare sind deshalb so, wie du sind. Ja, ich habe keine Gefühle verletzt. Du hast gar keine Gefühle. Oh, Mann. Oh, Mann. In dem Korridor dahinten? Nee, nee, wir sind hier. Wir sind hier vorne direkt. Achso, ich bin in dem Korridor dahinten. Jo, jo. Also, ich bin... Ah, hübsch. Boah. Geil. Ja, Pinsel? Geil, du bist zum Dienst. Nee, warum? Du Idiot. Was passiert? Oh, Gott. Ja, ich kann doch nicht so gut Scheid mit dem Fuß. Weißt du, wegen dem Motorrad. Das ist doch voll Idiot. Ja, wir kümmern uns drum. Gute Nacht. Keine Gute Nacht. Ja, das war, wenn ich schalten muss, dann rutscht mein Fuß ja ab, ey. So ein Scheiße. Das hat er verdient dafür, was er heute gemacht hat, Alter. Das hat er einfach verdient. Bekannt Lied, Junge. Er hat es einfach verdient. Er hat zu viel Scheiße heute mir fehlgebaut. Was für ein Trick, Junge. Ich bin halt noch nicht so gut mit dem Motorrad, Alter. Ich muss ja das lernen, mit dem Schalt, mit dem Fuß. Gerade, wir finden leider kein gutes Lied. Klappert das denn so? Junge, hab ich den weggetreten? Oh. Dann lustest du auch schon wieder Action. Hundertprozentig ist der Schinke Mila kaputt, Alter. Oh, er steht da. Nur eine Scheibe kaputt. Hab ich irgendwas vergessen? Mein Junge. Ich glaube nicht. Morgens Samstag, ne? Ja, 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 ja. Boah, wie düster jetzt, Alter. Ich glaube, es ist jetzt mal wieder nichts zu tun. Aber mal gucken. Weihnachtsbaum. Nö, der bleibt da stehen. Bis zum nächsten Weihnachten wird er da stehen bleiben. Er ist noch online. Kommst du spät, Manko Till. Pinsel, aber der wird wahrscheinlich auch gleich pennen gehen. Hm. 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 Ja, boah, schwierig. Schwierig, schwierig. Wollt ihr zum Nick, zum Tiago? Bademarmelade. Gehst du wieder mittags? Und? Äh, nö. Das eine, die, die Karre gebe ich ab. Äh, im Stream. Ja, komm, geh mal zum Nick. Scheiß drauf. So, ich wünsche euch eine wunderschöne, gute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bleibt alle gesund. Und danke für den Support. Danke für alles. Ich küss alle eure Augen. Ihr seid die Besten. Knutscher. Lasst euch nicht anquatschen. Die Ohren steif halten. Und lieb beim Nick sein. Immer schön lieb sein. Und Katzenbaby-Bilder landen im Discord. Wer sich dafür interessiert. Morgen oder so. Und nimmt den Nick mal ein bisschen auseinander. Aber lieb sein. Er freut sich bestimmt. Gute Nacht, Chat. Kuss. Untertitelung des ZDF.